Also, Leute, ganz kurz, ich möchte bitte, dass jetzt alle YouTube begrüßen, denn hiermit hat das VOD seinen Anfangspunkt. Hallo YouTube, wer sind nicht Ihre, heute, guckt's euch an, ich hab Kerzen angemacht, ich hab Kerzen angemacht, ich bin extra nochmal zum Budi, Budni, so wie das heißt, hab mir Kerzen geholt, ich hab Angst, dass ich die Wohnung verbrenne, gucken wir mal, abbrenne. Ich hab das Licht gedimmt, ich hab extra, ich hab mir überlegt, welche Farbe ich von dem Licht mach, sagt mir mal Bescheid, ist grün nicht, naja, wir machen das so, egal. Und, jetzt geht's los mit Resident Evil 2, äh, 7, hier könnt ihr es schon sehen, oh, ich kann mich direkt mal anpassen, damit ihr mal den Chat seht, ja, so sieht's aus, wir fangen gleich an, aber Leute, ganz ehrlich, bevor es hier losgeht, muss ich einmal ganz kurz, ich muss einmal ganz kurz direkt, direkt aufs Klo, warte, warte mal. Hm, 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 ja, Mama, lasst mal ein bisschen gehen, noch mal eine Runde. Hm, 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 hm. Ah, ich würd's ein richtig guter Streamen, glaub ich, genau wie mein Streamen, gerade mein Strahl. Hm, 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 hm. Spülen, mühlen, spülen, mühlen, mühlen. Hände waschen. Mh, mh, mh. Noch ein bisschen klein was Schnabulieren, ne? Und schon kann ein Schnabulatius. Schnupp, schnupp, schnibini-minub. Flup, flup, flubini-flup. Mh, mh. Mh, lecker. Mh, mh, mh. Suppe. Das schmeckt. Mh. Lecker, lecker. Oh, einen nachkommen. Mh, 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 mh. Oh, ja. Einen nachkommen. Okay. Und dann machen wir mal los. Streamen. Let's go. Oh, ich liebe streamen, liebe streamen. Oh. Dann wollen wir mal anfangen. Hey, nochmal. Vielen lieben Dank, Lara. Lara hat das gebaut. Hat das gebaut für mich. Hat ein paar andere kleine Loops gemacht, die heute im Laufe des Streams auf jeden Fall ihre Verwendung finden werden. Vielen lieben Dank. Ich werde auch Lara nochmal verlinken im YouTube-View, die, ähm, an die anderen Videos, wenn sie den möchte. Total cool. Mega cool. Die Idee kam übrigens von Chris, einem meiner Mods. Ähm, ist eine geniale Idee. Ey, da gibt's noch ein paar andere. Vor allem das Geile ist, ich hab den hier als Dauerloop einfach extra eingedings. Einfach nur Dauerloop den hier. Das ist ein Dauerloop. Ich kann so lange Pausen machen, wie ich will. Ihr habt immer was zu gucken, ihr kleinen Schweine. Wie geil ist das? Aber die anderen, ähm, ja, die Kamera fließt dann wieder rum. Die anderen sollen jetzt erstmal noch vorerst noch eine Überraschung bleiben. Und ich hab immer, ich hasse das, wenn die mit... Warum geht... So. Jetzt ist es gerade. Ja, okay. Ähm, ja, aber jetzt geht's los. Also wie gesagt, die YouTube ist ja auch mit dabei. Ich hab keine Ahnung. Ich bin wie immer transparent bei meinen Let's Plays. Es wurde wirklich oft vorgeschlagen in den letzten paar Tagen, nachdem ich vor allem die Resident Evil 8 Demo gespielt hab. Maiden. Hat uns, glaub ich, allen gut gefallen. Mir hat's gefallen. Ich glaub, euch hat's gefallen, wie's mir gefallen hat. Und es war eine Endloss-Spirale der absoluten. Uns gefällt alles Geilheit. Äh. Und, ja, dann wurde auch daraufhin öfter vorgeschlagen, dass ich jetzt mal Resident Evil 7 mal probieren soll. Soll richtig gut sein. Also selten so viele Nachrichten in einem Tag heute bekommen. Gerade auf Instagram und sowas, wo ich das beworben hab. Dass, äh, Gott, ich kling wie ein fucking ekelhafter Influencer, wenn ich sowas sage in der Art. Aber egal. Ähm, ist halt wahr tatsächlich. Ähm, dass sehr viele Leute das Spiel richtig, richtig gut finden. Das heißt, ich hab jetzt ein bisschen Erwartungsdruck gegenüber den Leuten, die das Spiel gut finden. Aber, ihr kennt es von mir, ich werde euch nicht den Gefallen tun und nur so tun, dass es mir gefällt, weil ich weiß, Leuten gefällt's. Ich werde euch mal eine ehrliche Meinung geben. Aber ich sag ihr, ich sag euch, ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass es mir gefällt. Ja, jetzt können wir auch mal den Regensturm da ausmachen. Ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass es mir gefällt. Und ich glaube auch, dass es mir gefällt. Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Also, jetzt geht's los. Ich muss hier kurz noch meinen Overlay einrichten, meinen Sound anmachen und dann geht's los. Ich freu mich jedenfalls drauf. Ich hab mir ein lecker Bierchen, ist für mich Feierabend. Ich hab hier eine Schüssel Chips, die ich kleiner auffüllen muss. Aber das Gute ist, ich kann jetzt auch Pausen machen, wie ich will, weil ich hab jetzt immer Loops, die ich abspielen kann, die geil sind. Also echt nochmal fantastische Arbeit von Lara. Richtig cool. Viel Liebe zum Detail. Gute Idee. Einfach cool. So, ähm, ich bin jetzt schon im richtigen Overlay. Nein, das hier ist das richtige Overlay. Heute mal oben rechts, mal was anderes. So haben wir was gemacht, auch bei Maiden. Das war eigentlich ganz cool. Ich hab die Kamera auch ein bisschen eingeredet. Ich hab einfach Bock. So, passt schon alles. Lautstärke müssen wir eventuell gleich anpassen. Ich mach jetzt hier schon mal ein kleines... Na wohl, müsste eigentlich passen so. Gut. Dann würd ich sagen, let's motherfuckin' do this. Oder was? Also, neues Spiel. Ich bin direkt so reingegangen ins Menü. Ich hab übrigens normal ausgewählt. Das ist wichtig jetzt vielleicht für einige. Es gab zwei Optionen, ganz am Anfang. Weil das Spiel wär schon direkt losgegangen mit der Cutscene. Das wollte ich natürlich jetzt hier im Stream live machen. Deswegen hab ich einmal abgebrochen. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ähm, zwei Optionen. Es gab normal und einfach. Ich hab normal gewählt. Bei Normalstand ist es schon eine ziemliche Challenge. Zwischen Belohnungen und Herausforderungen. Und bei Einfachstand halt, dass es so eher für Casual Gamer ist. Ich hab dann einfach jetzt normal genommen. Mehr gab's nicht. Gut. Äh, gut. Ich bin auf jeden Fall in der Pubertät anscheinend wieder. Aber okay. Ähm, neues Spiel. Sorry, für mich ist es ein bisschen lau... Oh, sorry. Ähm. Ja, genau. Hier kann man es normal machen. Normal, genau. Graphics, Settings gecheckt. Äh, können wir gleich ingame machen. Falls nötig. Jetzt guck ich erst mal hier das hier an. Hey, Baby. Und ja, ist auf Englisch. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald wieder zurück. Yay! Ich kann nicht warten, zu diesem Babysittern-Job. Und komme zurück mit meinem liebenden Mann. Ich liebe dich. Oh, ich muss zurück zu arbeiten. Ich liebe dich, Ethan. Ich liebe dich so viel. Das ist ganz gut animiert, oder? Die, äh, die Frau. Oh, ich hab komische Fingernägel. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Ich mach Untertitel noch rein, gleich. Ich mach Untertitel noch rein, gleich. Jetzt dachte ich kurz, das ist so ein bisschen, ähm... Found-Footage-mäßig. So sah das jetzt am Anfang aus. Kurz. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Shining-Style. Alter! Sieht ja voll echt aus. Es ist lauter gemacht bis hin. Müsste passen jetzt. Oh, geht's schon los? Okay. Okay. Kann ich was machen? Ich bin direkt reingeworfen worden hier im Auto. Sorry. Automatik. Pasche. Okay. This is the place. Ey, das ist ja geil irgendwie. Ich weiß nicht warum, find ich cool. Sowas gefällt mir. Direkt einfach aus dem Auto rein, minimale kurze an. Geschichtliche, so, wie heißt das hier? Minimale Story angerissen und einfach direkt rein ins Geschehen. Das gefällt mir. Dark Souls-Style tatsächlich. Okay, ähm... Können wir ganz kurz... Wir müssen das Übliche einmal kurz abdingsen, bevor es so geht. Ist immer ein bisschen nervig auch für mich, aber es ist dann doch nicht so unwichtig immer. Also, ich würde gerne mal Untertitel anmachen. Ich glaube, manchmal bin ich da... In meiner privilegierten Arroganz vergesse ich dann doch, dass nicht jeder Mensch Native-Speaker ist und es dann vielleicht einfacher ist. Wir machen hier Sprache. Untertitel an. Audio hätte ich gerne trotzdem auf Englisch. Finde ich immer ein bisschen besser. So, Steuerung, lassen wir mal so, Anzeige. Ich finde es ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das ist ganz gut. Oder? Ich fand es ein bisschen dunkler gerade, aber ich habe eigentlich... Ey, kennt ihr das mal ehrlich? Ist es bei euch jemals passiert? Jetzt mal ganz kurz. Ganz minimal, dann geht es wieder direkt rein. Aber es ist euch jemals passiert, dass ihr dieses am Anfang beim Videospiel, dieses so... Äh, äh, mach den Regler dahin, bis du das Fadenkreuz nicht mehr siehst oder sowas. Jemals! Dass es die richtigen Einstellungen war? Never! Es ist immer so, wenn ich mich da dran halte, sieht's scheiße aus. Ist es entweder zu dunkel oder zu hell. Ich verstehe nicht, für was für Fernseher die Dinger gemacht sind. Es klappt nie. Bewege den Regler, bis du den einen, äh, das rechte Ding gar nicht mehr siehst und das andere nur ein bisschen... Sorry, an der Stelle Schnauze. Ich mach mal heller. Das ist mir jetzt auch echt zu dunkel hier, auf jeden Fall. Helligkeit, ja? Klotz am Ende, wenn das hier meine ich... Quatsch. Guck mal, das ist doch viel angenehmer so. Oh, jetzt aber sehr... Okay, warte. Okay. Das ist aber sehr, sehr empfindlich. Gut, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu dunkel. Mal gucken. Ah doch, ist besser. Das war echt zu dunkel. Ich find's so ganz gut, oder? VR haben wohl viele, ähm, das gespielt, hab ich jetzt gehört. Oh, ich find's ein bisschen träge hier, das Gucken. Aber vielleicht ist das mit Absicht... Das weiß man ja nicht. Manchmal ist es ja absichtlich so, dass es sich so menschlich anfühlen soll. Ich find jetzt hier das... Weißt du, was ich meine? So ein bisschen träge. Hm, gucken wir mal. Ich lass es erst mal so, wenn ich irgendwie Gegner oder so finde. Ich hab ein cooles Auto. Das ist eine Corvette. Ganz geil, die Karre. Ich frag mich grad, ob das was mit dem Jahr zu tun hat. Sind wir in den 70ern oder so? Naja, gut. Ich muss mich jetzt nicht in jedem Detail so aufhalten. Ich geh jetzt erst mal in den Dschungel rein, hier. Vielleicht besser mit Maus und Tastatur. Hm, ich spiel auf der PS5. Das ist ja gerade im PlayStation Plus, ähm, Dings. Das, das umsonst Game, oder? Nee, oder generell ist es gerade umsonst einfach. Ich hab nicht... Weiß ich genau, ob das jetzt wegen dem Plus-Ding ist, äh, oder... Das einfach generell gerade umsonst ist. True Detective Staffel 1. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, das ist... Was ist denn das für ein... Mia finden. Mia ist an mir. Okay. Warte mal, da konnte man noch was eingeben. IRL bewegen. Aktuelle Position. Legende. Okay. Gut. Ich, ähm, ja, kurz einmal gesagt am Anfang, ich geh auf Subs und so, ähm, in den Pausen zwischendurch ein. Ich möcht mir jetzt versuchen, so gut wie's geht, hier auf das Spiel einzulassen. Ähm, sorry, aber ich danke euch für den Support, auf jeden Fall. Subs sind immer gern gesehen, sag ich euch ehrlich, aber, ne, sonst, ich will jetzt versuchen, so ein bisschen mal hier, mich hier so mal ein bisschen, ein bisschen drauf einzulassen, ne? Ihr kennt mich, sonst bin ich zu verpeilt, dann verpeile ich Sachen. Okay, ähm, geh ich hier runter oder geh ich zum Haus? Ich bin ja immer so einer, ich geh erstmal hier runter. Kann ich rennen? Ah ja. Okay, doch nicht 70, doch 70er. Ist schon so 70s mäßig hier, oder? Okay, Kamerateam. Oh, ich kann mal aufmachen. Okay. Das ist auf jeden Fall so 70s. Kann man da irgendwie noch jetzt das aufmachen? Join us. So, okay, das. Was meint ihr, Chad? Äh, gerne eine Eins einfach dafür, wenn's ist, zwei ist, nicht so wichtig. Ist das so eine Story, wo es sich auch lohnt, so auf die Story zu achten und so? Also, oder sonst verschwende ich hier Zeit mit so Lore und es geht eigentlich mehr ums Gameplay und so. Oder hat das eine gute Geschichte, würdet ihr sagen? So, dass ich das auch mal ein bisschen durchlese und so. Okay, das sind viele Einsen. Okay, nice. Ja, dann werd ich das auch versuchen zu machen. Ich werd bestimmt ein paar Sachen trotzdem überspringen, weil ich ein bisschen Lesefrau bin manchmal. Aber, ähm, so ist es ganz cool. Dann weiß ich schon mal Bescheid, dass es hier so darum geht. Also, wir können ja trotzdem mal gucken. Was ist das hier? Sewogators. Seeking to the Xenia in a Ghost House. Scheduled Equipment. Okay. Das ist doch der, äh, das ist der Van, den die haben hier. Ist das irgendwie so ein Kamerateam oder was? Okay. Ich check noch gar nicht, in welcher Zeit wir sind. Also, ich bin auf jeden Fall der Ex-Freund oder sowas von der Mia. Habe ich jetzt, denke ich mal einfach, und die, und irgendwie, ist die hier vielleicht verschwunden mal? Und jetzt war, dann war, ist die weg gewesen? Und, aber ich hatte auch so einen ganz komischen Läppi mit so dreckigen Fingern. Boah, im VR würde das mich wahnsinnig machen, Leute. Das hättet ihr echt zu viel Schiss. Okay, ich kann ja nichts, kann ich irgendwas benutzen? Nee. Ah, hier, okay. Hallo? Peechen? Wie so ein Typ mit so OCD. Du musst alles immer zweimal drücken. Oder siebenmal immer Prim zahlen. Ja, komm. Hat der Maul noch nicht, ich spiele, ich spiele jetzt. Erschreck dich jetzt mal. Okay, ich, ja, ich kann hier nichts machen. Habe ich was zum Benutzen? Ah, hier ist ein ganzes Menü. Was ist das denn hier? Das hat eine E-Mail von mir. Soll ich das mal angucken? Ah, okay. Kann man zoomen? Wieso kann man nicht ranzoomen? Ah! Kann man nicht zoomen? Okay, okay. So geht's auch. Von Mia Winters, gesendet Dienstag, 18. Ah, jetzt haben wir die Zeit. 2017. Ziemlich spät abends. An Ethan. Ich bin Ethan. Okay. Das war meine Frau. Also sogar. Beckerfarm. Komm und hol mich. Das ist noch nicht so für mich relevant, wie es aussieht. Okay, ich gehe nochmal hier rein. Ich check's nicht. Ich muss ja hier rein, aber vielleicht gibt's einen anderen Weg. Ah, jetzt hat er schon stärker dran gerüttelt. Das ist gut gemacht mit der Atmo hier, mit den Grillen und so, mit dem Grillenzirpen. Gefällt mir. Ich geh mal hier runter. Da geht's wahrscheinlich. Ja doch, hier geht's doch. Ich war doch hier. Hab ich doch gesehen. Da ist doch so ein Loch im Dings. Ich bin halt so super froh, dass es nicht nachts ist gerade, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Ich find's ganz cool, dass es hier gerade tagsüber ist. Hab ich nicht so... Ich hab ja eh keinen Schiss, gar nicht. Aber die Fliegen sind schon ein bisschen eklig. Hey, Jesse, vielen Dank für die fünf Gifte-Zaps. Du bist die Beste. Danke. Ah, da ist ein Viech! Mann! Dude! Habt ihr den gesehen? Das mag das nicht, wenn man die immer kurz sieht und dann sind die weg. Ist der jetzt weg? Das war so'n Dude! Kann man hier in den Sumpf was... Oder? Ich hab keinen Schiss, ihr habt Schiss! Lass mich in Ruhe. Da war ein Dude! Oh, das Ding ist ja hier, Mann, nee, das ist schon... Ah! Das dunkle Zimmer hier macht's auch nicht viel besser, ich Idiot! Warum mach ich hier das so mit Kerzen und so, als wäre das... Nur für die scheiße Atmobil, ich bin hier mega im Dunkeln! Das hab ich halt echt ein bisschen Schiss! Nein, hab ich nicht! Ich hab keinen Schiss, nein, ist Quatsch! Hab ich... Jetzt spiel einfach doch, nee, halt im Maul jetzt! Okay, cool! Alles klar! Alles klar! Cool, mega weirde Rituale, wir sind bei Blair Witch Project, ich werde das Spiel hassen, ich werde mega Schiss haben! Die Art Horror ist meine schlimmste Art, ich hab bei Blair Witch... Ah! Fuck! Fuck! Der Scheiß-Controller hat auch noch so vibriert, ey! Das ist Tutorial noch, Mann, was soll das? Warum krieg ich jetzt schon so einen Schock? Ich finde immer wichtig zu sehen, ob man die Füße sieht, kennt ihr das bei Videospielen? Ich hab coole Schuhe an, wie es aussieht! Coole Boots! Macht das Wasser so zacken? Ne, ne? Rabio! Das ist das Haus, ähm, wo wir von vorne nicht reinkamen? Ich schüpf mal hier runter einfach! Ich bin ja so jemand, wenn ich Horrorfilme gucke oder so, ich bin ja eh nicht so ein Horrorfilm gucke, aber nicht, weil ich Angst hab oder so. Ich hab eigentlich wirklich keine Angst bei Horrorfilmen, ich bin auch aufgewachsen mit so, ähm, ähm, Halloween, also das Original mit Mike Myers, wie der hieß, wie hieß der nochmal? Oder das, äh, Michael? Steven? Und, äh, Fried auf der Kuscheltiere und so das Original und so. Das hab ich immer geguckt, aber was ich halt nicht kann, Leute, das ist, ähm, so Paranormal Activity oder halt, äh, Blair Witch Project und so. Die, das ist echt für mich, das hat, also bei Blair Witch Project hatte ich mega Schiss, sag ich ganz ehrlich. Und deswegen hab ich jetzt grad so, ja, wenn das die Art Horror ist, dann, scheiße. Was ich dann immer mach, wenn ich Horrorfilme sowas gucke, ich hab dann immer so einen anderen Sender, schon parat, sowas wie Nickelodeon oder sowas, und dann schalte ich da immer hin. Kennt ihr das? So quasi so als, ah, okay, kurz mal heile Welt wieder, dann kommt irgendwie Spongebob oder sowas oder Bernd das Brot und dann guck ich mir das zum paar Minuten an und dann geh ich wieder zurück zum Horrorfilm. Weil ich dann immer denke, das ist so wie Licht anmachen. Okay. Genug Anekdoten jetzt, Baller, ich geh da rein. Aber hat der, weiß ich, den Evil überhaupt noch irgendwas mit dem Original zu tun, hier mit Milla Jovovich und sowas, mit irgendwelchen Zombies und der Umbrella Corporation? Oder das ist einfach nur sozusagen, nur in Anführungszeichen jetzt eine Horrorreihe, die einfach eine Horrorreihe ist? Oh, guck mal, kann man interagieren. Back, back. Ist wahrscheinlich einfach nur, ich glaub, das ist mittlerweile einfach nur eine Horrorreihe, oder? Okay, ich geh jetzt hier hin, da ist bei mir so eine, was ist das überhaupt, da war ein Schlauch dran, oder? Ein Wasserschlauch. Hier ist Febrés. Stinky, stinky. Oh, nee. 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 Gibt's ne Taschendampe, oder so? Kein Backseat-Game hier übrigens, Leute, ne? Ich sag's nur. Wenn ich sowas frag, ist das ne rhetorische Frage. Ich hab eh kein... Aber ich mag ich... Komm, ist nur ein Videospiel, jetzt geh rein. Da, scheiße drauf. Och, Mann, nee. Geh doch ganz auf! Oh, dass man das so nachdrücken muss, die Tür, weißt du, bei allen Türen und so, mach doch einfach die Tür ganz auf, dann seh ich schon. Ist nur ein normales Haus, ist nur ein normales Haus. Ich bin fröhlich, das ist eine gute, normale Musik. Die hat nen komischen Hut auf, okay. Ja, 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 ja. Ich kann... Ich hab noch keinen Bolzenschneider, denk ich mal, brauch ich. Hier ist ein bisschen heller, das gefällt mir. Hier ist cool. Safe Zone. Okay, hier könnten wir auch mal wieder spülen. Soll ich euch ganz ehrlich? Sieht ein bisschen aus wie in meiner WG, damals mit Dani Boschmann. Wenn er mal nicht zu Hause war. Hahaha. Nur ein paar mehr Pflanzflaschen müssten hier rumliegen. Topf. Kackelacken. Ah, ich hasse Kackelacken. Ja, da erschrecke ich mich nicht. Hey, vulgär. Was war denn das mal? Ogodash? I don't know. Man weiß es nicht. Hm. Okay. Äh. Ich mach einfach mal alles... Was ist das jetzt? Was ist das? Nimm ich das mit oder nicht? Warte mal. Kann man das... Nee. Kann man nicht. Oh, ich brauch hier irgendwie einen Schlüssel oder so. Okay, das sehe ich. Hab ich noch nicht. Ich hab ja noch gar nichts einfach. Hier sind... Nicht cool, ja. In zwei Jahren mehr als... 20 vermisste Personen. Okay, okay. Das ist ein Hint. Das ist ein Hint wohl. Hm. Würde ich nie im echt Leben aufmachen, diesen Kühlschrank in so einer widerlichen Küche hier? Fucking... Wo ist Tine Wittler, Alter? Die muss man hier aufräumen, Alter. Werah entweder. Hier mal die Messejäger. Oder wie heißt das? Die Messejäger vor allem. Sie sind Messi. Wir jagen sie. RTL, die neue Produktion. Die Messejäger. So wie Dog, the Bounty Hunter oder sowas. Nee, was ist denn hier drin? Sorry, Leute. Ich versuch... Leute, das ist alles Unsicherheit, weil ich Schiss hab. Ich mach hier gerade Gags, weil ich einfach... Dass ich mich hier unwohl fühle in diesem Raum. Das wird wahrscheinlich öfter so vorkommen in diesem Netzwerk. Pfanne. Vielleicht als Waffe nehmen? Geht das? Okay. Ist das eklig. Kann ich mich bücken? Ihhh, das sind Maden. Maden, Mann. Bah, ist das eklig. Spaghetti. Würde ich nicht mehr essen. Okay, weiter geht's. Ich hab jetzt, glaub ich, hier alles mit allem interaktet. Hier ist der Müll. Den bringen wir nachher raus. Natürlich. Das sind gute Gäste. Ich werd gleich erschrocken. Ich weiß es jetzt schon. Ist doch klar. Oder die warten extra lang. Das ist doch klar. Die warten jetzt extra lang, eh, damit man sich in Sicherheit wiegt. Und dann... Kommt so ein Viech um die Ecke, so ein Zombie oder sowas. Und dann, äh, oh, toll, Capcom. Hast dich erschrocken, du Depp. Ja, aber wird trotzdem so passieren. Scheiße. Ich geh auf keinen Fall da hoch. Ist im Arschlecken. Geh noch nicht da hoch. Was ist hier? Ich geh einfach hier rein. Ich bin jetzt einfach Jodomäßig unterwegs. Ich weiß eh, es kommt. Ich werd mich erschrecken. So, ich kann's nicht... Ich kann das jetzt nicht taktisch wahrscheinlich abwerten. Können wir uns sehen? Nein, scheiß Spiegel. Ich glaub, jetzt kommt's bald. Hunde durchs Fenster oder sowas. Oh, da geht ja auf. Kann man das noch creepier machen eigentlich, ey? Oh, nee, ist das so mit... Werden die irgendwie misshandelt oder so? Die Mädels. Weil dann fick ich diese Zombies so hart. Mach ich die alle... Okay, hier muss ich nachher wahrscheinlich irgendwie ne Leitung... Ne Leitung reparieren oder so, damit irgendwie Strom angeht. Oh, nee, ich weiß jetzt schon, was kommt. So, ähm, out of tune. So mega unheimlich. Ja, okay, ich bin jetzt auch echt nicht so ein Genie. Nee, das ist jetzt... Weiß jeder, dass da jetzt so unheimliche Klinge... Wollen wir was anhören? Ja. Eigentlich ganz geile Sassel, muss ich ganz ehrlich sagen. Die mal ein bisschen bares Ferraris. 80 Euro auf jeden Fall. Bisschen restaurieren. 80 Euro ist das die Lumpen wert. 80 Euro. Okay, hier ist ein Gefängnis. Warum liegen hier welche Fotos davon rum? Das verstehe ich nicht. Das ist die Creepy Family oder was? Das sind wohl die Eigentümer. Jesus Christ. Fucking weirdo. Ich höre Geräusche hinter mir. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Okay, hier sehe ich jetzt irgendwie 8mm Style. Irgendwie was ganz Schlimmes wahrscheinlich. Aber E-Mail, ich habe nichts zu benutzen. Ich muss da ein Videotape reinlegen. Doch, okay, haben wir noch nicht. Gut, weiter geht's. Ich brauche eine Waffe. Ich muss hoch, war klar. Ja, wir alle typischen weißen Menschen in Horrorfilmen. Das hat schon, äh, ähm. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Bit von, von, äh. Ah, von, ähm. Ja, wer war das jetzt nochmal? War das, äh, Hannibal Buress? Oder war das Chris Rock? Der meinte so, der Unterschied zwischen schwarzen und weißen beim Horrorfilm ist immer so, wenn es irgendwie in so einem Haus spukt, dann sind die Schwarzen so nach 10 Minuten so, okay, ciao, wir ziehen um, wir ziehen in andere Gegend. Aber die weißen immer so, ja, das soll man hier einziehen, lass mal renovieren. Und lass mal vor allem auf jeden Fall nie das Haus, nie, nie vorne rum rausrehen, wenn Zombies da sind, immer nach oben. In der oberen Stock. War es Eddie Murphy? Wie, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein gutes Bit. Egal, weiter geht's. Ich geh jetzt hoch. Aber hier ist hell. Das gefällt mir. Da tut sich nix. Wieso Stairs? Wieso? Was? Haben die hier so einen Lift da? Treppenlift? Oder was? Ey, verstehe ich nicht. Das ist doch echt so alt. Was soll denn hier passieren? Da kommen dann Treppen raus? Von wo denn? Okay. Okay, hier ist irgendwas. Oh, Videotape. Nehmen wir mit. Jetzt machen wir nachher unten rein. Okay. Ach, hier kann man speichern. Okay. Äh, ja. Checkpoint, Leute. Okay, hier ist Invent. Okay, was ist jetzt? Mir finden. Das haust du dich so ein Video für Hinweise ansehen. Was kann ich hier machen? Das Buch hier noch? Ich kann hier immer nur speichern. Ich hab's gerade nochmal gedrückt, um zu gucken. Okay, alles klar. Dann hab ich hier Inventar. Tape haben wir, E-Mail. Ansonsten nichts, ne? Ich kann nicht irgendwie eins oder so. Okay. Ja, noch? Also überfordert bin ich nicht vom Menü, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das ist jetzt nicht immer unbedingt gang und gäbe bei meinen Let's Plays. Ich hab schon einige Let's Spiele abgebrochen, weil... Ich das Video nicht verstanden hab. Hier ist noch alles cool. Was ist... Warum ist hier so komisches... Was ist das für... Ist das scheiße? Okay, wo war nochmal die... Ähm, hier. Komm, mach mal Gas jetzt hier. Wo war der Fernseher hier, ne? Okay. Lass mal das... Ja, lass mal das Videotape angucken, was ich überhaupt nicht angucken will. Auf keinen Fall will ich das sehen, aber muss ja jetzt wahrscheinlich. Scheiße. Ich hab dich. Ach, ich bin da aktiv! Gerade wo er sagt, this new guy, now feeling him. Und ich bin der größte Vollidiot. Uh, guys, sorry, I just had a joint before we started filming here. Try to say the show's name this time, okay? Ist so ein... Wieso ist er so ein Arschloch? Ist nicht witzig, Kollege. Der ist der Erste, der stirbt, wetten? Okay, guys. Wer bin ich aber jetzt? Also warum habe ich jetzt in dem... Verstehe ich nicht. Ich dachte, das ist jetzt ein Video, was ich mir angucke, aber jetzt... Okay, let's go. Bin ich der Kameramann? Was bin ich? Mot! Motte! Motten, Mann! Mot! Okay, aber das ist auf jeden Fall neulich gewesen. Das sieht ja auch noch gleich scheiße aus hier. Ja, das... Ich mag den nicht. Ja gut, der soll man noch nicht mögen, ne? Bin schlau. Haha, gar nicht so schlecht! Was ist die Geschichte, André? Abandoned farmhouse, missing family, foul place inspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? Three years. Clancy, get a shot of this! Sorry, I had a burrito. So, uh... Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the bakers. Jack and Margaret and Hayes. Noch keine Kakalakis. Okay. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Bad seat? Bad shit! I know I shouldn't have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. André, what do you think? André? Wo ist er? André? André! André, du Depp, warum bleibst du nicht bei mir? Regel Nummer 1 in Horror-Dingern. Bleib zusammen, vor allem in so einem Haus. Zusammen bleiben, du voll Depp. Nicht nach oben gehen, vor allem. Ist natürlich nach oben gegangen, André. Der heißt auch André. Natürlich ist er nach oben gegangen. Leute, die André halten, ist der Erste, der hochgeht. Du steigst mit mir. David! David! Der ist doch hochgegangen, Kollege. Er hat gesagt, ich muss mit ihm bleiben. Ich mach jetzt einfach mal, was er sagt. Obwohl er... Du musst deinen Geld verdienen. Ich weiß nicht. Hörst du das? Nein. Ja. Ja. Sean ist auch immer einer, der wirklich stimmt. Sean ist auch immer jemand, der zuerst stört bei so... Tini. Horrorfilm. Ich muss mal gleich noch einen Chip schabulieren hier. Ich versuche, das Spiel auszutricksen. Ich glaube, ich ahne schon, das kommt irgendwie, irgendwas von oben kommt oder von hinten. So auf mich zugerannt, so ein Schatten. Irgendwie sowas. Oder natürlich auch durch den Schacht. Kann aber auch noch von unten kommen. Nein, kannst du aber von überall kommen. Ich hab einfach... Ich bleib hier in der Ecke. Mit dem Rücken. Was? Don't touch my penis. Ach so. Er hat meinen Penis getotcht. Gerade. Habt ihr es gesehen? Müssen wir da reingehen jetzt? Komm, du Pussy. Ich geh zuerst. Kann man hier runterrutschen wie bei Bloodborne? Zu viel Bloodborne gespielt. Man will hier den Leuten einfach runterrutschen. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Der ist schon schockiert von irgendwas. Der dreht sich um, wenn ich jetzt da hingehe. Ich weiß es doch. Bin nicht erschrocken, wusste ich. War klar. Ja, pff, easy. Standards, Horror-Stuff. Kein Problem für mich. Gut, aber jetzt wissen wir, wo die Abkürzung ist. Wo ist denn die? Kann ich das jetzt wahrscheinlich ziehen oder so? Oder nicht Abkürzung, sondern da geht's ja rein. Wo war denn das, wo der mir an den Pimmel gegriffen hat? Hier, warte. Wie, kann ich das jetzt ziehen oder so? Das Ding so zur Seite oder hier irgendwie aufmachen? Hm. Warte. Ich bin doch schlau. Das hab ich doch richtig wahrscheinlich. Ich denk doch gerade richtig, oder nicht? Hier ist aber so ein... Was ist denn das hier? Warum ist hier so ein Seil? Ich kann nix interagieren irgendwie. Hm. Oh, ich bin jetzt schon lost. Er hat irgendwas gemacht mit den, ähm... Warte, er war doch hier am, 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 am Dings. Warte, das weiß ich gerade. Ha! Hebel! IQ, Leute! Galaxy Brain! Galaxy Brain! Galaxy Brain! Ja, geh runter. Aber da liegt... Ah, liegt da jetzt die Leiche? Oder nicht? Dammit. Keine Leiche. Hier stand er. Hat er sich das ins Gesicht gefahren, oder was? Hm. Oh, jetzt geht's hier bestimmt in die Menschen rein, oder? Quasi irgendwie... Oh, unangenehm. Unangenehm! Kommt jetzt so ein Fischviech, oder so? Sorry. Ich hatte vorhin nen Burrito. Hahaha. Ah, er ist eigentlich nicht der Humor normalerweise auf diesem Kanal. Ja, aber sorry. Da kann ich nicht widerstehen. Vor allem Burrito. Man sagt doch Chili oder Bohnen, oder so. Gott, dammit. Immer, wenn ich irgendwie Scheiße erzähle, kommen irgendwelche Ficker. Raben, Leichen. Ist das... André? Doch gesagt, du sollst nicht runtergehen, André. Habe ich eigentlich gar nicht gesagt. Stimmt. Jetzt bist du André. So lange ist der noch gar nicht tot. Pathologie studiert, Leute. Warte mal, heißt das Pathologie? Weiß das nochmal? Ich glaube schon. Wenn die Polizeisten sagen das bei Filmen und so, wir holen den ab in der Pathologie. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Können die mal hier nen Müll rausbringen? Der ganze Keller hier erinnert mich so ein bisschen an meinen Entwurfsordner bei Twitter. Überall Müll und Leichen, ey. Alles sieht scheiße aus. Das hätte ich gar nicht mehr dazu sagen müssen. Die Analogie hat man so schon verstanden, Donnie. Okay, danke. Job. I. Sind die Hero-Junkies? Am Start. Oder wie? Was geschieht hier? Gut, ich geh mal weiter. Ich muss immer aufpassen, ob ich irgendwas interagieren kann. Dass ich irgendwelche Objekte vielleicht brauche oder finden kann, die ich... No way! Ich hab mich erschrocken. Wirklich, tatsächlich. Shit. Ich versuche immer vorderhörnmäßig drüber zu stehen über dem Spiel, aber dann erschrocke ich mich doch irgendwie. Das ist auch super creepy. Die Gemälde hier. Licht. Licht ist gut. Immer zum Licht. Normaler Boden auch gut. Hier ist irgendwie... Ist bestimmt ein Speicherpunkt, oder? Hier kann ich bestimmt mal kurz chillen. Turned. Dead. Turned. Wie? Turned. Steht da Andre? Nix von Andre. Mia, aber Mia war die erste dann. Meine Frau. Bolsonaro. Nehmen wir. Geil. Wir können jetzt viel aufmachen, was wir vorhin noch nicht aufmachen können. Okay, warte mal. Hier ist irgendwie Sherlock Holmes. Hier war irgendwie einer, der Research gemacht hat oder so. Wie es aussieht. Finden wir Mia. Mama Mia. Das ist so krass, warum für Menschen Licht gleich safe bedeutet, oder? Also ich bin jetzt auch gerade überhaupt gar nicht mehr, hab nicht mehr so viel, bin nicht mehr so angespannt. Sobald einfach. Und es ist nur ein Videospiel, Mann. Aber Licht ist immer wichtig. Warum? Ja gut, weil wir Sachen sehen gar nicht. Ich kann es aber aufmachen hier. Ich schneide das jetzt auf. Aber will ich da überhaupt rein? Die sieht ein bisschen zombie-mäßig aus. Von hinten schon. Super creepy, die wendet hier mit diesen Matratzen. Oh, ich könnte jetzt so ein Casper-Matratzen-Witz machen, die würden aber nur Gäste ist der Gäste bei den Hörern, glaube ich, verstehen. Aber gut, lass ich lieber. Ey, Multikasten, vielen lieben Dank für die fünf Gifted Subs. Bester Mann. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ich sehe euch, ich sehe euch, aber ich bin auch ein bisschen vertieft im Spiel. Warte mal, ist die, lebt die? Oder ist sie tot? Das ist doch Mia, oder nicht? Ja. Das ist sie doch. Ich schütte ein Bier hier. Was? Chip, Bier. Geil. Wer? Wer ist hier? What the hell is going on? Daddy is coming. We need to go. He? We need to go now. Get the wife. Who? Hat sie gesagt, warte mal. Stopp! Hat sie gesagt, Daddy is coming. Daddy is coming, hat sie gesagt. Noch ein Chip. Aufregungsschip. Hat die hier so ein Sexding am Laufen? Baby, you can come. Three years. Three years? Has it really been three years? Okay. Ich bin hooked. Das finde ich mega interessant. Die ist auch nicht gealtert, oder? Okay, drei Jahre sieht man wahrscheinlich nicht. Aber die ist freiwillig hier, oder? Was ist da? Wieso mache ich mit meinem Kopf mit? Chip, ich brauche zur Berührung. Okay, let's go. Ja, move. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia, are you sure you know, where you're going? Family brought me food through here. I remember. Hier geht's zu Menschen, oder? Wahrscheinlich. Oh, das kenne ich noch von Jedi Fallen Order. Lichtschwert wäre jetzt geil hier, Alter. Da können die Zombies kommen. Oder sind sie überhaupt Zombies? Daddy, Alter. Das klingt wie so ein... Okay, gut. Ist da Licht? Ich hab' nen Bolzenschneider. This is it. No, it's not that. Jetzt kommt er. Daddy's gonna fuck us up. Okay, I think. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. Oh, die kleine Puppe da oben. Super creepy. It's not here. It's gone. It's gone! What? Oh, we're gonna be a family. Now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. Warum läuft die so wie... Hier läuft's ein bisschen Zombiemäßig auch. There's another door here. I'm sure of it, sagt sie. Okay, ich muss jetzt was finden. Oder muss ich mich um sie kümmern? We gotta get out of here. Just stay here, alright? I'm gonna have a look around. Okay. Creepy... Creepy doll. Zwei creepy dolls. Cool. Ich hab mich hier noch nicht fertig umgesehen. Worst boyfriend. A husband ever. Oh, guck mal. Die Hafer ist gut. Grau. Finde ich gut. Okay. Daddy. Hoffentlich ist da oben einfach wieder Licht. Die Tür ging von rein auf. Nicht cool. Wer ist Daddy? Daddy cool. Es regnet draußen. Was ist denn... Warum kann ich das aufmachen? Was ist denn das? Sind das FFP2-Masken? Jetzt ist die Tür zugegangen. Kann ich da wieder... Nicht wieder... Okay, gut. Kann ich hier jemand anrufen? Polizei! Daddy ist hier! Okay. Karte des Gästehauses. Okay, cool. Bring mir das... Kann ich das irgendwie richtig sehen? Karte. Ah! Okay. Okay. Ah, das ist ja cool. Jetzt seh ich auch so richtig so, wo ich nicht kann und wo ich hin kann. Okay, wir können also links ins Bad gehen. Progress. Aber ich gucke trotzdem mal um die Ecke da vorne. Aber da war er rot. Da können wir jetzt wahrscheinlich nicht durch, ne? Mhm. Let's see. This is the bad. Mhm. Oh, was? Da stand da? Was war das? Whisky? Nee. Ich habe nicht darauf geachtet, weil ich habe es zu schnell aufgehoben. Das hier. Ähm. Erste Hilfe Arznei. Okay, nice. Nochmal Erste Hilfe Arznei. Hier klauft jemand. Wo? Ich weiß nicht, wo. Ich gehe dem Sound nach. Da wieder, wo wir herkamen? Ja, oder? Oh, ich will da nicht rein. Jetzt nochmal. Guck mal, wie dunkel das aussieht. Kam das von da überhaupt? Ich kann auch nicht langsamer, schneller laufen. No way! No way! No way! Ja, gedrückt halten oder tippen. R2. Ja. Wait. Wait! Mia raucht Crack! Anscheinend. Leute, Crack never once. Jetzt ist sie wieder normal. Okay. Ich kann sie fühlen, sie klingeln, sie wieder zurück in mich. Geh weg! Bleib mich allein! Sie ist von einem Dämon besessen. Das ist aber auch irgendwie. Davor war er mega höflich, understanding husband, dann so. What the fuck are you, Mia? You be smoking Crack, bitch! Okay, warte, ich konnte irgendwas machen. Er hat's, äh, ah, okay. R1 ist, äh, Corona-mäßig. Ähm, Desinfizierung. Okay, gerade, hm. Kann ich, ist Mia jetzt tot oder was? No, she's not! Jesus Christ, okay. Crack's kicking in. Alter, fies. Stark. Ja. Okay. I'll kill you, bitch. Au, ich hab Ausgäberchen wie bei Dark Souls, scheiße. Ich versuch, die ganze Zeit aufzureichen. Backstab! Ich seh die... Ja, ich seh nicht, wo ich hin... Ich hau dir in die Fresse! Crack never once! Aber habt ihr gesehen, der Dämon ist, äh, äh, entwichent gerade. Habt ihr gesehen, der, der, der Gesicht wurde, ähm, normaler am Ende. Scheiße, aber jetzt ist sie tot. Meine Frau. Mia? Ich will die Axt. Are you kidding me? It's Klingelt's Telephone? Keine. You really shouldn't have come here. Who's this? Now what the fuck is going on? My name's Zoe. This should be your way out through the attic. Attic? Okay, sorry Sorry ist am Start Ist da jetzt zu? Okay Jetzt ist da offen, ne? Ja, magische, jetzt ist die Tür offen Auf magische Weise, Art und Weise Ach, Alter, was Du kannst nicht mal richtig reden Was denn hier, hab ich noch irgendwelche Items? Warum kann man das aufmachen, wenn da nix drin ist, Mann? Gib mir, ich brauch die Axt Ja, hier, geil Jetzt ist sie weg, wo ist sie? Wo ist die Leiche? Hat wahrscheinlich irgendwie die Dharma Initiative Haha, das ist auch nicht witzig Geil, gut Okay, jetzt, warte mal, bin ich hier richtig? Okay, jetzt geht's hier weiter Achso, ist der Anfang wieder Oh, dann sprechen wir hier, oder? Ah, ich bin schlau Ich bin schlau, ne Doch, ich bin dumm, ne, wo? War hier nicht der Tisch, wo wir Nee Warte mal, wo kann man nochmal speichern? Hier? Hä? Da kann man doch speichern hier, oder nicht? Vielleicht war das oben Scheiß Schublade, Fick Was ist das? Okay Ah, hier, okay Jesus Christ Aber man gewöhnt sich dran Man ist irgendwann nicht mehr so ganz so angespannt Angeblich Oh, jetzt hab ich schon ein bisschen Schiss gehabt Ein bisschen Hier, da, ich hab ein klein bisschen Schiss gehabt Aber ich hab mich gut geschlagen, glaub ich Ähm, ja, überschreiben Und dann weiter Aber man gewöhnt sich tatsächlich dran Irgendwie Also ich bin zum Beispiel Eher mit diesem Psycho-Horror bin ich schlimmer Als dieses jetzt Das Mia da wieder aufersteht Und so hab ich mich jetzt nicht so wirklich erschrocken Weil das so erwartet man halt, ne Aber gut Schnitt Und jetzt zwei Minuten bin ich schon wieder Hab ich Erschrecke ich mich wieder Okay, aber ich muss jetzt in die Attic kommen Dachboden Aber was können wir hier nochmal Akten Liste mit Namen Okay, ich hab noch nicht viel gesammelt Ja, aber wo, wo Wie komm Warte mal, ich hab jetzt einen Bolzenschneider Ich komm doch jetzt wieder An Orte, an die ich vorher nicht kam War hier nicht Kann ich jetzt nicht vorne An den Eingang der Menschen gehen Jetzt mal ganz blöd Aber komm ich wahrscheinlich nicht raus, oder? Das Spiel will wahrscheinlich nicht, dass man Doch Warte mal Ich werd bestimmt erschrocken gleich Ne, okay Ich komm nicht raus Casino, das flackert Weil ich hab nämlich hier Kerzen angemacht Für euch Achso, da flackert es echt ein bisschen, ne? Oh Mann, jetzt krieg ich hier Schiss Guck mal, wie es hier flackert Was ist das? Ist das? Okay, das ist die Kerze Ich dachte kurz, ich hab so ein Paranormal Aktivide-Scheiße hier im Zimmer Oh Mann Oh Mann Mann, ey, ich dachte echt Ich hab, ich schwör's euch, das war jetzt nicht gespielt Ich schwör euch, ich hab echt kurz gedacht Ich hab hier irgendwie so ein Paranormal-Geist an meinem Bett Ich warte, bis du schlafen gehst Und dann so Ja, scheiße mit der Latenz auf die Klaus gehen Ist natürlich immer wack Gut, weiter Boah, hätt ich das nicht im Chat gesehen Hätt ich wahrscheinlich mich nachher noch mehr erschrocken Okay, weiter geht's Wo sind wir jetzt? Äh, ja Ich bin zurückgegangen, weil ich dachte, ich kann wieder raus Und dann zu der einen Tür Aber hier ist Ah, Bolsonaro Nehme ich hierfür Hier ist bestimmt was drin, was ich brauchen kann Geil Ja, mach halt Äh, äh, nicht Ja Hä? Objekt benutzen, okay Hä? Was? Hä? Benutzt es doch Nochmal X Und jetzt hier Ah ja, okay Ging doch Ah, ich weiß wohin Das machen wir oben in die Sicherung Ja, ja Ja, easy Ist doch einfach das Spiel Keine Angst Ihr habt Angst Ich mach jetzt Ah Oh, nein Da ist Mia Oh, ich hab mich Hey, Frostbaggy Danke dir für die 5 Gifted Subs Sehr, sehr großzügig und lieb von dir Vielen Dank für den Support Ähm, ich mach jetzt hier was in die Ich mach jetzt hier die Sicherung rein, Freunde Ich hab Blut Ähm, bin ich beschädigt? Ich mach mal R1 Aber warum? Das ist alles, was passiert Einfach, wenn man sich so ein bisschen Desinfektionsmittel über die Hand macht Okay Ähm, dann machen wir das hier rein Okay Was ging an jetzt? Licht Was ist angegangen? Achso, warte, kann ich jetzt Ja, ist doch sicher Achso, muss ich jetzt einen Lichtschalter wahrscheinlich suchen Hä? Irgendwas ist passiert, aber auch nicht Kann ich das jetzt hier anmachen? Strom Aber es war schon die ganze Zeit Strom Äh, der Fernseher lief doch Okay Jetzt überlege ich gerade Wo war ich, wo ich den Strom gebraucht Hab und es nicht lief Küche? Oder War hier was? Guck mal auf die Karte Wo muss ich eigentlich hin? Okay, die Treppe runter kann ich jetzt nicht mehr Ich glaub hier ist schon richtig Gucken wir mal Da Küche und dann Hinter Eingang Ah ne, da ist ja falsch Hoch kann ich jetzt auch nicht mehr Hä? Warte mal Ich glaub Ich geh mal in die Küche Ich schwör, dass es nicht gespielt Das war Da hab ich mich gerade mega erschrocken Ich hab mich gerade mega erschrocken Das war auch richtig lauter Schrei Ich krieg echt Ärger von den Nachbarn Wow So würde ich nie mich erschrecken Beim normalen Fernsehen gucken Ich hab mich gerade so hart erschrocken Ich kann, was soll ich machen? Okay Ciao Monetarisation auf YouTube Ich hab keine Hand mehr Cool Ich masturbiere mit Links übrigens Also in der Rolle hier im Spiel Ja Ach Was soll ich machen? Ich kann ja Muss ich hier folgen Um meine Hand zu kriegen Oder was? Das ist ja voll übel Einfach Was geht? Das ist ja übelst brutal Das ist ja übelst brutal Ich halte einfach mein Stuppen jetzt Oder was? Kann man irgendwie Desinfektionsmittel drauf machen? Nee, das bringt ja auch nicht Das ist ja logisch Aber wo ist das Bad? Ist jetzt hier? Wo ist sie denn hin? Was muss ich machen? Immer die gleichen Räume Ich hab langsam keinen Bock mehr Auf die Räume hier Gehen wir wahrscheinlich hoch gehen Einfach hoch im Zweifelsfall Da wo es am unheimlichsten ist Einfach immer da hin Stumpenbild, Alter Kann ich jetzt hier was machen? Ach, guck mal Stairs Ah, Etic Stairs Klar Jetzt kommen die Treppen raus irgendwo Ja klar, ich hab jetzt Strom Haha, wusste ich doch Klar Easy Ich weiß aber nicht, ob ich hier hin soll Ich hätte jetzt lieber meine Hand zurück Ehrlich gesagt Oh, ja Ah, Mini Schreck Mini, Mini Schreck Mini, Mini Oh, ne Pistole Nice Jetzt geht's ab, Mia Kommen wir nochmal vor die Flinte, Alter Die ich baller hier ab Ja, Mia Ich muss jetzt mal dran glauben hier Kann ich das jetzt nehmen? Bringt mir das was zu Aber Stumpen ist Stumpen Ja Ich hab ja keine Hand mehr Bringt ja auch kein Bringt mir ja nix Hände Geblutet Haha Manchmal seid ihr schon witzig im Chat Sag ich ganz ehrlich Ich darf nicht zu oft witzig sein Weil nachher verliere ich hier meinen Job Dann Warum soll ich dann hier witzig sein Wenn ihr viel witziger seid Boah, übelst ekliges Rumschleimen beim Chat, ey Sorry Ich hab alles zurückgesetzt Scheiße So Pistole Munition In den Kopf Börerlich als Kopf Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen am durchrushen Aber irgendwie Ich hab halt einen Stumpen Kann ich hier? Stumpen, Mann Kann ich die Waffe wechseln? Vielleicht mit der Axt mal ein bisschen Badern hiergegen So Ne Doch Vielleicht kann man die auch machen Ich spiel zu viel Dark Souls, Leute Ich denk halt immer, man kann irgendwann looten Okay, hier ist nix Verliere ich gerade Blut, ja? Weiß ich nicht Mia ist irgendwie nervig Zeig ich euch ganz ehrlich Scheidung ist eingereicht Das ist sie auch nicht Das ist irgendein Dämon in ihr drin Ist doch klar Jetzt lass mich dich abballern Nein, falsche Waffe So Ich hab Aim Kann das Zweig ESL 1 Kann das Zweig 1.5 ESL gespielt Ich kann alles Das Zweig A lang Aber warum stößt du nicht? Nein Mein Aim ist auf Scheiße, ich sterb Nein, ich bin tot Ich hab In meinem Wanst Von hinten Eine Ja Man nennt es Umgangssprachlich Nennt man das Chainsaw Ich hab schlecht geaimt Wie? Ich kann jetzt nur neu starten Aber ab dem letzten Speicherpunkt Wird man hier Stark bekämpft Stark bestraft Wenn man quasi stirbt Oder was? Muss ich jetzt ganz Okay, ich bin hier oben noch Mit Stumpen Okay, Stumpenbill ist hier Let's go Let's do it better Ne, hab ich die Waffe jetzt schon? Ne Okay, ich hab jetzt holen Okay Nochmal die Waffe holen Besser Aiman Gleich Mein zweiter Name ist Aiman übrigens Von daher Nur ein bisschen anders Anders geschrieben Okay, fine I'm gonna fuck this bitch up I'm gonna find this bitch And I'm gonna shoot her brains out That's what I'm gonna do I'm Stumpenbill And Stumpenbill doesn't make no promises Stumpenbill does what Stumpenbill does And he shoots Her Ex-wife In the face That's what Stumpenbill does Ja komm Lass raus Kommen wir Ich geh wieder direkt runter Komm runter Halt mir Ja, ja Jetzt baller ich die schöne Leine Aua Okay, aber das ist ja nochmal Ach so muss man Ich muss einfach mehr ballern Ja, schla- Oh, wie lange das Haus da ist Nachladen Schießt ihr die Kippen? Ich muss weg hier Wieso kann man nicht dodgen? Okay, so geht's Das dauert ja ewig das Nachladen Scheiße Ah, es hat gereicht Ah, okay Ich hatte keine Munition mehr Fick dich Das ist ein Dämon Das ist nicht Mia, Leute Das ist nicht mehr Mia Das ist nicht mehr unsere Mia Mia san Mia Nicht mehr Wo geht's jetzt lang? Kann ich die Chainsaw? Warte mal, ich will die Chainsaw haben Kann ich das? Kann ich das Chainsaw? What the fuck? Who the fuck is this guy? Welcome to the family Daddy, bist du es? Dafür kriegt man eine Trophäe Nice Cool Einmal Gesicht zertrampelt Trophäe Cool Sind wir? Ja Jetzt geht's aber Oh, ich mag den nicht Den Ficker Macht der Macht der Macht der irgendwie tote lebendig Oder sowas? Irgendwie so einer Ist das, ne? Oh, nee Hat die mich zusammen What? Hat die mich gerade Hat die meinen linken Stumpen Zusammen getaped? Jesus Christ This game is fucking Where Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead It's time for supper Who are all you people? Das ist Andre Edith, it's good Dump so bitch Was no good If it hit him Who cares? Yes Get out to him All right Hit boy's got to eat He got to have his supper Come here, boy Let's do this Come on Shit, oh shit, oh shit He's not eating it, Jack He's not eating it Shut the hell up, Marguerite I'm not eating it I'm not eating it Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, mit frischer Energie wieder ran ans Werk würde ich sagen Bisschen, hab mich ein bisschen ablenken müssen kurz Da ist auch noch eine Ja, mit frischer Energie Ja, mit frischer Energie Das ist schon echt Heftig Das ist so ein bisschen Chainsaw Texas Massacermäßig So diese Hilbeli-Familie, die irgendwie Weiß Ich muss jetzt hier schnell weg Was hat er mir denn rausgeschnitten? Meine Zunge? Ich kann nicht, okay Was ist mit der hier, die alte? Die will ich mal erschießen Flächchen Dude Direkt man direkt an Rosins Erracht der Restaurant hier ist der Tester Jetzt hier so ein Schnitt und dann so eine Abmord Wie er dann wieder vor diesem Hilbeli-Haus steht Ja, wir haben jetzt natürlich gesehen Da ist noch eine Menge zu tun Diese Familie hat es scheinbar nie richtig gelernt Wie man denn die mindesten hygienischen Voraussetzungen schafft Ob das nächste Woche besser ist? Wir werden sehen Und dann läuft er so aus dem Bild Ja gut, ein bisschen zu lang eine Gag gemacht Gib ich zu 13. März, weiblich 50er, fleischig, sauté Okay, die essen Menschenfleisch Okay, wissen wir Checken wir jetzt Okay, das sind Okay, offiziell Das sind Kannibalen Cool Ich kenn das Fremdwort Ja, ich bin schlau Was ist das Fremdwort? Kraut Okay, nice Buffalo, soda Smoker, die Kraut, ja Warte mal, ging's hier noch lang? Ging's hier lang? Scheiße, ich hab viel zu viele Optionen Ich darf denen jetzt auch nicht über den Weg laufen Die sind irgendwie ans Telefon gegangen, ne? Die alte ist tot Die lebt auf jeden Fall noch Die wird nachher noch aufstehen Und irgendwie Ja, mein Kleiner Was machst du denn so? I'm trying to get away Irgendwie sowas halt Das unverhüllt Der unverhüllte Abgrund Clive R. Bryan Drei Männer auf Erkundungstour vermisst Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe Drei Männer aufwendig zu machen Die am 9. diesen Monats Von New Orleans Zur Gemeinde Delwi reisten Und seitdem unerfindbar sind Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken André Stickert Und Clancy Javis Unser Kamerateam vom Anfang Schlau Die drei produzierten Videos Für das Internet Und waren nach Delwi gereist Um Videomaterial Für ihre aktuelle Produktion zu drehen Ihre Videos behandeln Hauptsächlich die Erkundung Von verlassenen Häusern Und Spukhäusern Ich färg grad auf Wenn man vor 1500 Leuten streamt Und dann was lesen muss Ist ja so wie wenn man lesen müsste In so nem Aula In so nem Aula Saal Vor 1500 Leuten Das ist ein komisches Gefühl Okay Also Naja Einfach mal Ich glaub aber die ersten Jump Scares sind erstmal vorbei Jetzt können wir normal spielen Glaub ich erstmal Und Sachen erkunden Okay Scheiß Stuhl Okay also ich muss einfach erstmal Erkommen Oder aus dem Haus fliehen Da steht oben links genau Hab ich Sachen eigentlich noch Ne Die haben ja alles weggenommen Ne Okay Okay hier geht's runter Was ist denn hier Sieht zerbrechlich aus Okay ja Wo ist meine Axt Hab ich aber nicht mehr Okay müssen wir nachher mit der Axt Was ist das Okay ja das kann ich doch so lesen Warum muss ich da dran klicken Da steht doch Groß Garage Mann du ey Als erstes beruhige dich Okay Ich bin Ich bin Unaufgehoben Und hier Ich suche Ich brauch halt Dringend meine Waffe Und meine Axt Wie geht's lang Was ist das Das ist da drin Ne Achso ich brauch dafür auch Einen Schlüssel Okay Easy Ich hab keine Angst David 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 Oh hier erinnert mich an NOS and Evil 1 hier wo die Hunde durchs Fenster kamen Ich moonbock hier erstmal langsam zurück Wer klopft da Oh no Ich sag gasse Kommt der jetzt hier rein Oh nein der kommt hier rein Und killt mich Bitte lassen sie mich Danke Grufgogge für den 10er Dieb von dir Vielen lieben Dank Warte mal Jetzt hier I can smell you I can smell you Baby So ich muss irgendwas mich ablenken Das macht mich so Okay aber jetzt ist er in der Küche Der Deppnitz läuft hier rum Ist das Munition Nein Scheiß auf einer YOLO Ficker Hurensohn Oh Sackgasse Scheiße Ich kann nichts machen Ich hab keine Waffe Aber das bringt auch nichts Bücken Ich bin tot Ich komm hier nicht weg Blocken Okay Oh hier geht's lang Okay Ich kann nicht hier lang Schnell noch Mitnehmen Schlüssel Ja Aber wir sind tot Ich wollt nur Jungs Kann ich Ich bin tot Oder Gut geblockt Schnauze Danke Oh Mann ey Ich gehöre jetzt zur Familie Hat er gesagt Aber was ist da Okay nochmal Fies gemacht mit den Mit den Speicherpunkten Dass man auch doch einiges Noch wieder machen muss So wir haben jetzt den Hier war der Zeitungsartikel Wo war denn nochmal Meine Munition Hab ich die jetzt wieder Ne noch nicht ne Das ist wichtig Weil irgendwo wird bestimmt Eine Waffe rumliegen War das hier Ja genau Pistolenmunition Aber das ist Pistolenmunition War das andere nicht Oh hier kann man was machen Was kann man hier machen Kann man da was Später was dran tun Er ist jetzt unter Der die Hört auf So unheimlich Hört auf Creepy zu seinem Chat Ich bin schon creepy genug Hier im Dunkeln zu sitzen Mit meinen dummen Romantischen Kerzen Und diesem feiß Spiel Was mir jetzt Angst macht Das Gute ist Es ist halt Einerseits creepy Die Kerzen bei mir Aber auch andererseits Romantisch Wäre jetzt kein Corona Könnte ich jetzt direkt Ein Date einladen Hier danach Okay wir müssen also jetzt wieder Diesen Schreck quasi machen Damit er da aufmacht Oder was Was machen Sachen Was machen Sachen So er kommt jetzt halt Ne Können wir jetzt nicht ändern Und Ich gehe jetzt einfach Auf ihn zu Der sieht so creepy aus Man Das heißt Er macht das einfach so Der geht dann jetzt auch In die Küche Damit er wieder Die Wand freimacht Damit ich an dem vorbei kann Denk ich mal He thought you would slip out Before dinner was done No I did not think that Guck mal hier kann er nicht Auf den Tisch kommen Welche Richtung gehst du Achso er macht Okay scheiße Er macht den Tisch einfach kaputt Okay just Just passing Guy Just passing my man Okay jetzt kann ich aber rennen Ich vertraue mich nicht nach hinten zu gucken Wie nah ist er dran Okay Nein der kommt jetzt Hier durch die Wand Ja geil Klar Na klar War total klar Dass er das macht Hier schlüssel schnell Weg Kellertreppe Das stand für die Kellertreppe Oder Kann ich hier durch Nein 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 Sackgasse scheiße Oh lass mich Lass mich weiter rennen Kann man hüpfen Kellertreppe stand da Äh oder Schlüssel für Ich traue mich nicht zu gucken Was stand da Schlüssel für Keller Nein hier ist gar nichts Doch Ah nein 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 Ich bin wieder falsch gegangen Kettak Kellerklappe Aber hier kann man Hier hat man seine Ruhe Tatsächlich glaube ich Was ist das Äh Kellerklappe öffnen Ah Kellerklappe Ah ja Bei der Küche Okay Okay hier kommt er nicht rein Hier ist der Safe Zone mäßig Gut Okay gut Ja mach Mach mal Mach zu Ja ja Okay gut Nicht war ich froh in so einem unheimlichen Ort zu sein So froh Keine Sorge Delagoy Ich habe heute noch nicht einmal auf Backseat Gaming tatsächlich reagiert Aber falls ihr das gerade macht im Chat bitte unterlassen es wäre lieb Ist auch für die Zuschauer wichtig Ich habe dort heute tatsächlich nicht Ich gucke nicht gerade so viel auf den Chat heute Weil ich versuche hier Aber ja bei der Backseat Wer cool wenn ihr es nicht macht ne Also auch für die anderen Zuschauer Dass die nicht gespoilt werden Die das noch nicht kennen Bitte einfach nicht Backseat Gaming Danke Ähm Soll das so eine Nutella Anspielung sein hier Nisch Nischi-la Nischi-la Lel It's all in the details mates Okay weiter ja weiter weiter Kann ich das fahren? Antike Münze Ne ich dachte ich kann das Ding jetzt fahren hier Fahre ich dem scheiß Typ mal in seinen Wands rein alter Hey Bro Feel fresh Die Details Leute Ich höre den der ist hier Kann ich den jetzt hier raus? Alter okay Wäscheraum oder was? Okay Oh spei- Okay gut Speichern David Ähm Ja 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 Wer ist denn der ängstliche Typ da oben rechts? Hallo Donnie Hallo Chad Hallo Kirk Ja ja Frech seid ihr Ihr seid freche Zuschauer Mit frechen Äußerungen Aber ich will euch mal sehen In so einem Verlassenen Fucking Hillbilly Haus Mit irgendwelchen Fucking Leuten Die auf keinen Fall Jemals Tine Wittler gerufen haben Um hier ein bisschen Klarschiff zu machen Oder wäre er entwen Macht die das auch noch In wäre er entwen So aufräumen? So aufräumen Also das ist ihre einzige Aufgabe im Leben Oh ich räume auf Kamerateam halt dabei Okay Hier sind aber Okay Alle Sockenfetischisten da draußen Sind jetzt gerade richtig geil Die miefen furchtbar Okay Ja Das Habe ich mir fast auch schon Denken können Hier können sie Ah okay Wir haben eine Verstaukiste Okay Ich mache die Münze da rein Ne ich mache erstmal noch nichts rein Ich brauche wahrscheinlich alles was ich habe So hier ist Hier ist Safe Zone auf jeden Fall Cool Tut mal ganz gut Kraut Nochmal Kraut Was habe ich da noch aufgenommen? Warte Ich habe es wieder verpasst Das hier Äh Oh ich habe jetzt so eine Apple Watch So wann habe ich denn die? Habe ich denn immer so eine Apple Watch? Füßige Chemikale Chemikale Eine Füßigkeit die erst mit anderen Objekten kombiniert Seht ihr? Warte mal Seht ihr das eigentlich Das komplette Overlay hier? Oh Das ist natürlich nicht so gut Dann mache ich mich doch lieber woanders hin Ihr seht ja immer nicht alles Hier oder? Hm Das fällt mir jetzt erst auf Naja aber dann sind ja nachher auch Naja gut Ah Der älteste Gag einfach Ja gut Links Mitte Gut Aber gucke ich nicht so wirklich ins Bild rein Das mag ich immer nicht so gern Aber gut Unten rechts Ja komm machen wir das mal so Sorry Kurz Leute Stream alive Okay wir haben eine Pflanze mit vielen Okay wir haben Kraut Das ist eine Pflanze Eine Flüssigkeit die erst mit anderen kombiniert werden muss um nutzbar zu werden Die Münze Da steht nur eine alte Gedenkmütze Pistol Munition Okay Warum habe ich jetzt so eine Uhr aber So eine Apple So ein Dings Das hatte ich vorher nicht oder? Ich muss mich mal heilen glaube ich Wie macht das nochmal L1? Ne R1 Wieso kann ich mich nicht heilen mit dem? Warte mal Ich habe doch Kraut Ich glaube ich brauche mal kurz Kraut Wo ist denn jetzt? Ne warte so Ne So Okay Benutzen Achso das war's Man isst das einfach Und dann ist Okay und wo sehe ich jetzt mein Da sehe ich immer mein Health Das links ist jetzt wahrscheinlich Das ist mein Health Bar oder? Das finde ich ganz schlau gemacht eigentlich Kann man das Leute die das mit VR gespielt haben Ist es dann bei VR tatsächlich so Dass man so machen kann Und dann sieht man da sein Health Weil das war ja ziemlich clever oder? Dass man einfach nur so machen kann Dann sieht man diese Uhr Das finde ich aber auch schon krass Das ist ziemlich für VR gemacht oder? Wer virtual Für euch Idioten da draußen Ja nicht wissen Das ist virtual reality Wir kürzen das ab Weil wir sind hier coole IT Leute Die das öfter einfach damit hantieren müssen Und falls ihr ihr neu seid Aber da ist im Kanal Freue ich mich Hallo Lasst ein Follow da Lasst ein Sub da Gerne auch Aber Müsst ihr halt wissen Wir sind halt richtige ITler Wir reden normalerweise Wenn ihr nicht normalerweise da seid Ihr Casual Gamer Hier gerade Casual Zuschauer Reden wir tatsächlich Und das glaubt man mir oft nicht Nur in 101-001-100 Der Chat macht es jetzt mal mit Also die Ultras wissen was Als Beispiel 01-01-11-01-1001-1001-1001-1001- 1001 oder? Ja Seht ihr das? Seht ihr das? Jetzt frage ich mich gerade War das jetzt der Gag? War es das jetzt wert? Darf 100 Zuschauer jetzt zu verlieren? die hier sind, um ein Horrorgame zu gucken die Bock haben auf eine Donnung im Horrorgenre, was macht er er nimmt zwei Minuten Auszeit vom Let's Play, um einen schlechten Gag zu machen und dafür seid ihr doch hier weiter ich muss mal wieder rein jetzt hier ich hab das Gefühl das Game fängt jetzt erst richtig an, oder? B Nummer 2 Perl, sag ich euch ganz ehrlich danach gibt's ein alkoholfreiß ähm, mit Perl meine ich, schmeckt was ist denn das hier, ist das eine Puppe ähm, das hier ist Karte des Haupthauses okay, das ist wichtig, haben wir hier können wir anrufen, ne, doch ah, die wieder, die im Dachboden wahrscheinlich wieder okay was hat ein Eat, Sleep, Repeat guck mal, der Typ im Chat gerade, der hat 1-0-0-0-0-1 so als, äh, als Smilies was sind das für geile Smilies? von welchem Kanal sind die? Die für ob, der hat auch so ein Arsch-Boodie Net-Boodie geil, find ich gut okay, da war, da ist keiner reingegangen okay, Leute, jetzt mal wirklich wieder ernsthaft jetzt geht's wieder weiter hier ich glaub, ich bin auch grad so ein bisschen froh dass ich in dieser Safe Zone bin, mal kurz mal kurz eigentlich wieder auf den Chat gucken können, mal kurz einfach nicht gekillt werden und nicht irgendwie von irgendwelchen Kannibalen gegessen werden wollen jetzt ist's cool aber jetzt müssen wir, glaub ich, mal weitergehen ich hab, glaub ich, jetzt hier alles gemacht ich hab gespeichert, ich hab alles angeguckt ich hab die Karte das hab ich, ne, die hab ich schon dran gerochen dass man das überhaupt machen kann dass man da dran riechen kann, was soll denn das? okay, weiter geht's die Japaner wieder, die Japaner okay, das kann ich jetzt einfach okay, das kann ich aufmachen Dietrich, Leute Marlene Dietrich, immer gut das ist gut, Dietrich ist wichtig für Türen entriegelt, okay, hab ich das jetzt mit dem Dietrich entriegelt? you did good, Ethan Zoe, right? what the fuck are you shut up and listen if you want to stay alive you gotta get out of that house ah, duh oh, and the thing on your wrist is a codex don't lose it it's important duh okay, sorry für die beiden Durs aber die waren zwar sehr duh ich was sie gesagt hat ähm okay hummus kolus danke für den Satz go down to the end of the hall hat sie gesagt, ne ist das jetzt alles noch safe zone oder kommt der Wichser wieder? ah, ne hier ist doch der Wichser hier ist die Wichser-Area kann ich durchs Fenster hüpfen jetzt da vorne? ist der ja noch hier kann man hier raus oder so? ne was ist das? hier gibt es kein Schlüsselloch das ist der Tut, dem der Arm abgeschnitten worden ist er sieht ziemlich arrogant aus Lukas ja, ja, das habe ich schon gecheckt, Game das ist das verrückte Ehepaar von vorhin gut checken Margaritas oh, mal so eine Margarita wäre jetzt auch nicht schlecht stellt euch mal vor ihr habt einen Horrorfilm geguckt also seid alleine zu Hause und ihr geht so ins Bett und so ihr habt schon Zähne geputzt und denkt schon gar nicht mehr an den Horrorfilm aber unterbewusst seid ihr noch so ein bisschen ihr habt ein bisschen Angst ein kleines bisschen aber ihr merkt es noch gar nicht dann geht ihr zu ins Bett und hört ihr das Geräusch das Geräusch hört ihr hört immer lauter und dann guckt ihr zum Fenster und dann ist nur das auf dem Fensterbrett nur das ihr wisst nicht woher das kommt ihr habt es noch nie vorher gesehen die ganze Nacht passiert auch nichts ihr werdet nicht umgebracht es kommt kein Monster oder so nur das wäre schon für mich Grund auszuziehen tschau macht's gut tschüss Berlin ich bin raus ihr Idioten Einbach-Files-Bock-Macht Creepy as hell Wodi danke für 25 Euro mega mega spendabel vielen Dank für die Spende und sie sagt ich hör auf ich hör auf Kalle und schau mir den Rest als VOD im Hellen an einfach weil's Bock macht Creepy as hell ja gut jetzt weißt du mal wie es mir geht mit meinem fucking Kerzen ensemble hier aber ich bleib dabei ich bin jetzt stark ihr müsst mit mir dabei bleiben Leute jetzt machen wir wieder ernsthaft hier warum kann ich das nicht aufmachen Münze vielleicht ok ok ich bin hier noch nicht ich komm hier noch nicht weiter wir sind hier gemeinsam Leute wir sind ihr müsst überlegen das ist hier ein Gemeinschaftsprojekt ja ihr beruhigt mich und ich beruhige euch ah haha oh ok das war gemeint der Tisch ist weg hier oder ah nee der hat ja kaputt gemacht aber warte mal ist es immer so dass ihr den kaputt macht das war ja nur weil ich mich hier so hingestellt hab ok gut aber dann ist gut programmiert wo muss ich hin verdammte Scheiße kann ich das hier aufmachen ne ja gut hey you hey you got help me hold on back up hoffentlich ja geil man endlich jemand me no no all right now we got several calls about some missing persons like you don't understand I gotta get out of here calm down you're not listening to me there are crazy people in this house trying to fucking kill me well all right let me tell you this you don't exactly seem like you playing with a full deck yourself all right are you kidding me look like i said we've had several missing persons call and i can't rule out that an outsider like yourself may not be involved all right all right i'll tell you whatever you want all right now that's more like now meet me in the garage we'll talk today hey wait you gotta give me your gun you must have lost your mind look officer deputy right deputy now do you want to see my name in the open ego but you want to be a hero and save my life what a fucking pocket knife here take it that's all you gonna get now go garage garage stuck like here what am i gonna do with a knife fucking cut bitches up that's what i say that's what i should ask you yeah hier ist doch die garage warum wird er ok also jetzt kann ich das tape wahrscheinlich schneiden mit dem messer oder nice als ob ich das nicht mit den zähnen hin gekriegt hab naja gut da ist mein auto oh safe ich fühl mich safe die bullsen da im middle of the night me what about you no it's my job won't you do your job and tell me answer my questions you're not gonna believe me if i told you try Hey, put that door back up! Put that door back up! Wait! Wo? Wo kam der her? Was ist? Fuck you! Bitch! Fick dich! Fick dich einfach mal! Das Arschloch! Den kann man nicht killen! Ich brauche die Waffe. Okay, ich lock ihn hierher. Dann hole ich mir die Waffe von dem Polizisten. Renn, renn, renn! Renn, renn, renn! Run first! Gib mir deine Waffe, bitte! Nein, die Waffe ist nicht da! Wo ist er? Ey, der Typ ist creepy. Okay, die Waffe liegt da. Ich hab's gesehen. Komm hier lang! Ja, du Idiot! Komm! Ja, jetzt läufst du gegen das Ding! Da liegt doch die Waffe, oder? Ich will ihn hierher locken. Arschloch! Nein, ohne Schlüssel geht nicht! Fuck you! Game! Ich will die Waffe, aber der kommt nicht hier lang! Nein! Jetzt hab ich's! Oh nein, ich wollte wegrennen gerade. Okay, ich konnte schießen. Ja, aber nicht, wenn du hinter dem Ding stehst, du deppst. Ich habe keine Munition mehr. What the fuck is happening in this... What the fuck is happening in this shit? Jesus Christ. What the fuck? This is so crazy, this game. Was? Wieso? Muss ich den abstechen oder was ist da los? Hey, das Ding ist, ich habe echt Schiss vor dem. Das ist voll gut gemacht. Dieser komische Daddy-Dude ist... übertrieben unheimlich. Jetzt achte ich mal drauf, wie der, von wo der kam. Von wo kam der? Das ist ein Motorrad an der Decke. Von wo kam der? Da ist er! Gib mir die Waffe, gib mir die Waffe. Mein Ziel ist, jeder Schuss jetzt einen Treffer, egal wohin, ob Kopf oder nicht. Jetzt noch zehn Schüsse einfach jeden treffen. Das ist mein Ziel jetzt. Okay, geil. Beide daneben. Okay, jetzt, äh, Meister. Achso, kann ich auch machen. Ah, man kann auch stechen. Okay, gut. Er hat mich, scheiße. Mhm. Man kann halt nicht dodgen, man kann nicht wegrennen, so. Das ist so langsam alles. Ich kann nicht richtig rennen. Ich versuche immer, wie Dark Souls zu spielen, hinter ihn zu kommen, irgendwie. Weiß nicht. Blocken. Ist das parieren? Da ist was. Oh, ein Schlüssel. Ah, da ist der Schlüssel. Äh, ich bin tot. Okay, warte, ich versuch's noch. Aber den Schlüssel krieg ich. Komm, das kriegen wir hin. Ist hier noch was drin? Munition. Oder was? Was war das? Weiß ich nicht. Scheiß drauf. Reg dich nicht so auf, Donnie. Schlüssel holen. Einsteigen, ihn überfahren. Let's go. Neuer Plan. Ich brauche auch, ähm, ich muss mich mal heilen. Scheiße, ich bin tot. Scheiße. Ich heile mich auch nie. Wie, wie? Wie kann man? Ich habe vergessen, wie es geht. Ich habe, glaube ich, auch nichts mehr. Ne, ich habe nichts zum Heilen. Scheiße. Aber jetzt kann ich mir hier, natürlich. Okay, ich bin fast tot, aber. Oh shit, Mann, der Typ ist so übelhart. Geht schnell rein hier. Rein, rein, rein. Schlüssel an. Oh, ich habe so schiss, dass der jetzt... Fucking asshole. Fuck you. 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 Was soll ich machen? Let's finish this, you and I. Was soll ich machen? Oh yeah, I'm going to take you for a ride. No, 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 no. Fuck you. Ja, du Depp, hast du wohl die falsche Rechnung gemacht. Ich habe kurz vorher noch schnell eingelenkt. Dann habe ich dein Scheißgesicht. Ey, das Ding ist übrigens sogar IQ, eine Million. Oh nein, ich sterb. Ich wollte tatsächlich sogar da gegen die Wand fahren, um das Ding... Ich dachte, das ging sogar so, dass man das dem extra reinfällt. Der soll jetzt mal... Ja, nee, leck mich. Ja, nee. Nee, 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 nee. Hör auf. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Ich dachte, jetzt geht's weiter doch. Okay. So, ist doch geil gemachtes Spiel, Mann. Was geht? Halt schon natürlich typische Horror-Game-Klischees und so. Horror-Film-Klischees, aber ich finde es gut gemeint. Man fühlt sich... Mann, guck mal, als man den so überfahren sollte, ne? Da habe ich mich so gefühlt, wie man sich früher gefühlt hat. Was mir schon längst verloren gegangen ist. Diese Emotionen, wenn ich früher Horror-Filme geguckt habe. So dieses so... Wenn man dann wirklich diesen einen Bösewicht, der eine Protagonistin, der endlich mal den wegmacht, dass man so zu Hause so richtig war, so... Ja, jetzt gib ihm. Jetzt weinen. Komm, wir gehen und hau endlich ab von dieser Insel. Weißt du, so... Das gibt es ja gar nicht mehr so richtig. So habe ich mich gerade gefühlt, aber in erster Perspektive, weißt du? Das finde ich stark. Das ist gut gemacht. So, ich muss mich hier heilen. Ich habe nichts zum Heilen. Ah doch, Kraut. Okay, gut. Kraut für ihn, Estus für mich. Ja, aber das finde ich vielleicht doch eine interessante Beobachtung, weil das ist mir auf jeden Fall so, glaube ich, mit dem Alter verloren gegangen. So ein bisschen, wenn ich älter geworden bin und auch so die Horror-Filme, die jetzt rauskommen. Die neuen, ich bin ja eh kein Horror-Fan, aber die haben einfach nicht... Die, die, die... Die, 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 die don't do it for me sozusagen irgendwie. Saw und so weiter. Doch, Saw vielleicht Saw 1, da hat man auch noch das Gefühl gehabt, wo... Wo man auch am Ende so richtig rootet oder hostile, fand ich auch krass. Okay, f*** dich einfach, der Typ lebt immer. Jesus Christ, was ist denn mit dem? F*** dich! Gott, f***ing Engel ist es hier. Hostel war auch so eins. Um es kurz zu Ende bringen, den Gedanken noch. Und dann war es jetzt, was ich sagen wollte. Da hat man doch auch am Ende. Habt ihr Hostel gesehen, einst in Chat? Da mit den Amerikanern, die dann aus Europa irgendwie verschleppt werden. Und, naja, mehr will ich jetzt nicht spoilern, wer ihn nicht kennt. Da ist man ja, routet man auch am Ende so krass für die Protagonisten. Nina, kennst du den nicht? Nina, zieh den mal rein. Er ist gut, eigentlich. Er ist schon ziemlich heftig. Fand ich auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob der gut gealtert ist. Was habe ich aufgehoben? Ich checke mal nicht, was ich aufhebe, Leute. Das geht mir immer zu schnell. Man hebt was auf und dann ist es weg. Okay, ich bin gelb hier auf jeden Fall. Was sind denn diese Flüssig? Kann ich die mal jetzt kombinieren? Ich zieh mir doch alleine keinen Horrorfilm rein. Torture Porn, ja, wer weiß. Okay, weiter geht's jetzt hier. Der Dude ist aber auf jeden Fall tot. Das nimmt mir schon mal ein paar Sorgen in dem Game. Was mach ich denn jetzt? Okay, da geht's weiter. Okay, so dick bin ich auch nicht. Das hat einmal schieben auch gerecht. Ah, nice. Ah, lohnt sich immer noch mal umzudrehen. Schraub, schraub, schraub. Und jetzt vorne rum. Das ist cool gemacht, finde ich. Leute, ich weiß wo. Die Ochsenstatue oben im ersten Stock. Oder wo auch immer. In diese Tür einfügen. Mein Gott, bin ich schlau. Und ja, jetzt sind wir hier wieder in dem... Ja, geil, okay, ich weiß wohin. Das hat mich Health gekostet gerade, darunter zu springen. Nice, super. Ich hab aber nix mehr zum Heilen. Ich hab auch keine Munition mehr und nix eigentlich. Ich musste so bei Hostel lachen. Ist das strange? Picknick. Hier wird niemand eh gejudged bei mir im Chat. Aber ja. Kann ich die Sachen jetzt vielleicht auch aufmachen? Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich das einfügen muss. Aber der Sohn lungert auch noch irgendwo rum, ne? Und die Mutter auch. Und die Oma ist ja jetzt auch irgendwie weg. Oder kann ich das vielleicht da nicht einsetzen? Ne, das war nicht das Bild. Okay, wir setzen das jetzt mal ein hier. Safe kann man das hier reinmachen, oder? Ja, klar. Okay, gut. Und jetzt? Neh mal auf. Achso, okay. Okay, neues Land! Neuland meine ich. Neues Land? Sieht schon ein bisschen zivilisiert aus, finde ich. Sieht schon ein bisschen wenigstens aufgeräumt. Und nicht so viel Kakerlaken, nicht so viel Müll, nicht so viele Leichenteile. Aber ich sag ganz ehrlich, wäre entfrieren, könnte ich hier auch mal ein bisschen kleine Umdeko machen. Handwerker King. Gibt's die Sendungen eigentlich noch? Die waren mal voll in eine Zeit lang mit, ich glaube sogar Charlotte Engelhardt und sowas. SOS, ähm, wie hieß die Sendung nochmal? SOS, wir bauen für sie um. Oder sowas. Auf ProSieben. Das war eine Zeit lang, war das super der Trend im Fernsehen. So Umdekorier-Sendungen und so, ähm, Baumarkt-Sendungen. Do it yourself, SOS, do it yourself, genau. Tine Wittler und sowas. SOS, Handwerker, jaja. Aber es ist gar nicht mehr so ein Trend. Hier ist ein Fußball. Lass mal zocken, Alter. Ziemliche Alman-mäßige Schuhe auf jeden Fall hier. Wetterfest. Naja, man weiß ja nie. Oh, Mann, du völlig... Sonja Kraus, stimmt, die gab es auch unter. Okay, jetzt, Leute, ich muss ja jetzt hier aufpassen. Jetzt ist ein Riesenraum. Ich war noch nie in so einem großen Raum bisher, ähm, in dem Spiel. Ich glaube, im echten Leben auch. Mann, Mann. Okay, das sieht irgendwie normal aus. So ein Fußball und so, das ist für mich so ein Indikator für, wir sind einfach so Kids und so. Okay, ist trotzdem ziemlich unaufgeräumt, aber ja, ein Bier, da hat man irgendwie Corona. Da isst man halt auch mal Chips und lässt mal die Früchte ein bisschen vergaben. Das kann schon mal passieren. So eine Flasche Bier habe ich auch mal ein bisschen rumliegen lassen. Okay, aber... Das ist jetzt nicht hillbilly. Wir essen Menschen, äh, Wohnungen. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut grad bekommen. Ich schwöre es euch. Ich hab grad Gänsehaut. Oh ja! Aber wie komm ich jetzt... Warum ist die Tür jetzt wieder zu? I wanna get out of here, bro. Lass mich mal raus jetzt. Muss ich das jetzt aufschießen? Hallo, Tür? Ja, jetzt bin ich in so einem kleinen... Kaffick. Ich muss irgendwas mit der Pumpkin wahrscheinlich aufschießen, aber ich will jetzt keine Munition. Warte mal, hab ich nicht noch ne Axt? Besser hier. Ich muss das aufschießen, ne? Oder kann ich die Dinger... Also jede Faser meines Körpers sagt mir, ich muss jetzt das hier wegbomben. Mit der Schrotflinte. Aber ich will irgendwie auch keine Munition verschwenden. Naja, komm, lass du it. Nein, Verschwendung! Scheiße! I can't do it, though. I can't do it. So, manchmal weiß ich es auch. Das glauben wir mir dann immer nicht. Ich sag dann zwar, ich glaub das eine, aber dann eigentlich im Kern hab ich doch was anderes geglaubt. Scheiße! Ja, ich... Wie kann man doch so lost sein? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich kann dir nix anklicken. Soll ich mal gegen die Decke schießen? Wie viel Munition hab ich denn eigentlich? Ne, null! Das war der einzige Schuss! Das war der einzige Schuss! Das war der einzige Schuss! Hm. Hättest du ruhig mal was sagen können, du Arschloch, dass hier irgendwie jetzt ich eingesperrt bin dann? Bam! Bam! Oh Mann, ich krieg grad echt ein bisschen Panik. Ich bin hier ratlos. Hier ist was auf dem Boden, aber ich kann nichts aktivieren, nichts anwählen. Nein, was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Ich bin hier, das ist. Ich kann den Dietrich ja auch nicht benutzen an der Tür jetzt hier. Ja, okay, jetzt muss ich es wissen. Chat, komme ich hier raus? Zwei für nein, eins für ja. Das könnt ihr mir sagen. Ist eine direkte Frage, weil vielleicht habe ich die Schrotflinte wirklich dann falsch verbockt. Eins für ja, okay, gut. Okay, das reicht mir schon, danke. Okay, gut. Jetzt komme ich mir noch beschissen davor. Jetzt, oh nein. Jetzt weiß ich hier nicht, was ich machen soll. Scheiße, guck mal, die ganze Zeit. Oh, mein Mikrofon fällt runter. Aber wenn man das Mikrofon raushält, dann so, ey, yo, okay, auf einmal habe ich das Mikrofon in der Hand. Ich bin in so einem Raum, ich weiß nicht, allerhand. Ich komme nicht raus. Ich kann nicht rappen. Lass uns rausgehen, wandern, nach Meppen. Was ist hier los? Vielleicht mit Stechen? Bam! Scheiß Jalousien! Oder diese Dinger hier. Kann man die irgendwie... Oder die Flüssigkeit. Was ist denn da los? Was kann man da machen? Ähm. Achso, kann man nur kombinieren hier. Okay, das geht nicht. Kann man die benutzen? Dietrich kann ich auch nicht benutzen. Hier ist doch nichts! Was ist das? Was soll das? Wieso? Wieso bin ich hier drin? Ich kann nicht hüpfen. Ich kann nichts auswählen. Hä? Die Tür ist rot. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Muss ich irgendwo... Warte mal, der hat ja gerade dagegen. Warte mal, der hat ja dagegen gegriffen. Gegriffelt. Der hat dagegen gegriffelt. Ja, schieb doch mal. Ist das eine Tür? Kann man da irgendwas machen? Vielleicht irgendwie die benutzen oder so? So, als mit der Schlagen irgendwie so, weißt du, so... Back, back. Ah! 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 Leute, ich will jetzt keine Tipps, aber ich will auch irgendwie Tipps, aber macht's jetzt nicht. Aber ich... Was soll ich denn hier machen? Ich kann nichts mit denen verwenden. Ich kann nicht... die Schrumpfende wieder zurücklegen oder so, vielleicht. Warte mal, soll ich die wieder hinlegen? Ist das vielleicht... Der braucht die in der Hand damit. Ich hab gerade... Ich dachte gerade, das bringt was. Eeeey! Eeeey! Ja, seht ihr mal, deswegen ist Backseat Gaming scheiße, weil sonst hätte ich mich jetzt nicht so genuinely gefreut, als ich's selber rausgefunden hab. Wie so ein Vollidiot, ne? Hab ich länger gebraucht, aber gut. Aber irgendwann kam's mir. Aber warum? Ich soll doch die... Die Mission ist Flintel bekommen. Vielleicht muss ich irgendwie da anders rangehen nachher, aber gut. Ich geh jetzt mich erstmal hier weiter umschauen. Was ist das hier? Hm, kann mal nix. Hier muss ich noch was finden, wahrscheinlich. Jagd der Lüfte. Das Gemälde zeigt ein Hund, der bellend aufschaut. Okay. Ja, hier gibt's irgendwie viel. Aber irgendwie ist nichts unheimlich. Das find ich gut. Ist grad angenehm hier. Ist nur so ganz normal, einfach so erkunden. Ähm, gefällt mir. Jetzt mal gucken, was gibt's hier noch. Schieße auf mich, schieße auf mich. Okay, da muss ich nachher draufschießen mit der... Kann ich mit der... Ne. Hä? Oh, das nehm ich gleich direkt. Was hab ich denn jetzt für ne... Ich hab grün, okay, gut. Okay, hier geht's auf. Schießpulver. Nice. Was ist das andere? Ne, zumachen. Okay. Ne, antike Münze. Okay. Okay. Sorry, was geht ab? Was ist ab, sorry? FaceTime. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he... What? He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can explain it right now. Die sind undead. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Okay. Find keys. Aber die Flinte muss ich trotzdem bekommen noch irgendwie, ne? Oh Gott, das ist eine hässliche Couch. Das hängen. Ähm. Dietrich vielleicht? Passt nicht zu diesem Schloss. Es ist ja auch ein Dietrich. Dietrich soll nicht zum Schloss passen. Damit knacken wir Schlösser, du... Scheiße, du. Oh, das Uhrpanel. Kann ich das nicht dann in einem anderen Level, sag ich jetzt mal, einsetzen? Da war doch auch so eine Uhr. Also, hm, muss ich mal merken. In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Mitkiff eingeleitet wurde. Eine Kollegen-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Eine College-Studentin. Kollegin-Student. Von Mrs. Mitkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil... Ich muss es eher so wie so ein News-Enker reden gerade. Mir fällt gerade auf, es war so eine Erzählstimme. Also, ein Großteil dieser Personen und sind Touristen und nichts... Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht zesshafte. Man geht bis dato mindestens... Man geht von dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern und Turf zu bedecken. Wer besinnt das Nöke-Döke-Erken-Listen? Döke-Nöke-Erken-Listen-Neig-Nöke-Snöke-Böck-Erken. Ashley Ashcroft... Ja, okay. Was ist das für ein Name? Ashley Ashcroft. Ashley Ashcroft likes it in the ass. Snöken-Döke, Leute. Sorry. Snöken-Döke. Aber Ashley Ashcroft ist schon ziemlich unfantasievoller Name, oder? New Low. Ach komm, nee, das kennen wir noch. Arschkraft. Das ist der Low hier. John Bong im Chat. John Bong Jovi sagt Arschkraft. Das ist für mich der Kommentar dieses Streams. Und das setzt den Bar lower. Nicht ich. Ihr macht das. Alissa stand da. Achso. Alissa Ashcroft. Also genau so. Okay, weiter geht's. Come on, back to Horror-Mode jetzt hier. Ist das Mia? Evelyn May. Okay. Okay, die Tür sieht auch überhaupt nicht creepy aus, ne? Dietrich? Hm. Fobo. I don't bear football, Lloyd. Joe, the ball. Make the quarterback move. Make the quarterback take the ball. Ah! Okay. Hab ich überhaupt nicht gecheckt, dass die hier sitzt in der Ecke? Die Oma? Abstand halten. Die wird 100% nachher der Endboss oder so. Die macht die ganze Zeit jetzt nichts, aber nachher rastet die komplett aus. Äh, I told you, you'd like to kill my husband. I'm the big witch. Helm, kann man den aufziehen? Okay, zu viel Rust geschaut oder gespielt in letzter Zeit. Ejo. Suchen die nach mir oder nach Daddy? Also, Daddy ist auf jeden Fall undead. Jetzt ist die Frage, ob das der quasi der beabsichtigte Gag oder ist von den Machern. Aber deswegen meinte ja auch gerade die Zoe am Telefon so, als ich meinte, der ist tot, dein Vater ist tot. Hat die doch so gemeint so, haha, du hast es wohl immer noch nicht verstanden. Ja, also irgendwie, ich ahne, ich ahne so ein bisschen experimentiert mit so Zombie-Geschichten. Und dann gemerkt, man kann irgendwie am Leben bleiben, wenn man irgendwie Menschenfleisch isst oder sowas. Marguerite. Das ist die, äh, Frau, hab ich mir gemerkt von dem einen Bild. Das ist die Frau von, von Daddy. Bring den Hippie-Miss-Gal, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Okay, mal kurze Frage an die Streber da draußen. Ist das ein falsches Komma? Ich glaube, das ist ein falsches Komma, oder? Bring den Hippie, den wir gefangen haben. Äh, vor den muss kein Komma, oder? Da muss gar kein Komma, oder? Bring den Himmel in den Gefangenen. Okay, scheiße. Wow, jetzt hab ich, achne. Ja gut, war ein Test. Ich weiß, er wusste es. Kann man das auch zerstören? Gibt's da im nächsten Punkt? Ich dachte, vielleicht wäre das so ein Ding. Okay. Ähm. Wir haben jetzt auch Schießpulver, ne? Relativsatz. Okay, jetzt, ja, jetzt übertreib's halt nicht, Alex ohne Hose, ja? Alle sagen einfach nur, ja, Komma ist okay, oder nicht. Aber Alex ohne Hose, oh, sorry, Leute, oh, ist ein Relativsatz. Hose ohne Hose. Übelst die Streber-Zuschauer hier teilweise. Nein, alles gut, man. I mean it, I mean it in the nicest way. So, weiter geht's. Das ist jetzt er erzählt Stimme, oder? Das war's auch geschrieben, Tagebuch. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir sogar von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Oh, Tape, Mia. Okay, das ist jetzt creepy. Das ist creepy. Wir haben jetzt unsere Frau. Das Tape unserer Frau. Das erste Tape war auch schon relativ heftig, fand ich. Aha. Blauer Hundekopf. Nehmen wir. Was ich aber cool finde, ist, dass man hier viele Interaktionen machen kann, aber fast schon eher die wenigsten der Sachen sind wirklich was, was einem was bringt. Das heißt, man ist dazu gezwungen, alles irgendwie zu interagieren, wo es nur geht, weil man einfach nie weiß, ist es jetzt ein Loot, was mir was bringt? Ist es ein Hinweis oder ist es einfach nur, da steht dann halt irgendwie, was da halt auf dem Plakat steht, mäßig. Oder leere Schubladen oder sowas. Finde ich eigentlich ganz gut. Also es nervt zwar, aber es ist gut gemacht, weil man sich dann, man ist ein bisschen gezwungen dazu, sich alles anzugucken, finde ich. Okay, das haben wir geguckt. Wir kamen von hier, ne? Haben wir noch irgendwas vergessen hier? Oder Miefen der Socken. Genau. Äh, Gewalt, Rudi. Sehr gut. Sehr gutes Beispiel. Ähm, okay, wir gucken jetzt Mia das Tape an, Leute. Oh, weh. Oh, weh. Jetzt geht's los. Ethan, please watch this. Das sind wir. Ethan, wenn du das findest, Ja, Dämon. Wie hat die das aufgenommen? Oh, ich bin das jetzt wieder. Idle, Donnie. Ich bin jetzt Mia. Nicht, nicht, ich, diesmal nicht nachdenken. Nicht nach hinten gucken. Einfach laufen. Weglaufen. Okay, Tür geht zu. Scheiße. Andere Richtung. Ich guck nicht nach hinten. Ich guck nicht nach hinten. Ich will es nicht wissen. Hier, Mami. Oh, Jesus Christ. Hier, hier lang, hier lang. Ich will nach hinten gucken, aber ich mach's nicht. Da verliert man zu viel Zeit. Habe ich hier ne Karte? Ah! Gott! Scheiß, fuck, Spiel! Mega, dass du mein Lieblingsspielreihe zockst. Diese englische Stimme. Ich muss es, glaube ich, wieder auf Deutsch stellen. Mr. White. Vielen lieben Dank für die lieben Worte. Mega, dass du in meine Lieblingsspielreihe zockst. Den Content, den du zur Zeit hintereinander raushaust, ist einfach genial. Vom Podcast bis zu Sims LP. Vielen Dank. Danke dir für die 25 Euro. Sehr lieb von dir. Sehr liebe Worte. Weiß ich zu schätzen. Danke dir. Mittwoch, ja, neue Folge, Podcast. Hört gerne rein. Ausrufezeichen Podcast in den Chat, wenn ihr den Link haben wollt. Mittwoch 0 Uhr 1. Habe ich jetzt geändert. Kommt jetzt nicht mehr 06 Uhr morgens am Mittwoch, sondern wir haben es geändert. Für Leute, die Frühschicht haben oder keine Ahnung, oder haben quasi Dienstag spätabends sich die nächste Folge anhören wollen. So. Werbung Ende. Wo bin ich jetzt hier hängen geblieben? Warte mal, hier bin ich gelaufen und dann bin ich hier gerannt und durch die Tür. Warte mal, hier war doch eine Tür. Jetzt bin ich gerade verloren, bin gerade ein bisschen lost. Nee, hier. Und dann jetzt hier durch und jetzt eben die Tür wahrscheinlich dann halt, nicht die andere. Nee. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Waffe oder nichts. Ich kann ja nicht gegen die kämpfen. Ihr fucking Arsch! Frau, ey. Ja, ey. Was soll ich machen gegen die? Arschfrau. Lost in Arschkraft. Chat. Okay. Okay, muss man wieder konzentrieren hier. Für meine Verhältnisse war ich heute schon ganz gut konzentriert. Jetzt ist in den letzten fünf Minuten wieder nur Scheiße gelabert. Jetzt mal wieder richtig rein hier. Ich habe eine Karte sogar, das wundert mich gerade. Aber ich bin ja im Tape. Das ist ja dieses Vergangenheitsding. Ich spiele ja Mia, so quasi die Erinnerung. Aber hier checke ich wirklich gerade nicht. Kann ich irgendwas nehmen, um gegen die zu kämpfen? Weil hier kann ich nicht lang und von da kommt die. Und ich habe nichts im Menü. Ich kann mich nicht... Vielen Dank für den Sub. Übrigens, Hodenbluter. Die Namen teilweise auf Twitch. Ey, wirklich. Das kannst du keinem erzählen. Ey, Hodenbluter. Wer nennt sich denn Hodenbluter? Was war denn deine Motivation, als du dich hier angemeldet hast? Oh, was können wir für einen Namen geben? Peter? Stefan? Stefan 31? Hodenbluter. Ah, okay. Und noch einer heißt hier, brennender Hoden im Chat. Hoden, geblutet. Okay, jetzt komm. Ich tendiere... Leute, die hier öfter zugucken, wissen jetzt halt genau. Ich tendiere immer dazu, so ein bisschen noch mehr Quatsch zu machen und so vom Thema abzulenken, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist ein ganz interessantes psychologisches Phänomen bei mir. Aber ich check's hier wirklich grad nicht. Ich will auch kein Backstreet Gaming, ne? Ich werde schon ein Haus finden. Aber ich habe kein Menü. Ich habe keine Waffe. Ich habe eigentlich nichts. Ich sehe nur eine Karte. Das geht nur durch die Tür. Ich dachte mir, vielleicht kann ich das aufheben hier oder so. Oder kann ich mich vielleicht verstecken? Kann ich jetzt vielleicht zurückgehen? Das ist jetzt zu, ne? Ja, Arschloch. Kann ich mich vielleicht so hier verstecken? Ist das vielleicht so gedacht? Ah, ich bin gut! Ich bin gut! Boah, das ist nur doch gleich komisch vorgekommen, dass das Ding hier so im Raum steht. Hey, das war nicht schlecht von mir, oder? Habe ich gut gemacht. Kann ich jetzt gehen? Oh, ich bin gut! Ich verstehe dich nicht. Und all das? Oh, fuck you, bitch! I'm cleverer than you, Galaxy Brain! Let's go! Ja, we're gonna piss off. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Okay, gut. Ja, chill mal, Game. Ähm, ach so, ich muss einfach nur weg, oder? Okay, let's go. Jetzt einfach nur weg. Jetzt einfach nur... Oh, nein, auf jeden Fall. Ich seh nix. Wo? Wo? Kann ich hier nicht runter? Ah, I fucked up! Ich seh nicht. Irgendwie check ich nicht, was ich hier machen soll. Wieder verstecken? Oh, man! Oh, die spielen auch mit so ganz viel typischen Klischees, die man kennt von Horrorfilmen, ne? Woher kenn ich denn dieses Klischee nochmal, ähm, das ist, glaub ich, von Schweigen der Lämmer, oder? Wo die Mutter in der Jugend auch immer so krass hart zu dem Dude ist, der dann später... Ne, wisst du, was ich mein? Don't you know, you dirty, you dirty little, dirty little boy. Und so, wo die dann alle so mega gestört... Dann werden die doch so gestört. Das ist Roter Drache. Oh, das kann gut sein. Stimmt. Wo man mehr erfährt über... Den... Den... Ich will aber hier nicht spoilern für Leute. Beides gute Filme auf jeden Fall. Danke für den giftige Zerb, Akuras. Was mach ich denn jetzt? Hier kann ich was machen jetzt. Warte. Ah, ich kann die alle abbrennen jetzt hier, oder was? Ja, geil. Wie, zurück. Ich will's nehmen. Kann ich's nicht nehmen? Gib mir das! Das ist ne Waffe! Oh, das ist vielleicht für nachher gedacht, dass ich da nachher hingebe, als in der normalen Welt, und das dann hole als Waffe, oder? Wahrscheinlich, ja. Wo ist denn die, Alter, jetzt? Kann ich hier irgendwo hin? Ich kann hier irgendwo hin! Kann ich das wirklich nicht nehmen? Hm. Jetzt kann ich hier... Jetzt ist alles gut, ne? Jetzt kann ich hier das... Okay, jetzt ist Zeit dafür. Okay, gut. Ausgeharrt. Das war unsere Taktik. Achso, warte mal. Was ist denn jetzt? Ah, guck mal, Rätsel. Ich muss das so hindrehen, das ist, äh... Ah, cool. Okay, warte mal. Das ist jetzt gar nicht... Das finde ich aber gut. Clever. Da, oder? So. Warte. Äh, da ein bisschen. Komm, ein bisschen mehr Toleranz. Hä? Hä? Hä, das ist doch! Besser kriege ich das nicht hin. Hä? Jetzt wach! Oder soll ich okay machen, dann reicht's, oder was? Ah ja, okay, gut. Okay, ich dachte, das kommt automatisch, wenn man es quasi richtig trifft. Gut. At Little Bofsky, danke für 12 Monate. Herzlich willkommen zurück. Nach zwölf Mal Resub bist du jetzt. Ein Jahr dabei. Viel Spaß mit deinem neuen Badge. At Little Bofsky. Und danke für den Support. Ein Jahr lang jetzt supported. Vielen Dank. Okay, ich wollte gerade testen. Klug scheißen, ob unser Schatten auch zu sehen ist. Aber gut, jetzt haben wir den geheimen, jetzt haben wir geöffnet, oder was? Jetzt machen wir den Jedi Fallen Order Move. Aber ich, äh, man gewöhnt sich schon dran, ne? Muss ich jetzt auch mal sagen. Ich war am Anfang schon, hatte ich Schiss. Gerade die ersten 20, 30 Minuten. War ich schon sehr angespannt. Ähm. Und auch noch bei dem Familiendinner da und so. Mit Daddy. Aber jetzt bin ich so dran gewöhnt, so ein bisschen. Aber es ist nicht schlecht, ist gut. Ja, es ist eigentlich richtig gut, weil... So kannst du kein Let's Play auf Dauer machen, streamen. Weil, äh, sonst ist mein Heartrate durch die Decke. Jetzt bin ich so ein bisschen dran gewöhnt. Ich hab mich bestimmt ein paar Mal nach erschrecken, aber jetzt check ich mehr so... Oh, die Alte geht mir auf den Sack. Äh, die ist so eine... Ich sag das Wort jetzt nicht, aber ihr wisst, welches Wort ich sagen will. Sagt man aber nicht. So eine... Potter! Muss ich jetzt alles nochmal neu ab... Ab erstes verstecken? Ja, ne? Ne, oder ab Müll... Äh, ab Müll... Müllbalkon wahrscheinlich. Ah, ne, ab hier. Okay, gut. Ah, jetzt hört mir auch erst wieder auf. Guck mal, ähm, dass hier mit diesen Querstreifen alles so ist, weil wir sind ja VHS-Modes sozusagen. Wir sind ja diese Kassettenerinnerung. Videokassettenerinnerung. Krass, ich hab mich so dran gewohnt, dass ich das gar nicht gewöhnt. Wie heißt das denn eigentlich? Ich hab mich dran gewöhnt? Ich hab mich dran gewohnt. Ich hab mich dran gewöhnt, ne? Sorry, ich bin Ausländer. Okay, was mach ich jetzt hier? Einfach wahrscheinlich wieder verstecken, ne? Was trinkst du da Feines, Donnie? Ich trink grad so ein IPA. Das ist ganz lecker. Von Ratsherren. Okay, ich versteck mich einfach vor der Warte, ey. Accept her gift. Das stand auch ganz am Anfang im Let's Play, wo wir da langgegangen sind nach dem... Accept her gift. Aber wer ist her? Das ist wahrscheinlich eine Hexe oder so? Ich hab das Gefühl, irgendwie ist hier so eine Hexe und die sind auch unter dem Einfluss von dieser Hexe. Jetzt frage ich mich, muss ich jetzt nochmal eine Runde drehen oder kann ich jetzt abhauen? Okay, gut. Ey, das Voice Acting ist stark, aber muss man schon sagen. Das ist gut gemacht. Also die, wer auch immer, welche Schauspielerin das gemacht hat, ist gut. Das ist schon saugutes Voice Acting. Okay, waren wir schon mal, ne? Sieht aus wie ein Teil von etwas aus. Mein Herz klopft. Oh, da ist es dunkel in der Seite, auf der... Hey, diese Bitch, Alter, diese Bitch. Und dann ist sie... Ach, guck mal. Okay, Mini-Recap. Sie hat ja... Also Mia ist unsere Frau. Wir sind Ethan, immer noch. Wir haben Mia am Anfang gefunden, in diesem Keller, wo wir jetzt auch gerade waren, in dem Tape. Und Mia hat ja auf dem Weg, auf der Flucht, so hier und da gesagt, daran erinnere ich mich, hier ging es lang und hier ging es durch und so. Und das waren, glaube ich, alles Erinnerungen berufen auf dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Da war sie wohl noch nicht besessen oder so von einem Dämon oder so oder war doch immer... Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir sind da... Ich bin da schon aufmerksam heute mal. Also, ganz ehrlich. Aber ich check das auf jeden Fall. Und die Alte hat auch mal geredet von, nimm ihr Geschenk an. Also ich glaube, selbst die, obwohl sie so mega evil wirken, sind gar nicht wirklich evil, sondern die sind auch alle irgendwie... Ja, wie heißt das, vom Besessen von irgendeiner, irgendeiner evil Witch oder sowas, irgendwie so ein... Weil die sagen ja auch immer, äh, her. Das muss, da denkt man halt automatisch, wenn es weiblich ist, das ist dann eine Hexe. Also, wie weißt du, wie ich meine, bei Horrorspielen, wenn es darum geht, dass alle besessen sind von irgendwas. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Dämonin ist oder sowas. Das wird wahrscheinlich eine Hexe sein oder so. Oder Vampirin vielleicht oder so. Nicht, dass mir wieder die Worte umgedreht werden im Mund und direkt cancelt, cancelt. Weil Donnie sagt im Stream, naja, wenn man eine Frau trinkt, trinkt man sofort an Hexe, ne? Naja, klar. Nein. Okay. Nochmal jetzt gucken. Also, wir haben einige, wir haben einige Objects, die ich einsetzen wollen würde in dem Anfangsgebiet, tatsächlich. Na, gucken wir mal, was steht denn da als Mission? Den Eingang zum Verarbeitungsbereich finden. Kann ich jetzt hier lang? Nee, ne? Warte mal. Aber kann ich hier was einsetzen? Den Hundekopf? Nee. Nee. Da kann man... Doch, warte. Steht, das ist doch... Er ist doch... Kann ich nicht verwendet. Okay, was ist da? Da ist die Flinte! Da ist eine Flinte in dem Raum! Ja, das sehe ich auch! Ich will die haben. Hm. Jetzt nochmal langsam, wo sind wir, wo sind wir gerade? Wo kamen wir her? Das ist hier irgendwie eine Bar, so ein Man Cave. Ah, da hat jemand auf jeden Fall noch nie in den Alley Pally geschaut. One hundred and eighty! One hundred and eighty! So bin ich der Typ. One hundred and eighty! Warte mal, kann ich die Kiste hier aufmachen? Die kann ich aber zerstören hier. Gelbe Kisten kann man zerstören. Und die kann ich bestimmt mit dem Dietrich eröffnen, komm. Ja klar, geil. Flinten-Munition! Ohhhh, Larry Flint! Okay. Das Spiel ist auch komplett an mir vorbeigegangen, ne? Das kam ja 2017 raus. Habe ich ein bisschen mein Research gemacht. Ein bisschen auch mal, ne? Eine extra Marke. Nicht nur Kerzen angezündet. Warte mal. Ey, sag Bescheid, wenn irgendwas brennt, ne? Ich habe gerade gelacht wie dieser eine Hund bei diesem Rennen. Wie heißt das nochmal, dieses ewige Rennen dieser Cartoon? Wo immer alle in so einem crazy Auto, also crazy Car Race. Und da ist so ein Hund mit so einer Oma im Auto. Und der lacht immer so. Der lacht immer so. Wacky Race? Ist das das? Ich weiß es nicht. Ey, ich habe das Gefühl, Chat ist eigentlich schlauer und schneller als irgendwie Google. Weil Google wüsste jetzt auch Wacky Race, aber wahrscheinlich so fünf verschiedene Dinger. Ich wüsste nicht was, sondern hier weiß man immer. Ja, hier stimmt. Ist auch wieder Quatsch. Komm, jetzt machen wir doch Concentration, Constimation, Constimation. Hier waren wir drin, gerade schon ein bisschen im Kreis gelaufen. Geil. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Vermutlich hat die Familie den selber ausgestopft. Okay, gut. Stech dich um. Stech dich ab. Ich will dich abstechen. Warum nicht? Am liebsten will ich eigentlich zu der Uhr gehen, die ganz am Anfang war und da mal dieses Pendel einfügen. Aber komme ich da jetzt wieder hin? Richtig, oder? Ich glaube, ich gehe gerade falsch, aber ich habe das Gefühl, ich habe hier noch nicht alles durch. Kann ich jetzt hier wieder was machen? Das war noch nicht. Da habe ich kein Objekt dafür, oder? Das hier, vielleicht den Hundekopf. Ah doch, klar. Wie mit dem Spider. Hä, aber das ist ein Adler. Und kein. Hä? Warte mal. Das geht doch gar nicht. Habe ich das falsche Objekt, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob das Spiel mir quasi das als Möglichkeit gibt, obwohl es das falsche Objekt ist. Nee, das ist das falsche Objekt. Nein, das passt nicht. Nee. Ich bin doch nicht doof, Leute. Bisschen doof, dass da jetzt gerade stand. Netter Versuch. Seht ihr die Playstation? Notifications, ja, oder? Notification Gang, wo ihr lit? Weiß ich immer nicht, ob man das im Stream sieht. Ja, schauen, oder? Ihr seht ja. Ja, genau. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann weiß man ja sofort, okay, hat man jetzt richtig gemacht, hätte ich es jetzt nicht bekommen, die Trophäe, dann wäre ich eher noch so im Sinne von, ah, okay, weiß ich nicht, muss ich da nochmal ran probieren und so. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, bei so Rätselspielen. Naja, just saying. Okay, Telefon nochmal. Vielleicht ist die alte. Nee, es muss ja klingeln, ne? Ich kann die nicht anrufen. Okay, da passiert nichts. Ist gut. Ja, leg auf. Ist gut. Ja. Leg auf. Hier passt vielleicht der Hunde. Oh, warte mal, ich brauche drei Köpfe, oder wie? Oder reicht ihr? Ah, ich brauche drei. Okay, das finde ich geil. Finde ich cool. Das heißt, man muss jetzt einfach finden alles, ne? Finde ich gut. Ich gehe jetzt doch vielleicht mal ganz zurück. Oh, das ist neu. Ey, das ist doch hier, äh, 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 irgendwie, ne? Da, ist das nicht der Anfangsbereich? Warte mal, das ist doch diese eine Tür. Ja, doch, doch. Ah ja. Alter, das ist doch gar nicht so weit weg. Dann gehe ich doch mal hier zu. Da war doch die Uhr. Ich werde 100 Pro gleich erschrocken. 100 Pro. Das ist so das, äh, 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 die Zeit im Spiel, wo man so wieder denkt, jajaja, jetzt hat er lang schon keinen Schock mehr gehabt. Jetzt ist er hier normal. Hat Spaß. Der spielt gerade ganz normal. Der spielt gerade ganz normal. Das machen wir nicht. Ne, 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 ne. Den kriegen wir gleich mal wieder. Der kriegt jetzt gleich mal wieder einen Schreck. Die alte Oma, die muss nochmal raus. Ähm, jetzt, wo war nochmal die Uhr? Hier. Ah, Leute, mein Brain ist heute am Start. Entspannter Donnie, besser Donnie. Ich habe auch gute Laune heute. Ich habe einen guten Tag. Kann man auch mal sagen. Ich hoffe, ihr auch. Ähm. So, das Ding jetzt mal da rein. Was passiert jetzt? Ah, wir kriegen noch so ein Ding. Noch ein Kopf. Ja, geil. Schlau. Okay, Rätsel. Wir brauchen jetzt nur noch einen Kopf. Noch gute Laune, ja, ja, okay. Mal gucken. Karte. Karte. Lass mich mal auf die Karte gucken. Akten. Karte. Wo sind wir denn? Garage müssen wir vielleicht nochmal. Ne, da ist zu. Waschraum. Wisst ihr was? Ich gehe mal im Waschraum speichern mal kurz. Das ist doch auch mal ganz schlau, oder? Da ging es laut Karte hier lang. Kann ich da rein? Ja. Einmal kurz speichern. Das ist auch immer ganz gut. Mhm. Gut. Machen wir. Oh, seit einer Stunde nicht mehr gespeichert. Okay, das wurde auf jeden Fall Zeit. Ah, ich muss mir gleich nochmal ein paar Chips holen. Okay, jetzt kommt doch Mucke irgendwie auf einmal. Kann ich hier auch nochmal runter oder so? Kann, soll ich da runter? Weißt du was? Ne, da kann ich gar nicht lang, ne? Doch. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal hier lang. Was sagt denn die Karte? Ich gucke mir nochmal genau hier unten. Jetzt so ohne... ...ohne Stress. Da war das Viech. Hier sind wir ja vorhin mit Mia ja lang gelaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier jetzt... Hey Bro, das heißt auch Hey Bro. Ist es so eine Anspielung auf Hasbro oder ist es wirklich so Hey Bro? Whatever. Achso, bringt uns ja gar nichts. Das ist einfach dann die Küche. Okay, na gut, das bringt uns ja nichts. Ja, okay. Gut. Kann man hier hoch? Na gut. Egal. Trotzdem mal abgecheckt. Können wir abhaken. Dann Eingangshalle. Da ist... Okay, da ist das eine Schlossding. Ist ja quasi dann dieser Hundeschloss. Und wir brauchen diesen Skorpion hier noch. Die Flinte bekommen. Okay, jetzt nochmal zurück. Das macht Bock. Ey, ich bin jetzt... Jetzt bin ich richtig drin so... Ähm... Eben so im... Im so Rätsel... Rätsel Resident Evil Mode. Mit latenten... Mit latentem... Leichtem Schiss vor... Jumpscares. Aber ich glaube, hier waren wir schon einfach durch mit der Gegend. Hier. Wir gehen jetzt mal... Einfach nochmal durch diese... Diese Tür. Oder die goldene. Ansonsten war hier nichts mehr, ne? Da auch nicht. Warte mal. Hier noch was. Dead End, ne? Irgendein Item oder so. Okay. Okay. Also nochmal... Nochmal in Ruhe. Das war der Raum, wo wir die Flinte quasi... Das war unsere... Prank-Flinte. Das ist nicht die Flinte, die wir... Dieser Not the Joy, see you're looking for mäßig. Kleine Star Wars-Referenz für alle euch Nerds hier draußen. Dabei bin ich eigentlich der größte Nerd, wenn er sowas macht. Dann war hier... Das ist ja quasi die... Wir können ja das andere mal reinlegen schon mal. Weihnacht. Komm. Weißt du, macht ja irgendwie Spaß. So. Eins fehlt noch. Gut. Dann war... Hier müssen wir vielleicht auch nochmal so ein Ding einfügen. Ne, das haben wir da... Jetzt geht's hier lang? War ich hier schon mal? Vielleicht kann ich hier mit dem Dietrich... Ne, Dietrich ist weg. Ah, Dietrich ist nur einmal einsetzbar. Okay. Warte mal, ich nehme mal direkt ein Kraut. Fällt mir gerade auf. Ich bin ja ein bisschen am Arsch. Okay. Haben wir gelesen, oder? Haben wir das gelesen? Ne. In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen mit Kiff eingeleitet wurde. Wir haben doch... Kollegen, Studentin. Man, wie kann man das so vergesslich sein wie ich? Was war doch das mit Kollegen, Studentin? Ja, die Smiley... Ja, die Emotes... Smilies? Die Emotes habe ich verdient. Gebe ich zu. Ah, ich bin auch nicht... Ich bin halt schlau, aber nicht erinnerungmäßig. So, Bier leer. Konzentration da. Weiter geht's. Was ist denn mit... Hier müssen wir mal gucken. Hier kann ich nichts verwenden dafür, ne? Was ist denn hier? Sind hier vielleicht ein paar Easter Eggs? Finde ich aber ganz interessant mal zu gucken, wie die Bücher und so heißen. Wartime Photojournalism. Hannes Bayreiner. Beautiful Home. Unnerving Combat. They killed him. Was könnte so was sein? Cheaters rights, they killed him. Seht ihr das, wo mein Messer jetzt zum Beispiel jetzt an der Spitze ist? Die beiden. Müsst ihr den Kopf drehen. Cheaters rights, they killed him. Das könnte so ein Hinweis sein von den Produzenten, finde ich. Oder von den Programmierern. Vielleicht ist das irgendwie ein Cheat oder sowas. Ich achte mal gerne auf solche Details. Gut. Gut, also weiter. Wir waren dann noch hier richtig. Die Oma. Ciao. Das war ja auch hier quasi Progress-Gegend hier, ne? Wir sind ja eigentlich wieder zurückgegangen wegen der Uhr. Das ist nochmal so eine Tür, die so ritualmäßig aussieht. Ne, Donny. Viel zu dunkel bei uns. Ja, ist es zu dunkel? Ne, werden die Helligkeit eigentlich zusammen mit dem Chatfolien eingangs ausgemacht? Lecker Kakao. Ich hoffe dann, bist du wieder die Ausnahme. Eigentlich waren jetzt die meisten zufrieden hier mit der Helligkeit. Ich finde es auch hell genug. Ist ja auch Geschmacksabe. Ich kann mitz... Ich lasse das jetzt so. So. Bleibt jetzt hier alles, wie es ist! Ja, seid ihr erschrocken, ne? So, jetzt war wieder Concentration, Mann. Hier waren wir doch am gespeichert. Wir haben das Mea-Tape geguckt. Irgendwas übersehe ich. Hier muss ich doch lang, oder? Hier war ich, glaube ich, noch nicht so richtig. Ich muss mehr auf die Karte achten. Warte mal. Badezimmer. Ach, den Buchtitel konnte man nicht lesen. Ah, okay. Gut, das ist ein guter Hinweis. Das wusste ich nicht. Okay, gut. Ja. Fair enough. Okay, Neuland, Leute. Pst. Hey, sobald man sich auch daran gewöhnt hat, an quasi dieses Horror-Ding, dass man irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, abgehärteter ist, muss ich schon sagen, bisher finde ich das echt ein cooles Spiel. Das hat schon was. Passiert halt wenig und so, aber dadurch, dass so wenig passiert, sind die kleinen Sachen, die passieren, haben halt total viel Wert, finde ich. So was mag ich eigentlich ganz gerne. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Von so einem ADS-Kind, wie ich es bin. Holzstatue. Kann ich das mal drehen? Wieso kann ich das nicht drehen? Oh, das ist... Das sah aber aus wie der Vogel. Wir probieren's. Fuck you. I'm out of here. Fuck you, naked fucking half-burned asshole man guy. Fucking dickhead. Scheiße, ich hab die... Kann dann... Falsche... Ja, der holt mich ein, der holt mich ein, der holt mich ein, ne? Ja, der holt mich ein. Fuck. Der ist schneller, als man denkt. Scheiße, fuck. Fuck shit. Lässt... Low. Ich kann nicht reden. Ich will in den Hauptraum unten. Ich hab ne Idee, nämlich. Geht es hier lang? Ich weiß nicht. Ja. Ich bin gut. Die Oma ist da. Ciao. Der hat aufgehört... Ist er weg? Warte, erstmal wieder Zeit. Muss ganz kurz. Warte, erstmal wieder Zeit. Wooh! Oh, oh. 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 Das Geile ist, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Ich kam gerade zurück, ich war halt wirklich pinkeln. Und ich gehe halt genau so lange quasi pinkeln, wie diese Animation von Lara ist. Nochmal danke dafür. Und das Ding ist, es ist so surreal, weil ich in der Wohnung ja wirklich pinkeln gehe. Und die Zeit total gut einschätzen kann, wie lange ich brauche, um mindestens wieder am Platz zu sein. Ist auch immer ganz gut, so eine kleine Pause zu haben. Also Händewaschen, da habe ich mir auch nochmal so Chips geholt gerade. Habe jetzt mir was Normales zu trinken geholt, also ohne Alkohol, mit Wasser, also Wasser einfach. Und dann setze ich mich wieder hin. Und das Witzige ist aber, ich habe jetzt schnell Pause gedrückt. Ich wurde in der Zwischenzeit gerade von dem Daddy verprügelt auf der Treppe. Ich wurde verprügelt, der war da. Das heißt, ich komme zurück und höre nur so. Und ihr alle so, ja lustig, ist doch gerade hier wieder heile Welt, Donny geht irgendwie, Sims Donny geht pinkeln. Aber ich muss kurz zwei Chips essen und dann geht's wieder. Ich will euch hier nicht vollkauen, Alter. Ey, die kann ich voll empfehlen übrigens, die hier. Sorry, ey. Ey, willst du, ich mache gerne Empfehlungen. Unbezahlte Werbung, ja. Die hier, die hier liebe ich. Die sind der Shit. Cassidy Chips, Sweet Chili and Red Pepper, Leute. Die sind echt Hammer. Machen übertrieben fett. Egal. Scheiß drauf. YOLO. Hm. Okay. Also das heißt, wir steigen jetzt direkt ein, während wir gerade verprügelt werden. Ich glaube, wir sind fast tot. Ja, ich habe nicht Pause gedrückt. Ich bin, guck mal, der Dodge-Vader im Chat sagt, zu Recht, also Null an Pranger gestellt. Du hast voll Recht. Man drückt Pause, wenn man Pause immer hasst. Ja. Aber ich glaube, ganz viele von den Leuten, die hier sonst hier zugucken, werden genau wissen, warum ich nicht Pause gedrückt habe, weil ich normalerweise Souls-Game spiele. Da gibt es keine Pause. Das heißt, man stellt sich immer irgendwie in so eine Safe, so in so eine Ecke und denkt mir erst mal, okay, gut, da kommt keiner. Gut, da kam er wohl. Okay, seid ihr ready? Da ist er an der Treppe, da habe ich mich hingestellt, aber er hat mich wohl nur einmal geschlagen, ich kam wohl rechtzeitig. Ähm, was war jetzt aber mein Plan nochmal? Ähm, scheiße, ich weiß jetzt nicht mehr, was mein Plan war. Okay, ich bin durcheinander, er folgt mir jetzt die ganze Zeit. Ach hier, genau, ich wollte das ausprobieren, weil ich meinte, dass dieses Holz-Ding da reinpasst. Das war so meine Idee. Das ist, das ist es doch. Guck mal, wie schlau ich bin. Ey, guck mal, ich bin heute wirklich, heute bin ich wirklich schlau. Das ist es doch. Ich sehe das jetzt schon. Das passt. Ja, guck mal. Klar, das passt doch. Warte mal, ich mache es noch ein bisschen genauer. Das war meine Idee. Guck mal, das passt. Yes, Mann. Guck mal, ich bin gut drauf heute. Das war eine Badewanne. Ich wusste sofort, irgendwie habe ich das sofort gesehen, dass, glaube ich, das passt da rein. Als Wutschi-Set. Ja, geht doch da lang. Was denn jetzt? Lauf. Okay, ich dachte schon, jetzt kommt der und haut mir eine rein. Ein Chip noch, komm. Hattest du schon mal so knackige Chips gehört? Ich glaube nicht. Chips sind so knackig wie mein Arsch, Leute. Okay, wieder ein bisschen Safe Zone hier. Aber warum ist hier so ein Elch im Raum? Was ist denn? Was ist denn? Das ist ein Elch? Reh. Emu. Ich glaube, es ist ein Elch. Hirsch? Das ist ein Hirsch, oder? Ja, check, du weißt wieder alles besser, na klar. Na ja, klar, es sind Perilombililas, die wurden natürlich in Schweden weit verbreitet, also die Laien nennen es natürlich älter, aber es ist eigentlich ein Hirsch. Ah, E-Bags, ja, ein E-Bags, der Kerl. Irgendein Arsch kommt immer mit E-Bags, ja. Nee, okay, gut, jetzt mal lauter wieder zurück. Aber ich liebte es immer, diese Safe-Zones zu haben, auch für mich so beim Streamen, dann kann ich wieder ein bisschen beruhigt Quatsch machen. Man muss nicht die ganze Zeit Angst haben, dass irgendwie Daddy durch eine Wand bricht und mir einfach mit der Axt irgendwie meinen Kopf, ja, ganz ehrlich, in zweit halt. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Das ist jetzt hier irgendwie auch wieder so eine, ganz komisch auch die Architektur von diesem Haus. Okay, was habe ich genommen? Was habe ich genommen? Hä, ich habe da was genommen gerade, oder nicht? Ein flüssige, okay, dankeschön. Wenn ich so, wenn ich so frage, könnt ihr mir schon sagen, wenn ich sowas dann schnell übersehe, weil das, ja, für mich jetzt nicht krass, Backseat-Gaming. Okay, das ist nur, weil ich verrafft bin. So, ich kann hier sonst nichts machen, ne? Okay, das war eine Lasagne wahrscheinlich, oder was? Viele Biere. Okay, scheint ein latentes Alkoholpubbeln zu haben, der Kollege hier. Machen wir wieder zu. Klar, das ist Energieverschwendung. Oh, das kann man auch machen. Kraut! Brauche ich. Ja, weißt du was? Kann ich mir das nicht auf dieses Quick-Menu machen? Oder ist das überhaupt sinnvoll? Weißt du was? Ich mache mir das hier drauf. Wie geht denn das nochmal? So, hier, ne? So, dann machen wir doch. Kombi... Nee. Ah, warte mal. Kombinieren. Warte mal. Schießpulver und flüssige Chemikalie ist Pistole mit Munition. Ja, geil! Ew! Okay, cool. Hat bestimmt schon einer im Chat bisher gesagt. Aber siehst du, ist es nicht keiner, wenn ich draufkomme? Immer wieder, immer wieder die Beweise für Backseat Gaming Scheiße. Ist doch besser, wenn man selber draufkommt. Aber ich habe immer noch keine Waffe, deswegen... Pff, wusste ich ja, deswegen habe ich es gar nicht erst. Pff, habe ich mich damit beschäftigt. Psychotonikum. Pff, finden Sie Objekte mit dem Psychotonikum? Was ist Psychotonikum? Das klingt irgendwie... ...irgendwie nicht gut. Hm. Hm. Fabian of Astoria, es tut echt weh. Naja, es tut mir leid, dass es weh tut. Spiel zum ersten Mal ein Resident Evil Spiel von den Neuen. Also ich... Kann man ja mal ein bisschen... Kann man ja ein bisschen Nachsicht haben, oder? Nachsicht. Ich habe nur 1 und 2 gespielt damals noch auf der... War das sogar Playstation 1, Alter? Warte mal. Playstation... Resident Evil 1. Mal ganz kurz, Chad. War das sogar PS1? Das war das mit den Hunden, ne? Das habe ich gespielt. Ah, ich habe ja eine Pistole. Stimmt. Ja, ja. Jetzt weiß ich wieder. Das hat wahrscheinlich wieder getan. Okay, gut. Gebe ich zu. Ja, ohne Rechtfertigung hast du recht. Doch. Nee. Nicht als Rechtfertigung. Sondern vielleicht als Erklärung. Ich kam ein bisschen durcheinander mit dieser Mia-Erinnerung. Da hatte ich ja keine Waffen mehr. Und jetzt bin ich ja wieder E-Zinn. Das habe ich vergessen. Ist also keine Rechtfertigung, finde ich. Ist eher so eine... Ich habe ja einen Fehler eingestanden nach oben drauf. So, Nischl. Habe ich verrafft. Ja, jetzt habe ich wieder Waffe. Gut. Ähm. Weiter geht's. Ja, hier ist sonst nichts, oder? Man guckt sich halt in jedem Raum einfach extrem dolle um. Warte mal, kann man die Sands ein bisschen höher machen? Also, das sollte für die Schöne... Kamera... Geschwindigkeit... Noch mal zurück. Oh ja. Ja, ja, ja. Besser. Besser für mich. Ich bin schnell. Schnell, 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 schnell. Geil. Okay, gut. Hier, was? Dietrich. Ich habe keinen Dietrich mehr. Okay. Müssen wir uns unbedingt merken. Hier. War das ein Speicherraum, ne? Ja, ne? Nee, war es nicht. Ähm. Den Raum müssen wir uns merken. Wo ist denn der? Eingangshalle. Weil dann Dietrich, äh, brauchen wir da. Ist bestimmt geiles Loot drin. Was ist denn das? Das war eine Munition. Ich muss mich auch daran gewöhnen, immer mehr draufzugucken, bevor ich was aufhebe. Das war jetzt schon wieder so, aber ich habe es ganz kurz noch gesehen, was es war. Aber hätte ich fast auch wieder verrafft, was es ist. Weil es wird einem ja nicht quasi auch wieder so eine Dark Souls Referenz. Ich weiß, ich lasse es jetzt auch mal mit den Dark Souls. Wenn man dann oben rechts am Bild einfach immer sieht, wenn man was aufhebt, dann steht das da halt irgendwie das und das aufgehoben. Das bin ich irgendwie so krass gewohnt. Aber hier ist es halt nicht so. Und dann kommen wir hier an. Hier ist ein Waschbecken. Da ist nochmal ein Imo. Was ist das? Wohnen hier Kinder? Was ist das? Was ist das? Warte mal, ist das jetzt das erste Bild von dem Monster? Ex-Foy, vielen lieben Dank für die 20 Euro. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr spendabel. Weiß ich zu schätzen. Dankeschön für den Support. Gut, dass du mit dabei bist wieder. Nice one. Okay, wieder eine Münze aufgesammelt. Okay, weiter. Ich bin jetzt wieder richtig drin wieder. Aber hier ist wie, genau, hier ist ja wie in dem Raum, wo wir Mia gefunden haben. So researchmäßig. Das könnten all die Opfer sein, glaube ich auch. Oh, hier ist ein Dietrich drin. Hier ist ein Dietrich. Wetten. Maden. Und Dietrich. Kann man warten oder so? Kann ich das ausschütten? Nee. Ja, man weiß ja nie. Ey, mal ganz ehrlich. Für alle, die jetzt lachen, das wäre eine geile Mechanik gewesen, oder? Mit dem Controller, dass man das ausschütten kann. Und dann gehen die Maden weg. Und dann ist da doch ein Dietrich drin. Gibst du. Das wäre eine gute Idee gewesen. Fürs Spiel. Just saying. Hire me for the next Resident Evil Capcom. I have a few little stupid ideas nobody really needs. Okay. Oh, hier sitzt. Oh. Okay, welche Serie? Welche Serie? Welche Serie jetzt sofort? Welche Serie? Chat, sehr gut. Absolut. Ja. Upside down hier. Power Rangers hat einer geschrieben. Props dafür. Okay, warte mal. Hier kommt ein Monster raus. Oh. 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 Das reicht nicht für einmal nachlaufen. Doch. Ich bin gut. Ich bin gut. Yes. Guilty upside down Monster, obwohl ich gerade noch abgelenkt war. War das jetzt gut, oder war es Munitionsverschwendung? Das ist die nächste Frage. Kann ich dich als Sinti engagieren? Ja, aber gerne. Ich konnte immer schon gut so Filtern nachmachen. Das war gerade Munitionsverschwendung, ne? Habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ja, ich weiß. Das ist mir auch schon aufgefallen. Na gut, das ist jetzt halt so. Das war immer Munitionsverschwendung. Leute, wir machen zu viel Quatsch. Jetzt komm mal, lass mal wieder eins aufschubieren. Ja, was soll ich machen? Ich schieße dann halt lieber drauf. Hätte ja sein können, dass das ein wichtiger Gegner ist, den man killen muss. Ja, ist jetzt halt so. Abhaken, weiter geht's. Komm. So ein bisschen so, what are you looking at? Ist das ein echtes Painting? Also von einem echten Großmeister oder sowas? Oder ist das random angefertigt von Capcom? Das ist wieder so eine Skorpion-Tür. Ich hab' nix. Hm. Ach, Großmeister ist Schach, ne? Ja, gut, mein Gott. Kannst du nicht, ob er gibt bei Bildern, Gemälden? Oh, das sieht aber sehr safe so nicht aus. Hier ist doch bestimmt wieder ein Speicherpunkt, oder? Oh, nice. Okay. Uh, okay. Ein Chip. Ja, wir haben schon besser gespielt in diesem Let's Play bis jetzt. Das war ein bisschen ein wackeliger Abschnitt gerade. Munitionsverständnis nervt mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die nervt mich. Was ist jetzt zu machen? E-Mail. Okay, wir haben hier noch nichts reingetan. Sollen wir die Münzen einfach da mal rein machen? Obwohl, ich hab irgendwie gar keinen Bedarf für... Warte mal, Mia-Tape kann ich zum Beispiel ab... Warte mal. Wie lege ich denn was ins... So. Hä? Ne. Wie lege ich denn jetzt was? Werden Sie ein Objekt, das hier hingelegt werden soll? Wieso kann ich denn... Achso, E-Mail... Wieso kann ich das Tape von Mia nicht da reinlegen? Versteh ich nicht. Doch so. Okay, gut. I got it. Okay, I got it. Just let me figure it out, guys. Die Münzen brauchen wir... Ja, scheiße. Ne, warte mal. Das eine baue ich auch nicht. Diese, diese, diese Leiter. Ne, Flittenmunition brauchen wir... Ne, wir brauchen alles. Alles gut. Okay. Ähm. Wahrscheinlich wieder nix drin. Einfach nur so als Troll. Was ist das? Those bastards. Those bastards looking for me. But maybe this gives you a chance to escape. To escape, you have to find a relief shape. Like dog heads. I saw one of the heads. Oh! I saw one of the heads in the dissection room on the ground. Get it? It's the key out of here. Schlaumi, schlaumi, schlau, man! Dissection room müssen wir finden. Das ist, ähm... Autopsie, oder? Something's wrong with me. It must be that... Ja, erstmal ist... Was da an dir falsch ist, ist, dass du eine Standard-Microsoft-Fund nimmst. Oh, die haben mich aber auch das essen lassen. Warte mal, sind wir in Dying Cause? Sind wir auch quasi, ähm, infiziert? I'm gonna go ahead get a hold of that shotgun I saw in the rec room. I might grab my dinner with me. You might get out of here. I love you, Courtney. I love Travis. Wow, ist fast schon ein bisschen in the feels. Okay, also... Ich glaube, dieser Zettel gerade war ein Hinweis für Leute, die bisher noch nicht eh schon alles zusammen gereimt haben, wie wir das eigentlich schon gut gemacht haben. Aber ist ja trotzdem okay. Mit den Hunden hatten wir ja schon raus, aber Dissection Room müssen wir gucken. Gibt's das auf der Karte? Steht das dann da? Was heißt denn das dann auf Deutsch? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Freizeitraum. Warte mal, Dissection Room ist eigentlich... Okay, das könnt ihr sagen, Chat. Weil ich checke halt nur die Übersetzung nicht. Gibt's das schon auf der Karte? Warte, ich checke halt nicht, was Dissection Room heißt. Oder vielleicht auch doch nicht sagen. Vielleicht ist es... Oh, hier wird's deutsch gesagt. Stimmt, okay. Musst X auf den Zettel drücken. Danke dir. Klauska, das ist ein guter Hinweis. Im Zerlegungsraum im Keller. Okay, warte, warte. Aber den hab ich... Dissection im Zerlegungsraum hätte ich auch... Aber ich hab den Keller hier. Ich hab die Kellerkarte noch gar nicht, Leute. Ja, gut. Alles kommt zusammen hier. Okay, wir haben hier alles. Geil, jetzt geht's weiter. Ey, mir macht das richtig Spaß, ey. Ich find das cool. Das ist ein cooles Game. Ich mach auch noch ein bisschen auf jeden Fall heute. Freue mich, wenn ihr dranbleibt. Weil ich bin komplett drin jetzt gerade. Ich geh jetzt in den Zerlegungsraum. Aber vorher pass ich auf, was hier noch los ist. Warte mal, gibt's hier noch Räume? Ne, ich glaub, jetzt haben wir... Jetzt geht's hier einfach... Das ist ein neuer... Das ist eine neue Treppe, glaub ich. Die haben wir noch nicht. Super auch. Das eignet sich auch voll gut zum Streamen. Ich find das super so als Streamgame, wenn man so... Weil man tatsächlich... Pass auf. Man hat weniger Schiss. Weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist zusammen drin in der Scheiße hier. Und nicht ganz alleine. Okay, hier ist sehr, sehr viel Upside Down-Gedöns. Ich drück automatisch immer Viereck, weil ich so krass viele... fucking Bloodborne-Sekiro-Gedöns gespielt habe, dass ich immer dodge erst mal. Gibt's aber keinen Dodge. Kommt der jetzt? Echt, diesmal nicht Munitions-Frame. Einfach abhauen. Ciao. Ich hau einfach ab. Ich hau ab. Ich kann nicht Munition verschwenden. Darf nicht Munition verschwenden. Geht's hier rein? Oh, hier ist gut. Safe Zone, oder was? Nein, der ist doch so ein Wichser. Axt. Messer. Obwohl, wie kann man ausweichen? Ja, wieder... Okay. Hat eins blocken. Oh Mann, scheiße. Habe ich noch Kraut? Nein. Okay, so geht's. Was ist das für ein Viech? Mann, ich will die Sachen... Ich will die Sachen haben, die da drin sind. Deswegen muss der sterben. Das sind überall Loot-Scheiß gewesen. Ich hätte auf den Kopf zielen sollen, auf jeden Fall. Scheiße. Ja, dass man Kopfschlüsse braucht, braucht ihr mir jetzt nicht sagen, Leute. Ich bin jetzt nicht der... Ich spiele nicht zum ersten Mal Videospiele. Vor allem nicht Resident Evil Games, ging jetzt auch nicht komplett damit vorbei. Vor allem Zombie. Also so untot gedöhnt. Ist mir schon gar auf dem Kopf. Aber ich habe jetzt am Ende einfach Panik gehabt und einfach draufgerissen. Ich will vor allem das wieder mit dem Messer erst machen. Ich will jetzt... Warte mal, ist die Munition jetzt aber weg seit dem Tod? Ja, ne? Oder habe ich jetzt wieder die gleiche Menge, die ich da hatte an dem Checkpoint? Geil, wir haben gerade 1, 2, 3, 4 Zuschauer. Just saying, für alle OCD-Fans. 1234. Ausgesprochen. Okay. Den lasse ich mal nochmal weg. Den lock ich mal her. Agro ziehen. Warten, Mann. Die ist nicht weg. Okay, danke Orsi für den Hinweis. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann kann man wenigstens ein bisschen... Mal rumprobieren. Danke, Jagomir. Sehr liebe Worte von dir. Danke. Dankeschön. Macht auch Spaß. So, warte mal. Den anderen mache ich jetzt aber richtig mal kurz einen Prozess hier. Weil da ist Loot drin. Ich weiß ja nicht, ob der andere... Der andere andere nochmal nachkommt. Dann hier. Hier. Okay. Wow. Musste der letzte Schuss sein? Nee. Musste er nicht. Danke, Donnie. Weißt du, Evil musst du Munition sparen? Kommt der jetzt durch? Der kommt hier nochmal rein, ne? Der kommt, ne? Der letzte Schuss war so unnötig. So, hier ist bestimmt Loot. Oder halt Monster. Ah, die haben hier so eine Leichenverbrennung. Sean. William. Hier steht nichts dran. Okay, was? Lara. Travis. Travis Scott. Hier haben sie gekokst. Eimer. Lukas. Ich hab den Kern geschnappt. Der immer zu fliehen versucht. Nee, ist eine andere Stimme. Lukas. Ich hab den Kern geschnappt. Der immer zu fliehen versucht. Ich hab ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht weiter abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit den Mädchen, was du willst. Ich wusste sofort, das ist nämlich ein gemeiner. 3A und ein Handabdruck. Nochmal kurz gucken. Hinweis. Das war ein Hinweis. Wir haben alle. Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Hier ist der Handabdruck. Vielleicht kann ich den irgendwie... Um das aufzumachen. Warte mal. 3A. Handabdruck ist hier dran. Das ist übrigens Crack. Kann ich hier vielleicht... Also erstmal noch... Ich komm da gleich wieder zurück. Ich will mich erstmal hier nochmal umschauen. Es ist ja alles Neuland hier. Der andere Dude ist jetzt immer noch da hinten. Der lässt mich in Ruhe, oder? Okay, gut. Lass mal lieber die andere Waffe, bevor ich hier wieder Munition... Workshop. Kann ich da rein? Karte habe ich noch nicht hierfür, ne? Deswegen weiß ich nicht, welche Tür auf geht oder welche nicht. Aber jetzt wird es zu rot sein. Okay. Naja, we're making progress. Auch mit Verständnis vom Spiel. Wahrscheinlich alles verschlossen, oder? Ne, okay. Überall ist dieses Gedöns. Ich gehe gleich zurück nochmal in diese Leichenkammer. Keine Sorge. Ich will mich einfach hier erstmal nochmal umschauen. Ich spiele immer so meine Spiele. Keine Ahnung. Ich brauche das. Oh, da haben wir wieder diese Flüssigkeit. Da können wir wieder... Okay, ciao. Nope. 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 No, no. It's just not happening right now. No? No, I don't need it in my life. I want to close the door. Go in here and Ritzel lösen. Danke. Einfach nope. Einfach nope. Komisches Feig. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. No. Auf und rein. Einfach mal nein sagen. Chips essen. Runterkommen. Ritzel lösen. Da ist was. Oh, Pulver. Geil, ich kann wieder Munition machen. Ja, guck mal, ich bin richtig gut mittlerweile. Ähm, hier. Machen wir direkt. Kombinieren. Ne, warte mal, hä? Doch. Ja, geht doch. Und das hier? Geht auch. Ne. Okay. Okay, also flüssige Chemikalien ist, äh, Chemikalien. Flüssige Chemikalien ist generell sehr gut. Nochmal gucken. Oh ja, ne. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. 3A. Ja, ich check das. 3A ist ein Handabdruck, aber. Knusper Casper, danke für den Sub. Lord Stromberg, Julia Rillo. Alles wird anders. Diesmal eins. Danke für den Prime Sub. Super viele Subs heute nicht vorgelesen. Es tut mir leid. Ich mach das ungern so. Aber heute ist so ein bisschen eventig. Und dann bin ich immer so ein bisschen abgelenkt. So erste Welt, äh, große Streamer-Probleme schon. So, ich komm nicht hinterher. Ja, mit den ganzen Subs. Nein, ich weiß echt zu schätzen, Leute. Ich lieb's echt, äh, dass ihr mich so supportet und so mit dem ganzen Quatsch hier. Danke für die Subs auf jeden Fall. Stellvertretend für alle, die reinkamen. Okay, ähm, voll abgehoben. Ja, genau, ich weiß. Sorry, what I'm gonna do. Voll abgehoben, aber zu dumm, das Rätsel hier zu lösen. Nein, es ist wichtig auch, Leute. Ich weiß es echt zu schätzen, dass ihr mich supportet. Die Subs sind wichtig auch für mich als Streamer so, dass ich das weitermachen kann. Ich hab dann immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich so Streams mache, wo gerade die Streams, wo dann auch mal so recht viele Leute zugucken, die vielleicht sonst nicht zugucken und ich dann halt nicht jeden Sub vorlese, weil ich manchmal ein bisschen das Gefühl hab, das ist so ein bisschen nervig vielleicht für andere Zuhörer, wenn da immer der Streamer eigentlich die ganze Zeit nur darüber, über die Notifications redet, weißt du? Aber kann auch sein, dass es nur meine Wahrnehmung ist. Lasst mich das gerne wissen. Mich stört es nicht, die Sachen vorzulesen, aber ich versuche immer so ein bisschen die Mischung zu finden, weißt du? Zwischen mich aufs Spiel einlassen komplett und so und hier Wurstbuden Achim zu sein, weißt du? Das kann jetzt auch, ihr wisst schon, wie ich meine. Egal, Leute. That being said, ich muss das Rätsel lösen und einen Chip essen. Einen letzten. Das war schon der fünfte Letzte, wo ich gesagt hab, ne, der letzte. Scheiße. 3A, ich check das. Hier ist ne Hand. I get it. Aber, ja und? Ja, ja und? Denkt dran, 3A und die Hand auflegen. Kann ich meine Hand? Sagen wir mal. Kann ich die Waffe weglegen und dann irgendwie ne Hand? Kann ich meine Hand? Warte mal, ist es vielleicht so, dass ich, oh warte mal, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay, pass auf. Ist das so Zelda mäßig? Das, den auch schon, Saint Edge, mach's doch einfach am Ende des Streams, das hört sich dann auch für keinen und du kannst trotzdem die Zeit nehmen. Ja, kann wir machen auf jeden Fall. Ich glaube nur, manchmal Leute subben und hätten's halt gerne, dass man's vielleicht direkt anspricht. Ähm, ja. Mal gucken. Sagt's mir einfach auf Discord oder in den Comics oder sowas. Ich versuch da drauf einzugehen. Ich will nur, dass ihr wisst, dass ich da nicht drauf scheiße und wie so ein arrogantes Arschloch rüberkommen will, der den Support nicht zu schätzen weiß. Äh, nur irgendwie die Gifted Subs vorlese. Ja, ist mir wichtig, dass ihr das wisst. So, trotzdem, ich hab ne Idee. Jetzt ist das vielleicht so Zelda mäßig. Es geht hier darum, was man offen lässt und was nicht. Deswegen lass ich jetzt einfach nur das mit der Hand offen. Ich glaub, das ist nämlich der Trick hier. Weil mein Brain ist heute stark. Ja, oh mein Gott. Ich mein, es ist jetzt nicht so krass. Es ist auch nicht so schlecht. Oh, das hab ich nicht gelesen im Chat. Ich schwöre es euch. Den killen wir jetzt schnell. Ich werd mal ein bisschen Damage machen. Nein, weg. Mann, es ist so schwer, aber man kann nicht dodgen. Stirb doch einfach. Warum stirbt der nicht? Warum stirbt der nicht? Warum stirbt der nicht? Den hab ich doch jetzt dreimal im Kopf getroffen. Ist das ein anderer oder so? Jetzt darf ich wieder chippen. Okay, warte. Nochmal rein. Boah, nervig. Nee, guck mal, ich hab jetzt keine, die Munition ist weg. Ich hab jetzt Munition verloren auf jeden Fall diesmal. Scheiße, jetzt kommt aber nochmal der Dude hier und dann muss ich den wieder weglocken und so weiter. Kann ich einfach in dem Vorbeirennen? hallo? Ey, so'n Dodge. Ich schwör's euch, mir fehlt so krass ein Dodge einfach. Einfach so'n Rückschritt oder so'n Hüpfer. Weil du musst immer, du willst rennen, aber du musst dich immer umdrehen, um zu rennen. Aber das finde ich auch eigentlich ganz gut gemacht, weil es ist halt realistisch. Boah, das Dab, My Never Die. Ja, man, wie sieht's aus? What a day? My Never Die. House Bolton. Nee. Äh, Greyjoy. Ja. Oder Einals? What a step? My Never Die. Der Spruch von den Greyjoys, ne? Glaube ich. Oh Gott. Jetzt nicht auch noch bei den Game of Thrones-Fans verkacken, Leute. Ich komm nicht durch. Hier ist nicht der Tisch, der im Weg ist. Drei, komm. Dein. Äh, zwei. Drei. Vier, okay. Unten und Ohr, Quick Turn. Warte mal. Ich hab, nee, aber ich spiel, äh, ich depp. Oh mein Gott, wie dumm ich bin. Ich hab grad wirklich die Klasse durchgenommen und es versucht. Ich bin doch auf der PS5. Das ist schon wieder das Beispiel, wenn Leute sich fragen, warum ich denn so doof bin. Ich hab's grad wirklich, ich hab wirklich gedacht, ich probier's kurz aus. Aber wie ist's denn auf dem Controller? Warte mal. Ist gar nicht so unwichtig. Warte mal gucken. Gibt's das hier? Steht das, wie das geht? Tastenbelegung suche ich. Gibt's hier nicht. Ach, egal. Es hat ja auch gepasst, wie es war. So, jetzt sind wir nochmal so. Wir machen, nee, nur den auf, oder? Das war doch der Trick. Oder wie, hä? Muss man erstmal alle aufmachen und dann zumachen und das ist der Trick? Geht das dann erst? Der Trick? Nach unten und Kreis. Ah. Chatty, chatty, bo-beddy. Chat, chatty, chatty, spaghetti, oder was? Stark, okay, gut. So, der Trick war, man muss da sich erst aufmachen, oder was, damit das hier funktioniert mit dem Zumachen. Okay. Weird. Hä? Wieso geht das denn nicht? Einfach so schon. Mhm. Wir sind jetzt, oh, wir brauchen Kraut. Haben wir nicht. Shit. Was ist das? Assignmittel, was kurz durch die Sinne schärft, wollen wir das jetzt probieren? Wollen wir das nehmen, oder? Fuck off! Purensohn. Oh, ich komm nicht weg. Man kommt nicht weeeeg. Ich muss mehr blocken. Oh, der ist übel hart. Der zum Schieße. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Der ist tot. Ich, Mann. Das Spiel, Mann. Bewegt sich so scheiße langsam immer. Äh, äh, äh. Gib mir eine Rolle, Mann. Oder ist irgendwas weg? Jetzt habe ich schon wieder weniger Munition, Mann. Das kotzt an. Du kannst überhaupt nicht manövrieren, wenn du rückwärts läufst. Ich muss das mehr machen mit diesem rückwärts runter und kreis und dann irgendwie wegficken, ey. Sorry, ey. Riebe mich gerade wieder auf. Knappen, Junge. Danke für den Prime Sub. Sorry. Guten Abend, Leute. Mad Eagle mit Zwiebel. Danke für den Prime Sub. Leute, es ist doch verrückt, Mann. Wieso braucht der so viele Schüsse? Muss ich den überhaupt killen? Es ist auch wieder alles Munitionsverschwerden. Oh, okay. Job. Ja, aber das Ding ist, ich beschwere mich da übrigens nicht drüber, ne? Es, ähm. Und glaub mir, ich beschwere mich gerne über Spiele. Da nehme ich keinen Blattformenpunkt. So ein schleimers Streamer bin ich nicht. Aber in diesem Fall check ich ja voll. Das ist schon gemacht. So. Das ist halt realistisch. Das passt halt zum Spiel. Das ist halt so. Du kannst ja, wenn du rückwärts läufst, nicht irgendwie super schnell dich bewegen und so. Das macht schon alles Sinn. Wo ist denn der hin? Ist der jetzt wieder weg? Ist der gerade in den Boden da rein? Okay, ciao. Aber ich überlege gerade, ob ich den vielleicht woanders hinlocken muss. Die Agro ziehen und dann vielleicht in einem... Warte mal, das ist der noch normaler noch, ne? Diese Verzögerung, ne? Diese nach dem ersten Splash auf den Kopf, die ist nervig, weil du dann nicht richtig schwer zu zielen. Also wieder alle aufmachen oder was? Und dann wieder zu den einen, ne? Ne. Ah, das ist fast verkackt. Mach! Mein Gott! Okay, jetzt warte mal. Jetzt aufpassen. Wir haben Fuller Health. Wir haben... 10er. Okay. Ich ziehe den raus, glaube ich, tatsächlich, den Dude. Okay, auf die Seite diesmal. Komm weg! Man kann aber nicht rennen! Aber jetzt kriege ich in den langen Gang, muss ich den kriegen. Dann geht's. Nachladen. Kommt er hinterher? Bitte komm hinterher, bitte. Scheiße. Er fehlt. Der hat einen Reach! Nein, der andere Wichser ist auch noch da! Scheiße! Ich dachte, er wäre in den Boden verschwunden. Ja, L1 blocken! Äh, fick dich! Scheiße, ich bin tot. Ja, auf jeden. Das schaffe ich auf keinen Fall. Nein, ich bin tot. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Bin tot. Ja, verschlossen. Ciao. Ja, tschüss. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh! No way! Ich habe überlebt! Okay, nice! Wow! Aber ich habe nichts zum Heilen. Egal. Ich mache die jetzt hier im Gang fertig. Ja, klar. Ich habe überlebt. Wie schnell der ist? No way! Wie bin ich da weggekommen? Wieso bin ich auf dem Boden? Ich... Ich lebe noch! Are you kidding me? Okay, jetzt muss aber jeder Schutz sitzen. Einmal nachladen noch. Okay, let's go. Yes! Gigi! Und ich bin übelst verletzt! Und ich habe nichts zum Heilen. Aber ich habe es überlebt. Come on, es war nicht schlecht. Aber auch ein bisschen glücklich, gebe ich zu. Gibt es irgendwo Kraut? Wo ist ein Kraut, wenn man es braucht? Das war der... Ein English soldier never said in the Second World War. Wow! War der schlecht! Mein Gott, bitte lyncht mich dafür! Oh mein Gott, war der so dumm! Mega konstruiert! Wegen Krauts? Oh mein Gott! Jesus Christ! Bin ich undustig! Ich brauche schnell was zu essen. Irgendwie Kraut mäßig. Ja, Chemikalie bringt mir nichts. Oh nein, da ist... Nee! Ciao! Da war ein Kraut in der Wand, habe ich gerade gesehen. Scheiße! Guck mal, Rot! Ich bin komplett im roten Bereich. Und jetzt kommen weitere Gegner. Wir sterben! Ich will es nicht nochmal machen müssen. Ich habe keinen Bock nochmal gegen die zwei Dudes. Gib mir jetzt irgendwo Kraut. Hier ist doch bestimmt... Ähm... Kann ich das nehmen? Ja. Hinter mir ist irgendwas, ne? Ja, nein. Scheiße! Wir sind tot. Könne ich das irgendwie nehmen? Was ist das? Skorpionsschüsse. Okay, gut. Okay, wir machen es jetzt taktisch. Warte, drei Schüsse habe ich, ne? Oh, drei Schüsse. Alter, jeder Schuss besitzen. Einer. Zwei! Drei! Oh mein Gott, come on, das war gut, da kannst du jetzt nix sagen. Letzter fucking möglicher Schuss und wir haben jetzt unsere Ruhe. Goddamn Pog, though. Scheiße! Scheiße! Goddamn Pog! Warum sage ich Goddamn Pog? Sag ich nie. Crazy 91, schönen Gruße mit Donnie in the Darks. Wie sieht's aus? Das ist ein Schatzfoto. Okay, ich muss schiffen, Leute, ganz kurz. Ich mache Pause diesmal. Und vielleicht mal eine Variation. Diesmal nochmal eins von Lara, von unseren Lara Clips. Der ist auch gut. Warte mal, jetzt habe ich irgendwas anderes aufgemacht. Wir machen mal den hier als Pausenanimation. Bis gleich, bin gleich wieder da. Obwohl, wisst ihr was? Ich finde den eigentlich besser. Der läuft in Dauerschleife. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Letzter Chip für heute, wirklich. Nee! Okay, aber jetzt mal mit... Full Concentration. Oh, aber diesmal... Okay, diesmal machen wir was besser. Ich hab letztes Mal auch, muss ich sagen, diesen einen hier... ...den nicht richtig gemacht. Die sehen auch so creepy aus, Mann! Die sehen echt auch ein bisschen aus wie diese Typen von... ...Äh, von Stranger Things. Wie heißen die? Diese Dementoren sind bei Harry Potter, ne? Ähm... Ja, weiß nicht, diese... ...komischen Dingsmonster. Ich kill den jetzt einfach. Eins! Zwei, drei! Nein! Nein, ich hab's verkackt! Jetzt ist er tot. Ich hab Munition verschwendet. Ja, aber er ist tot. Weiter geht's. Nein! Er ist nicht tot! Nein! Ey, das ist gar nicht so einfach zu aimen, Mann! Mein Gott! Ich will sterben, aber liebsten nicht. Ich hab jetzt so... Okay, das war einfach jetzt schon scheiße. Wir können jetzt schon einfach vergessen. Weil ich jetzt... Weil ich jetzt... Ich mach laut, tatsächlich. Ja. Ja, muss jetzt sein. Wir sind jetzt richtig im Skill-Modus. Der muss mit genau drei Headshots sitzen. Fertig. Nee, nee. Ich lad dann lieber nochmal neu. Ja, ja, es wird schon klar. Aber man trifft die Headys nicht immer, ne? Also, falls ihr jetzt gerade... Ihr denkt, dass ich das nicht check... Nee, nee, check ich schon. Aber die sind schwer zu treffen, weil der sich immer so bewegt und so. Weil es gibt kein Auto-Aim. Ne? Just saying. Ist gar nicht so einfach. Aber vielleicht sollte ich den hier schon einfach direkt machen. Dann muss ich nicht so... Das war kein Headshot. Ah, nee. Das kriegst du echt... Das ist nicht so einfach, ey. Das bewegt sich so scheiße. Weißt du was? Ja. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Ich mach jetzt 50.000 mal die gleiche Stelle. Nein. Letzter Chip für den Abend. Versprochen. Maximus Nubius. Danke für den Price-Up. Herzlich willkommen. Hey Donny, spielst du die geilsten Spiele? Muss man dir lassen. Zarte Haferflocke. Vielen lieben Dank. Hör ich nicht so oft hier. Meistens ist er so... Nicht meistens, aber öfter eher so... Warum spielst du kein Rust? Oder warum spielst du keine Manganast? Und dann ich so... Ja Dark Souls 2 fang ich mal neu an. Was keiner mehr spielt. Aber ich spiel einfach immer die Spiele, die mir Spaß machen im Stream. Tatsächlich. Das klingt immer so ein bisschen so... Als würde ich irgendwie so... Weltverbesserer-mäßig drauf sein. Bin ich aber nicht. Bin eher so... Denk an mich selbst in dem Bereich. So. Eins. Catch-Shot. Okay, jetzt... Warte mal... Wir machen uns nochmal in Ruhe. Einer sitzt jetzt. Zweiter. Wenn er sich beruhigt, seinen Kopf. Zwei. Drei. Nein! Der dodgedo! Der dodgedo! Der dodgedo! So. Aber ihr habt's auch gesehen. Der hat genau gedeodged. Und jetzt habe ich einen Schuss verschwendet. Aber hat er gut gemacht. Er hat gut gedeodged. So, jetzt frage ich mich... Ey, weißt du was? Wisst ihr, was ich mich grad frag? Muss ich da überhaupt rein? Warte, warte mal. Das Rätsel habe ich gelöst. Ich habe den Loot doch schon... Muss ich da aber... Den machen? Eins. Oh, shit. So muss man die machen. Nein! Die bewegt... Bewegt dich doch nicht immer! Nein! Okay, war nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, den Loot bekommen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es wird mir jetzt auch fast schon wieder ein bisschen zu Backseat geben. Aber... Durch meine Schuld. Kein Vorwurf von euch. Ich bin gerade selber und gucke gerade viel im Chat. Und frage viele, viele Fragen. Ich bin mal wieder zurück im... Ich versuche es mir selber herauszufinden. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, tatsächlich. Das ist gar nicht so unwichtig. Weil wenn ich das jetzt wirklich nicht machen muss, dann würde ich es eher auch nicht machen. Ähm... Also den Dude haben wir schon mal gekillt. Wie sehe ich denn, wie viel Munition ich habe, ohne dass ich jedes Mal... So, muss ich mal erzählen. Der hat gut und gerne sieben Headshots gebraucht. Wisst ihr was? Ich entscheide jetzt einfach. Ich gehe jetzt weiter. Ich gehe jetzt weiter hier. Das war mir zu heftig. Der eine ist zu krass. Der braucht übelst viele Headshots und der ist super schnell. Und hier kommen ja noch mega viele Gegner. Ich brauche die Schüsse. Ich mache es auch diesmal ein bisschen vorsichtiger. Ohne dass ich irgendwie jemanden im Nacken habe die ganze Zeit. Guck mal, da gibt es auch noch Loot. Das habe ich noch gar nicht... Hier kommt einer aus dem Scheiß raus. Genau. Hier kommt einer jetzt raus, ne? Das haben wir vorhin... Hier muss man das Triggern erstmal, oder? Wahrscheinlich muss man irgendwo hin. Das weiß ich noch. Hier kam von hinten einer. Als ich hier gelootet habe. Kann man hier durch? Entriegelt. Hä? Echt? Ah, das war wahrscheinlich der Loot, den ich geholt habe, oder? Okay, warte mal. Erstmal hier den anderen Loot holen. Das haben wir auch nicht richtig angeguckt. Jetzt kommt der raus, oder? Ich bin mir sicher, er kommt gleich... Oder war das der, der dich... Egal. Kraut. Nice. Pistole Munition. Nice. Unten auch noch Kraut. Okay, nice. Das ist ein guter Loot. Okay, das war die richtige Entscheidung, glaube ich. Aber vorhin, als ich hier war, habe ich hier gelootet und dann kam einer von hinten. Das frage ich mich gerade, warum da jetzt nicht noch einer kommt. So, hier war ich auch drin. Da dachte ich Safe Zone. War aber nicht Safe Zone. Das müssen wir nochmal holen. Oder was? Okay, das haben wir nicht... Quasi. Da müsste aber das Kraut dann auch nochmal hier liegen, oder? Ja, geil. Ja, moin. Ja, ich bin dabei. Dietrich nehme ich auch mit. Ja, geil. Ja, klar. Ja, gut. Warum rede ich immer so? Ja, hoch. Aber hier kam doch vorhin alles... Hier waren doch vorhin viel mehr Gegner. Warum habe ich jetzt... Okay, den mache ich noch schnell. Erster Schuss natürlich daneben. Weg, weg, weg. War kein Headshot, ne? Scheiße. Warte. Yes! Ich glaube, ich gehe jetzt speichern. Weil wenn ich jetzt speichere, ist das alles... Bleiben die tot, oder nicht? Ich glaube, das lohnt sich in dem Fall hier tatsächlich mal. Ich höre noch... Ich höre noch was hier. Warte mal. Hier sind noch Dudes. Wo war nochmal der Speicherraum? Nicht hier. Äh, shit. Wo war der nochmal? Am Anfang, ne? Ich glaube, speichern ist jetzt gut. Ey, aber ich liebe so Games. Ich liebe das voll. Ich liebe das voll, wenn Games so sind. Wirklich. Ich habe gerade mega so ein Stück Chip auf mein Mikro gespuckt. Nein! Verpiss dich. Kein Schlag, bitte. Hier oben war der Speicherraum, bitte, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der war, der Speicherraum. Gott dammit. Hier, oder? Hier drin? Jaaa! Safe Zone! Let's do this! Jaaa! Ey, aber Leute, ganz ehrlich. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen für ein gutes Spiel, wenn man sich so freut, einen Speicherraum zu sehen. Das ist gut gemacht. Das ist schon nice. Vor allem auch schön schwer. Ich mag schwere Spiele einfach. Ich quäle mich, glaube ich, selber gerne. Aber finde ich gut. Ja, nicht schwer. Anspruchsvoll auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht die Einfach-Option gewählt habe, sondern die Normal als Schwierigkeitsgrad. Hi Chat, hi Donny, hi Headhunter. Okay. Wir machen noch ein bisschen. Warte mal, ich geh jetzt mal hier wieder runter. Aber jetzt sind die... Warte mal, ist... Ja, warte mal. Ne, jetzt sind die Gegner nicht wieder da. Das ist ja eben nicht wie bei den Souls-Cames. Die sind jetzt immer noch tot, oder? Die ich gekillt hab. Das ist jetzt die große Frage. Aber warum hab ich dann gespeichert? Wegen den Items. Okay, warte. Das geht ja auf sogar. Okay. Hier war ich noch nicht drin. So viel Option. Ah, das ist eine Abkürzung. Warte mal. Das ist doch hier diese komische Küche, wo das Code war. Oder? Ne. Okay. Doch. Würdest du das Game auch in VR spielen, wenn du die Möglichkeit hättest, fragt jemand im Chat gerade, Vault Cope? Nein, auf keinen Fall. Ich hab einmal bei Rocket Beans, als ich noch bei Rocket Beans war, ich glaub bei irgendeiner Studioaufzeichnung oder so, wo Kogi irgendwas gemacht hat mit VR-Brille, ich hab's mir original fünf Minuten aufgezogen und hab fast gekotzt. Danach. Das ist nicht für jedermann, glaub ich. Also, ich will jetzt echt nicht das Schlechtreden. Kann sein, dass du mich dran gewöhnt, dass es auch besser geworden ist. Das war auch noch so ein bisschen in der Try-Phase, ne? Aber ich kam damit gar nicht klar. Also, nicht dabei gekotzt, sondern danach. Vielleicht waren es auch zehn Minuten oder so. Das fand ich total weird. Da kam mein Bewusstsein nicht so richtig mit klar. Motion Sickness mäßig. Also, fast schon wie, ja, also, ja, fast wirklich wie so sehkrank, hab ich mich gefühlt oder so. Ne, kann ich nicht. Und abgesehen auch die psychische, äh, psychologische Komponente meine ich. Die kann ich nicht. Finde ich irgendwie total weird. Bin ich zu paranoid da irgendwie, mich so abzuschotten irgendwie. Und dann, ne. Da hab ich eher Angst, dass jetzt währenddessen meine Wohnung abfackelt oder so. Keine Ahnung. Ne, aber, ja, ist ja damit beantwortet. So, weiter jetzt hier. Hier war noch ein Raum, den hab ich glaub ich nicht so richtig untersucht, weil ich immer Angst hatte, weil ich immer verfolgt wurde. Achso, wir müssen uns doch an den Zerlegungsraum. Das ist unser Ziel. Genau. Für den letzten Hund. Hier hat grad was geklopft. Warte mal. Was, ist das ein normaler oder ein anderer? Mach den einfach jetzt. Da ist noch ein anderer, ne. Ich wusste, ich hab's doch gehört, dass da noch einer ist. Die reicht aber für beide. Komm, der andere noch einen Schuss. Nice. Ciao. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich hab noch ein Kraut. Alles gut. Guck mal, mit Kraut ist alles easy. Jetzt mach ich die, finish die, finish die off. Nein! Warum? Nein! Ja, ja, ja. Hab ich. Und der andere auch. Geh weg, weg, weg. Ein Kopf, ein Headshot noch. Fuck you guys. Ja. Hätten wir besser lösen können. War ein bisschen hektisch. Aber wir haben's gelöst. Kraut. Fassen wir rein. Geil. Haben wir noch ein Kraut rein, oder? Grüner Bereich müssen wir sein. Gut. Gut, okay. War jetzt dann doch brenzliger hier, als ich dachte die Situation. Aber das haben wir jetzt wieder. Das Kraut holen wir uns jetzt hier wieder. Jetzt hab ich fast Bock, wieder nochmal zu speichern. Aber ich glaub, jetzt geht's weiter in die nächste. Oh, da ist einer! Fuck you! Ciao! Ich geh speichern. Ich geh speichern. I'm gonna go save, I think. I think I'm gonna go save. Cuz I'm a crazy save guy, who doesn't want to die all the time. Oder noch ein Kraut nehmen. Nee. Brauchen wir nicht. Ich will jetzt nicht speichern. Nee, ich guck jetzt viel in Chat gerade. Nee, nee. Lass mich mal wieder alleine machen. Also. Also. Nein, warte mal. Ich überleg gerade, ob ich das doch einfach machen kann. Es war doch nur einer. Die Frage ist, muss ich da überhaupt lang? Ich muss schon sagen, also die Stelle gerade im Spiel finde ich, finde ich, äh, finde ich schon anspruchsvoll. Also die, ich will jetzt nicht sagen, die erste wirklich anspruchsvolle Stelle, aber das ist schon die erste Stelle, wo ich wirklich merke, so, hier muss schon alles sitzen, so. Okay. Letztes Mal, als ich hier war, kamen die Dudes von Nice wieder so'n Ding. Kann ich was, kann ich eigentlich jetzt schon was kombinieren? Das kann ich kombinieren, genau. Nice, okay, wir haben jetzt so'n Dingsbottle, nehm ich mal direkt. Okay. Das dürfte uns jetzt eigentlich ganz heilen. Okay, nice. Ich geh jetzt nicht nochmal speichern. Nee, wir machen jetzt weiter. Okay, warte mal. Aber war da doch Loot, ist die Frage. War da noch Loot? Da war doch noch Loot. Da muss was gewesen sein noch, wo dieser Dude war. Ich, ich geh nochmal hin. Ich glaub, da muss was sein. Ich, ich kann's nicht anders. Ich kann nicht anders. Hier ist doch was. Da ist der Wichser, ne? Excuse my French. Eins. Zwei. Nein. Fuck auf, ich dück mich immer. Bam, 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 bam. Ich hab keine Munition. Scheiße. Ich hab nicht. Ah. Fuck off. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Ich hab einen Schuss verkackt. Ich stich dir ins Arsch. Das sind zwei. Das sind zwei. Fuck. Fuck. Ich will jetzt nicht sterben. Ich mach das nicht nochmal alles. Ich mach das nicht alles nochmal neu. MMMMMM. Safe zone. Safe zone. Kraut. Haben wir noch Kraut? Nein. Fuck, wir haben gar nichts mehr. Kombinieren. Haben, kennen wir nicht. Scheiße. Die kommen jetzt mir hinterher. Ich bin am Arsch. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Jo, Fumpfs Magazin. Danke für den Raid. Herzlich willkommen in der Hölle. Ich versuche mich hier gerade an Resident Evil 7 zum ersten Mal blind. Also nicht offensichtlich nicht blind. Ich sehe euch. Also ich... Hattest du noch gefühlt, dass ich ein bisschen Stevie Wonder mache? Ich kann euch auf jeden Fall sehen, aber ich meine mit blind nicht wirklich blind. Okay, aber ich brauche was zum Heilen. Fuck. Warum bin ich hier nochmal lang? Ich hätte hier nicht nochmal lang sollen. Aber da muss doch was sein in diesem Maschinenraum oder was es ist. Kann man doch keiner erzählen. Jetzt mal ehrlich, da muss doch was sein. Was ist denn das? Kann ich das auch aufheben? Hier, das interessiert mich hier. Was ist denn hier? Die kommen jetzt wieder, ne? Ich bin hier tot, ne? Ich bin hier immer tot. Kann ich hier irgendwie einfach lang... Ach, hier ist nur zum Loot. Oder was? Okay, ich habe es gecheckt. Hier ist nur Loot drin. Okay, geil. Ich haue ab. Ich haue jetzt wieder ab. Und ich habe den Loot. Und ich gehe jetzt speichern. Ja. Ne, oder? Mach ich das? Weiß ich nicht. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Nochmal so eine Chemikalie, ne? Okay. Ich brauche Kraut, ey. Ich gehe speichern, glaube ich. Aber ich checke nicht ganz die Mechanik. Wenn ich jetzt speichern gehe, ist dann jetzt... Warte mal. Doch. Okay. Ja, ich checke es doch. Ich habe jetzt ja quasi diesen Skorpionschlüssel. Und die Krauts sind dann, glaube ich, wieder da. Die kann ich wieder aufsammeln, ne? So, das ist doch gut. Okay. Gehe ich hier gerade richtig? Ja, ne? Hier. Wo war es noch? Wie ging es nochmal lang? Ja. Okay. Gut. Okay. Okay, aber jetzt vergesse ich gerade, was noch war. Was war denn noch, was wir machen wollten? Wir haben den Hinweis bekommen für... Erstmal zum Safe Room. Warte mal. Wir wissen auf jeden Fall... Also wir haben auf jeden Fall einen Skorpionschlüssel noch. Jetzt geholt. Und wir wissen, dass wir immer noch in den Dings... Bitte tu es nicht. Ist das schlecht? Okay, alle sagen no. Scheiße, jetzt habe ich in den Chat geguckt. Jetzt habe ich in den Chat geguckt. Okay, jetzt habe ich... Ja, jetzt habe ich leider in den Chat geguckt, ihr scheiß kleinen Backseat-Gamer-Schweine. Wenn ich jetzt speichern... Ich soll nicht speichern, oder was? Das ist das einzige und letzte Mal, wo ich jetzt wirklich explizit nachfrage, bevor sich Leute beschweren bei YouTube nachher. Ist meine Schuld, ich frage jetzt explizit nach. Soll ich gespeichern oder nicht? Sag es mir, Chat. Eins für, ich soll jetzt speichern. Zwei für, nein, lass es. Jetzt will ich es wirklich wissen. Zwei für, lass es. Das sind mir genug Zweien. Also weiter geht's. Aber ich brauche Kraut. Ich bin am Arsch. Leute. Donnie, wir müssen über grundlegende Resi-Sachen sprechen. I know. My first fucking Resident Evil aus die... Also first-person-mäßig. Wie gesagt, erstes war PlayStation 1. Ich bin fucking alt. Egal. Lass mich mal jetzt weitermachen. Das hat doch jetzt alles gut geklappt, wenn ich einfach mal mich selber konzentriert habe. Ich hätte nicht in diesen Raum sollen. Ich gucke mir nochmal nach, was ich da... Habe ich noch was zu kombinieren? Nee. Okay. Ich muss... Bevor jetzt jemand das Bedürfnis hat, mir das durch den Bildschirm quasi zu schreien, kann ich euch beruhigen. Ich weiß schon, dass man bei Resident Evil sehr, sehr mit den Ressourcen haushalten muss. Und ich weiß auch, dass ich das jetzt nicht gemacht habe, die letzte Zeit. Aber, ja. Ist jetzt halt so. Aber eigentlich, prinzipiell weiß ich das schon. Aber manchmal ist man halt gierig irgendwie, ne? Man will dann doch irgendwie den Gegner abschießen, den man vielleicht auch einfach weglassen könnte. Und dann verliert man halt Munition und dann hat man keine Munition mehr und kein Kraut mehr. So, hier ging's doch weiter. Ich geh jetzt hier einfach weiter. Progress. Come on. Abhacken. Weiter geht's. Jetzt hab ich halt mega Schiss auch die ganze Zeit, weil ich nichts hab, ne? Ist es hier Petronium? Äh, äh, ja genau. Ja, die Frage ist, nehm ich das jetzt? Ah, hier komm ich gar nicht durch. Dietrich? Ne, geht auch nicht. Ah gut, ich komm hier gar nicht weiter. Schatzfoto bringt auch nix. Hm. Cool. Oh, das ist auch was. Was ist denn das? Flinten-Munition. Ich brauch die Flinte vor allem überhaupt mal. Hm. Gut, ich geh nochmal in diesen, ich glaub ich muss in diesen Maschinenraum da. Das ist der einzige Raum, wo ich noch nicht wirklich, mich richtig umge... Ich nenn's jetzt immer Maschinenraum. Generator war das, glaub ich, oder so, ne? Aber da sind zwei von den Viechern, ich hab keinen Schuss mehr. Wie soll ich denn das machen? Ging's hier noch? Warte mal, hier war ich schon. Hier war ich auch noch nicht. Warte mal, warte mal. Warte mal. Ne, doch. Das ist eine Abkürzung quasi. Okay, gut. Hm. Scheiß, ich lauf im Kreis, ne? Oder muss ich doch nochmal das Rätsel machen, um irgendein... Ich glaub, ich muss nochmal... Muss ich doch das nochmal machen? Hab ich da irgendein Item bekommen? Wieso krieg ich das nicht? Hä? Krieg ich damit was machen? Hab ich hier vielleicht doch irgendwie nochmal... Oh, okay. Gut, dass ich hier nochmal rein bin. Jetzt frag ich mich, muss ich echt nochmal diesen Dude aktivieren? Will ich aber nicht. Hm. Ach so, wegen nicht speichern, das kann ich mir selber jetzt auch ein bisschen zusammen gereimt. Janina zum Beispiel fragt das gerade. Ja, ist glaube ich eher so deswegen, weil ich halt wirklich gerade sau wenig Heilung und sau wenig Munition habe. Wenn ich jetzt heile, dann ist es immer meine Ausgangslage sozusagen mit diesem Skillset. Was macht man jetzt? Vielleicht ist es jetzt auch... Ich würde aber gerne noch weitermachen, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, vielleicht ist jetzt ein guter Schluss für die erste Folge, aber... Ich bin gerade so ein bisschen verloren. Okay, eine letzte Frage, die ich direkt frage an den Chat. Eine letzte Frage, die ich direkt frage. Nur mit eins und zwei. Ist ja meine Entscheidung, ich nehme es jetzt hier raus. Eins für, ich muss dieses Rätsel nochmal machen. Er und diesen krassen Dude nochmal rausholen, um irgendwie was zu holen und zu bekommen und zwei für, brauche ich nicht machen. Okay, super viele Einsen, das ist ganz klar. Okay, ich muss davor kurz bissen. Ja, machen wir. Ich mache Pause. Ich muss davor einmal kurz schlippen. Ich bin schon die ganze Zeit hier, so machen. Einen letzten Lara-Clip noch auf jeden Fall, den wir noch nicht gesehen haben, damit es frisch bleibt. Warte, wir haben glaube ich... Klogang, Pen, ähm... Ich finde eigentlich den Original-Klogang immer am besten. Also bis gleich. Dann mache ich da weiter. Bis gleich. Also bis gleich. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ha ha! Untertitelung des ZDF, 2020 Die war noch nicht fertig! Die war noch nicht fertig! Ich war noch nicht fertig! Wie lang war jetzt Schwarzbild? Super lang wahrscheinlich, oder? Aber eigentlich hat Lara zum Beispiel echt, finde ich, faszinierend gut getimt, diese Videos, weil es fast genauso lang ist, wie ich sonst eigentlich wirklich immer aufs Klo gehe hier, wenn ich streame. Ich würde dir sogar fast zutrauen, dass sie den Research gemacht hat und so ein bisschen so eine, nee, das wäre eher so Nina-Style, so 30 Streams gucken und aus 30 verschiedenen Piss-Gang sozusagen zusammen ausrechnen, wie lang die Durchschnittslänge eines, naja, wollen wir uns nicht in Länge ziehen. Jetzt was schieße ich jetzt. Kein Zufall, okay, gut, habe ich mich, habe ich wohl doch, aber gerade habe ich, ja, eine SMS noch geschrieben, sorry. Deswegen war ich kurz länger. Also weiter geht's, oder? Nochmal. Aber es ist eine nervige Stelle, muss ich sagen, im Spiel gerade. Bisschen anstrengend. Äh, neu starten. Ne, was? Ne. Also nochmal das Rätsel machen, genau, das meinten wir ja gerade, sorry. SMS, ja, ich meinte eigentlich WhatsApp, aber irgendwie. Oldschool, Dad, Dad-Formulierung, Boomer-Formulierung. SMS. So, also nochmal, nochmal das Rätsel machen, wie gesagt, sagt ihr. Jetzt nochmal alles zu, ne? Ja, Lara, guck mal. Ja, okay. Wow. Worst case sozusagen, um irgendwie, äh, was Nettes zu sagen. Hey, guck mal, hier, äh, äh, hier, deine, deine Leichenverbrennungsofen, Lara, hi. Ah, sorry. Ja, das ging jetzt schon auf, hä, okay. Okay, warte mal, ich muss jetzt den machen, aber den schaffe ich gar nicht. Jetzt halt echt, ich habe nix, ich habe ein Messer und null Schuss. Was soll ich denn machen? Kann ich Munition machen? Kann ich nicht. Ja, wieso kann, das sieht aber aus, als ob ich das nicht machen kann. Das war doch, es war doch rot. Okay, zehn Schuss. Okay, guys. Zehn Schuss, zehn Headshots. Let's do this, okay? Ich schaff das. Ich lock den raus. Ich lock den raus und mach zehn Headshots. Das müsste reichen, denke ich mal. Ein Easy, der am Anfang. Au! Okay, scheiße. Shit. Schon direkt fast tot. Wie bei CS AWP, wenn ich mich da habe. Einer. Zweiter. Drei. Nein! Der hat gedodged. Ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Ja, ich mache es jetzt nicht hunderttausendmal, aber da muss wirklich jeder Schuss sitzen. Wenn ihr nur zehn habt, muss jeder Schuss sitzen. Letzter Chip für heute. Sorry. Ja, es ist auch spät. Vier Stunden in to stream, da kann man nochmal Chips essen. Warte mal. War das jetzt dumm? Muss ich jetzt super viel neu machen? Das war dumm, ne? Das war dumm. Scheiße, jetzt fällt es mir auf. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Kennt ihr diesen, ähm, Things Cry Ever Meme? Ich bin gerade so innerlich. Hey Donnie, das musst du jetzt alles neu machen, ne? Ich hätte es speichern sollen. Schnauze halten, weiter zugucken. Lasst mal den Donnie mal machen. Lasst mal den Papa machen, denn der Daddy, der echte Daddy, der bin ihr. Ich. Ich habe noch Energie, Leute, ey. Auch wenn es Montagabend ist. Scheißegal, Pandemie sind wir, können wir alle länger wach bleiben, oder? Wer ist noch dabei? Herzlich willkommen, wenn ihr noch ein bisschen mit mir dabei seid. Ja gut, easy ist ein easy, ist ein easy Trigger, aber trotzdem ist immer schön zu sehen. Ja, für die stillen Zuschauer, wie viele Leute noch aktiv sind. Wir machen das jetzt noch hier. Lassen wir mal einen Schluck neben mir. Wir haben scheiß fucking Dreckswasser einfach. Ruhig mir noch so eine Magnesium-Tabette reingehauen ab. Geil, Herzen sind da. Lass mal jetzt nochmal machen. Ich meine, ihr kommt konzentriert. Aber guck mal, pass auf. Lass uns mal positiv sehen. Alles, was hier ist jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ist auch der ganze Loot wieder da. Das heißt, wenn ich jetzt, ich mache es ja jetzt quasi zum vierten Mal. Wenn ich jetzt quasi alles richtig angehe und immer die drei Schüsse sitzen, oder vielleicht dann sind es halt vier oder fünf meine Twigen, dann komme ich hier gut aus der Nummer raus mit genug Kraut, weil jetzt weiß ich ja, wo die Gegner sind, oder? Finde ich eigentlich ganz geil. Mach ich jetzt hier. Ich mache mal konzentrierter Torben-Modus so ein bisschen. Das geht immer noch auf, ne? Okay. Wollte ich nochmal checken. Ich bin aber sonst immer hier lang gegangen. Mach ich jetzt. Ich mache es aber wie letztes Mal. Ich lasse mir diesen dicken bis zum Ende. Dann mache die anderen vorher. Ihn hier zum Beispiel. Der jetzt kommt. Habe ich nachgedacht? Ja. Den musst du eh machen. Den musst du einfach machen. Warum kommt der jetzt hier nicht? Warum? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hier kam doch immer erstmal der eine. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hier kommt doch immer sonst ein Dude. Also es ist doch nicht so wie mit Dark Souls. Wenn ich den einmal gemacht habe, dann ist der gemacht, oder was? Okay, gut. Naja, ich will es gar nicht wissen. Einfach, ich mache jetzt einfach weiter. Dann hole ich mir jetzt doch den dicken, weil wenn der andere weg ist, dann ist der weg. Aber den Loot, den Loot habe ich. Okay, den Loot kann man nochmal holen. Genau. Aber hier noch so ein... Was war hier nochmal drin? Nix, ne? Hier machen wir nochmal so ein Ding. Schwarzwaldpulver. Mhm. Hä? Sie haben nicht genug Platz. Okay. Dann gehe ich direkt mal zurück zum Lager. Mach das mal. Du hattest zwischendurch gespeichert. Ja. Okay, verstehe ich. Aber auch nicht so ganz, weil... Okay, warte mal. Langsam dämmert es mir. Ich glaube, die Speicherproblematik. Mal abgesehen davon, dass ich, wie ihr wahrscheinlich viele von euch wisst und merkt die ganze Zeit so, ich bin immer noch, selbst bei so Sachen wie Dodgen und Loot, auch beim Thema Speichern so krass von Dark Souls beeinflusst, dass ich natürlich so nicht ganz checke, okay, sind die Gegner jetzt wieder da oder nicht. Ich glaube, ich reibe es mir so zusammen. Die Gegner sind zwar dann weg, die du gekillt hast, der Loot ist aber wieder da, der spawnt wieder. Und das Problem war vorhin mit dem Speichern, ich hatte zu dem Zeitpunkt diesen ganzen Loot schon eingesammelt, obwohl ich die Gegner gekillt hatte schon. Und hätte ich da gespeichert, hätte ich immer wieder mit so einem schlechten... Ne, auch nicht, ne? Wisst ihr was, Leute? Glaubt mir. Fast anderthalb Jahre Stream-Erfahrung sagt mir in diesem Moment gerade so, lasst uns das Thema beerdigen, nicht drüber reden. Ich werde schon irgendwie rausfinden, weil sonst geht die Diskussion los im Chat oder in den Kommis. Was ich verstanden habe, was nicht. Genau, zock einfach, Bro. Du sagst es. Ich werde schon rausfinden. Ich glaube aber, ist alles gut. So, was wollte ich jetzt nochmal hier machen? Ich wollte irgendwas ablegen, genau. Ja, also no offense an euch, ich finde es auch cool, dass ihr hier mal mitmacht und so, aber... Ich glaube, manche Sachen muss man einfach rausfinden, so. Ich könnte jetzt... Was könnte ich zur Seite legen? Das Bild brauche ich nicht. Ja, das brauche ich nicht. Dann brauche ich tatsächlich eigentlich auch... Ja. So leid das Bild tut die Flintenmunition nicht, weil ich habe noch keine Flinte. Das brauche ich. Das kann man gebrauchen. Die Münzen. Ganz ehrlich, zur Sicherheit, falls ich noch irgendwie was loote, was ich brauche. Die Münzen brauche ich erstmal auch nicht, glaube ich. Und ja, weiter geht's. Das ist auch die Magie von Let's Plays. Das heißt, dass man hier und da den Bildschirm anschreien möchte, wenn man das Spiel schon kennt. Und hier und da auch Sachen erfährt, die man nicht kennt. Mir geht das auch übrigens ganz kleine, mini Anekdote für euch, ne? Was heißt Anekdote? So eine Input, Info. Ich bin ja selber Konsument von Let's Plays. Und ich schaue mir zum Beispiel ganz gerne mittlerweile Let's Plays von Bloodborne Leuten an, die das zum ersten Mal spielen. Und so langsam checke ich immer mehr, warum das bei mir auch so gut ankam und viele Leute bei mir immer eingeschaltet haben, weil das macht mega Bock, wenn man das Spiel schon kennt und durch hat, jemandem zuzugucken, wie er es einfach nicht checkt. Aber nicht nur Bock, sondern es nervt auch hart. Okay, irgendwas mit dem Schatzfoto habe ich übersehen. Ach, ihr Schweine. Ne, und ich habe dann selber mich auch erwischt bei Twitch. Ich habe neulich zum Beispiel geguckt, wenn ich das mal ganz kurz erzählen darf, die zwei Minuten, bevor ich weiter mache hier. Ich habe neulich Twitch geguckt bei jemand, der hat Bloodborne gespielt. Ja, eine sie. Sie hat zu Bloodborne gespielt und das war ihr erstes Let's Play. Und ich mache das ganz gerne bei Twitch. Ich gucke dann links so, wer mir vorgeschlagen wird. Das war auch so eine kleinere Streamerin mit so 30, 40 Leuten. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie, ne, es ist einfach, nicht, dass ich irgendwie denke, über eine Goldschie oder sowas, aber da habe ich so geguckt und dann war die, glaube ich, bei, bei, ich glaube, bei Gascoigne am Anfang. Und ich schwöre euch, ich konnte, ich konnte mich nicht, ich konnte es mir nicht vergleifen, was zu sagen, was ich selber immer anprangere, wenn es bei mir im Chat gesagt wird. Ich habe es original gesagt bei Gascoigne, das wäre jetzt ein bisschen so eine Bloodborne-Info, werden jetzt nur Bloodborne-Leute verstanden. Ey, im Chat, dann sehe ich so, wie sie immer struggelt und so. Und dann habe ich so gesagt so, boah, so eine Music-Box, das wäre geil jetzt, ey. Und während ich das abschicke, denke ich mir so, ich vollidiot, ich bin ein, ich bin Teil des Problems. Jetzt, ich bin Teil des Problems. Und ich habe es auch bereut. Aber naja, ich, also ich wollte damit jetzt sagen, ich kann es verstehen, dass, ich verstehe diesen Impuls, diese, diese Bedürfnis. Okay, that being said, weiter geht's. Also das war jetzt sehr, Bloodborne-Spieler will understand, Music-Box und so weiter. Okay, ähm, gut. Weiter geht's. So, jetzt mal ganz kurz aufgeräumt nochmal. Wir haben jetzt hier Platz. Was waren wir nochmal, welches Loot hatte ich nochmal vorhin? Ich merke, ich merke gerade, ich bin durcheinander jetzt gerade. Welches Loot konnte ich nicht einsammeln, damit, warum bin ich nochmal zurückgegangen? Ich habe es vergessen, warte, 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 warte. Ich bin doch zurück, weil ich einen Loot nicht einsammeln konnte. War das hier drin? Das ist Schwarzpulver, ne? Okay, Brain, danke. Yes, man, manchmal kommt mein Brain wieder zurück, nice. Okay, ähm, jetzt wieder. Ich bin wieder konzentriert. Also nochmal alles auf. Aber wahrscheinlich kann ich das eine zulassen sogar direkt, oder? Ne. Könnte sein. So, wir machen jetzt mal den Dicken. Warum auch immer, ich check zwar nicht ganz warum, ehrlich gesagt, aber... Ne, so muss es sein, ja. Aber da waren sich alle einig, da sind die Einzelnen durch den Chat geflogen, als hieß, muss man diesen Dicken hier machen. Also deswegen versuche ich ihn jetzt zu machen. Und achte mal gleich drauf, was er denn für ein Loot gibt. Ein Headshot, nice, und weg. Und weg. Und direkt ein Kraut. Nice. Ja, nehm ihn. Ja, nehm's. Warum? Ah! Warum habe ich das nicht auf so einem Short-Dings? Was war das denn? Wieso nimmt er das Kraut nicht? Ich... Ich habe das nicht auf so einem Short-Scheiß. Fuck! Nochmal. Wie mache ich die Scheiße auf... Wie mache ich das? Das ist hier auf... Bewegen. Wohin? Hier? So. Ah, da oben! Ah, jetzt check ich das. Okay, jetzt muss ich nach... Oh, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht auszusehen nach... Rechts drücke. Ich kenne mich. Jetzt muss ich wieder die Sachen verstauen. Ja, okay. Okay, gut, gut, gut. I got this. Ich check jetzt... Leute. Ich check jetzt zum ersten Mal vier Stunden into the game, dass die obere Reihe hier quasi nicht inventar, sondern das sind meine Belegungen. Vier Stunden! Vier Stunden im Spiel! Oh! Das gibt es doch nicht, ey! Ich habe das nicht gecheckt! Ich habe nie darauf geachtet! Ja, jetzt wird es mir... Jetzt macht es Sinn! Okay, gut. Den mache ich... Ich glaube, den mache ich... Ne, das Bild... Was ist denn dieses Schatzfoto eigentlich? Ich gucke es mir mal an. Da haben wir vorher in der Chat drüber geredet. Was ist denn mit dem Schatzfoto? Ich gucke es mir jetzt mal an. Schweine! Was ist denn damit? Okay, irgendein... Ja, gut, ein Kamin... Oh, warte mal! Steht denn hier? I hit something nice here. Try to find it if you can. Okay, also Fireplace... Müssen wir... Müssen wir... Okay, erstmal das wieder rüber. Okay. Ah, wir müssen nach Kamin irgendwie Ausschau halten. Da ist irgendwas Geiles. Habe ich jetzt alles wieder ge... Ich vergesse mal was. Ne. Was ist los? Big Braintime? Ne, Big Braintime ist durch. Nach vier Stunden Streamen ist auch immer... Während gleichzeitig man immer redet und so... Ein bisschen auch mein Brain weg. Aber es soll jetzt keine Rechtfertigung sein. Erst mehr. Weiter jetzt. Weiter geht es jetzt einfach mal. Wir bannern jetzt hier durch. Ich mache das jetzt fertig hier. So, wir gehen jetzt zu dem Dicken direkt. Wir machen den jetzt. Verliere mal meine Orientierung hier. So, guck mal. Ich bin schon wie wütend, ich da reingehe. Es ist einfach die Tür schon im Aufschlag. So, ah ja, nochmal rein. Nehmen wir die scheiß Öfen auf. Ja, ja. Hund tausendmal gemacht. Ja, gibts mir. Nervt auch langsam auch. Jetzt wieder die zu. Ich werde nachher erfahr ich, dass es irgendwie einfacher ging. Dass man nur das eine aufmachen muss oder so. Jetzt kommt er raus. Wir haben, haben wir nachgeladen. Zehn Schuss. Okay. Ich hau direkt einfach ab diesmal. Ich lass den gar nicht essen. Nein! Nein! Okay, Glück gehabt. Ich habe mich gerade verklickt. So, jetzt machen wir es das so. Ganz easy. Einer im Kopf. Zwei im Kopf. Weiter, weiter, weiter. Abstand, Abstand, Abstand. Draht. Nein! Ich muss weg. Ich muss es mir aneignen mit dem fucking schnell drehen. Scheiß. Fuck, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich machen hier. Scheiße. Einfach fehlt wieder. Ey, das ist so krass, der Typ. Der ist wirklich krass. Ich wette, als Zuschauer sieht es voll einfach aus. Man denkt so, wie stellt er sich an? Das ist wirklich die Bewegung. Das ist so langsam von diesem fucking Ethan. Na mal jetzt hier, komm. Und weg. Okay, das war besser. Easy. Nice. Yes! Jetzt ficken wir den, Alter. Come on, Dicker. Na mal. Yes. Oh, shit. Okay. Geht noch. Yes! Geh, geh, du Arschloch. Wir haben noch vier Schuss. Immerhin. So, warum war der jetzt so wichtig? Okay, jetzt guck ich mal nach. Ist da jetzt Loot drin, oder was? Schlüssel zum Zerlegungsraum. Ja! Bester Chat! Bester Chat! Hm, und jetzt speichern, ne? Hm. Oder halt erst mal. Warum habe ich immer diese Frieses, Mann? Das nervt mich. Das nervt mich. Gut. Ja, weiter geht's. Macht Bock gerade. Wir haben's geschafft. Danke an euch. Also, war cool vorhin, glaube ich. Auch gut, dass ich gefragt habe, ob ich den machen... Ich hätte den sonst nicht gemacht. Ich schwöre euch. Ich hätte den nicht gemacht, den Dicken, weil er mich so genervt hat. Vor allem, ich hab den beim ersten Mal, als ich den gekillt hab, ja gar nicht geguckt, ob da noch Loot ist. Vor allem, nice. Komm, wir machen ein bisschen. Wir haben doch jetzt Progress. Wir gehen auf jeden Fall in den Zerlegungsraum noch und holen uns da den letzten Hund, Alter. Oder? Und dann geht's weiter. Nicht neu starten, ich geh speichern erst mal. Aber Hammer, wichtiges Item. Ja, mega. Weil Zerlegungsraum ist ja der letzte Hund drin. Und jetzt, äh, oh, jetzt noch gucken, äh, würde ich mich gerne umschauen nach diesem Kamin. Ob da noch, wegen dem Schatz. Weil irgendwo ist doch ein Schatz. Oh, ups. Schatz. Mein Schatz. Mein... Gäschis. Hm. Warte mal. Hier ist doch... Ja, jetzt, warte mal, jetzt mach ich, glaub ich, einen Fehler. Ich geh erst mal, glaub ich, speichern. Ich glaub, das ist in diesem Fall tatsächlich das Schlauste, jetzt erst mal zu speichern. Bevor ich jetzt hier wieder rumlaufe und irgendwie verreck. Weil, jetzt haben wir's ja verstanden, den müsste ich mir wiederholen, den Schlüssel. Ja, und wenn ich speichere, hab ich ihn für immer, sozusagen. Okay. Mhm. Got it. Okay, nice. Hm. Aber dieser, dieser... Ich weiß nicht, warum, aber dieser komische Generatorraum, der macht mich immer noch irgendwie so ein bisschen an. Ich weiß aber nicht, ob da wirklich nichts war oder doch was war. Oder ob ich jetzt einfach wieder zurück hier in diesen... ins Haus muss. Aber bitte, neuer Slot. Nee, sowas kommt mir gar nicht erst in die Kiste. Das ist mir zu... Sofistigated. Sowas würde ich ja privat jetzt auch ohne Stream nicht machen. Einen neuen Slot anlegen oder sowas. Ich muss jetzt mit den... Wenn ich mit eventuellen Fehlern jetzt mach, muss ich halt auch damit den leben, find ich. Was ich mein? Ich denke mal, ein neuer Slot ist eher schon so, wenn man weiß, was auf... Aber ich glaube, einen Kraut könnte ich jetzt mal nehmen. Tatsächlich. Guck mal, hab ich den nicht auf rechts? Wieso geht das jetzt nicht? Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Auf... Wenn ich jetzt, äh, nach rechts drücken, klick. Versteh ich jetzt nicht. Wieso geht das nicht? Chat-Takt nicht nehmen. Leute, jetzt mal wieder... Ja, aber wieder ein bisschen zurück, ne? Ich weiß, ich hab jetzt auch viel nachgefragt selber, ne? Dass wir jetzt wieder einpaneln auf... Nicht viel reinschreien, was ich machen soll. Das ist schwierig natürlich bei so vielen Zuschauern. Ja, bin ich es auch gewohnt. Äh, ja. Lass uns mal wieder ein bisschen einpendeln auf... Ah, warte mal, jetzt weiß ich. Ich hab doch einen Skorpionsschlüssel, so. Der... Die Tür ist zum Beispiel nie offen gewesen, aber warte mal. Ah, ich kenn die... Ich weiß wo, das ist einfach nur ne Abkürzungst... Wie geil, das ist ne Abkürzungstür. Wie bei Dark Souls. Okay, ich hör jetzt auf mit Dark Souls-Referenzen. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Aber das ist wirklich ne Dark Souls-Referenz. Also, das ist ja wirklich so, wie halt die Souls-Games auch so oft sind. So ne Abkürzung jetzt. Okay, nice. Wir müssen aber immer nur nach unten. Und den Zerlegungsraum. So, wie gehen wir das nochmal lang? U1. Okay, wo ist die Treppe dafür? Ah, jetzt checke ich's. Wir müssen nochmal rein in diesen Generatorraum. Klar, weil da geht's ja... Wir müssen ja in den... Zerlegungsraum ist quasi... Gämmerturium, dann unten lang und dann... Boiler Room, Alter. Da geht auf jeden Fall geiler Sound ab. Ihr könnt aber einen drauf lassen, dass wir hier im Boiler Room sind, ich ein bisschen die Techno von mir anschmeiße. Was? Kommt hier jemand? Nein, 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 der Sohn. Ich wette der Sohn. Es war so klar, dass er nochmal kommt. Okay. Bam! Bam! Oh nein! Alle drei Schüsse verschreit! Verschissen! Oh, ich hab gespeichert, ne? Oh, did I do that? Did I really do that? Did I really do that? Am I a naughty boy? Am I being a naughty little streamer right now? Am I being a really, really dirty, naughty little streamer right now? Yes, I am. Because I'm not going to go that way again. I'm going to go down to the Zerlegungsraum. I'm being a naughty, naughty boy right now, but I don't give a fuck. Er mutiert zu Speicher, Donnie. King Behrendt übrigens, danke für die Prime Sub. See you luck, Affe. Hungry Hendrik, Eve. Danke euch für den Support. Oliver hat noch ein Fünfer gedonatet übrigens. Hallo Donnie, ich kenne dich aus dem Breath of the Wild Let's Play. Das mein Lieblings-Let's Play ist auf YouTube. Es macht super viel Spaß, dir zuzuschauen, weil du echt lustig und sympathisch bist. Mach weiter so. Liebe Grüße. Wie nett ist denn diese Nachricht mal? Die habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen, aber vorgelesen. Come on. In the feels. Wie nett, wie lieb und nett ist der Oliver bitte mit dieser Nachricht. Das ist einfach lieb. Und da freue ich mich auch. Vielen, vielen Dank, Oliver, für den Fünfer. Aber ganz ehrlich, die lieben Worte sind viel mehr wert als irgendwie die Donation. Aber trotzdem. Ja, das kann ich jetzt falsch. Ich weiß, wie ich es meine. Vielen Dank. Freut mich wirklich. Aber. Jetzt. Bitte. Leute. Ich war ein Naughty Boy. Aber einfach nur, weil ich jetzt weiß, ich muss ja hier unten in den Zerleerungsraum. Ich habe den Schlüssel. So, warte mal. Ich muss also. Und diesen ganzen Gang. Aber warte mal, die Gegner kommen. Warte mal, kommen die jetzt wieder? Ach, ich check's aber nicht. Ich muss. Ich renne jetzt einfach mal hier durch. Was ein Schleimer. Nee. Ich oder er? Keiner von beiden. Das war einfach. Manchmal ist das. Manchmal ist es auch einfach schön. Manchmal kann man auch einfach unzynisch sein und sagen, das war eine nette, sehr nette formulierte Nachricht, die vom Herzen kam. Und da freue ich mich auch drüber. Kann man schon mal machen. So, hier ist neu. Genau, hier wollen wir noch nicht. Ah, ja, genau. Hier waren wir ja nie, sondern sind ja hier gekillt worden, weil wir gesandwiched worden. Okay, jetzt wird's spannend. Neuland hier, Leute. Neuland. Einen allerletzten Chip für heute. Ein letzter Chip, wirklich. Aber hier kam einer, ne? Nee, ich kam hier nicht durch. Okay, jetzt weiß ich wieder. Ich kam hier nicht durch. Stimmt. Ah, okay. Wenn man eine neue Hürde. Aber was... Hier war noch Loot, ne? Fällt eine Munition. Aber was ist denn... Was sind das für Türen? Das sieht nach einer Schlange aus. Fehlt mir so... So eine Schlange, fehlt mir so eine Schlange oder so? Ich glaube, mir fehlt eine Schlange. So ein Schlangen-Ding. Schlange habe ich in der Hose, aber nicht im Inventar, sag ich's. Warte mal, das ist mein Spruch, den ich gebracht habe, wo der Raid reinkommt vom Jan. Hallo, mein Lieber. Großmeister Jan hat geradet. Vielen lieben Dank für den Raid. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, ich habe tatsächlich gestern auch Schach gespielt. Vielleicht hat Jan davon Wind bekommen. Ich habe gegen den Easy, den leichtesten KI-Gegner gewonnen. Aber sowas von mit Abstand. Habe eine schöne Rohade gemacht. Habe eine schöne... Ja, ich nenne sie gerne spanische Eröffnung gemacht. Habe da auch meinen KI-Gegner auch ein bisschen, sagen wir mal, in die Defensive gebracht. Ich war eher so ein bisschen auch der Offensive, der schlagangebende Spieler. Nee, aber genug mit den Gags. Ja, wir spielen ja gerade Resident Evil 7, schon seit vier Stunden. Und ich... Grüße vom TITZE. Grüße zurück. Ja, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen dran. Wir machen auf jeden Fall hier gerade Resident Evil 7 unsicher. Und mir fehlen ein paar Schlüssel. Und wir haben Spaß auf jeden Fall. Aber ja, vielen lieben Dank für den Raid, mein Lieber. So, ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken. Leute, ich check's nicht. Die Werkstatt ist... Da müssen wir hin, oder? Aber ich hab keinen Schlüssel dafür. Irgendwas verraff ich. Ich glaube, es ist dieser scheiß Raum, wo ich mich nicht reintraue. Ich glaube, wir müssen da hingehen jetzt. Leute. Oh shit, wir müssen da rein jetzt. Alter, das ist natürlich auch für neue Zuschauer sogar jetzt gerade perfekt, wenn sie dranbleiben, weil... Jetzt wird's spannend. Okay, drei Schüsse. Einer verfehlt. No fucking way. Fünf Schuss noch. Einer. Nein. Das kannst du mir nicht glauben, wie der gedocht hat, bitte, den letzten. Ich hab noch drei Schuss. Shit, ich hab's verkackt. Fuck off. Einfach. Ich bin kein Neustarter. Ich bin kein Neustarter. Aber ich brauch die Munition. Ich hab noch sechs Schuss. Wie soll ich denn weit kommen mit sechs Schuss, Leute? Ich hab sechs Schuss und zwölf Gegner. Bin ich überhaupt hier unten richtig? Hätte ich doch... Warte mal. Ich kann nicht craften. Okay, ich hol mir nochmal... Ich hol mir nochmal das Loot, was vorhin hier war. Ich glaube, wir können gleich nochmal ein bisschen was craften. Wie so ein Profi. Craften, klar. Als ob ich nicht weiß, was craften ist. Achso, das ist ja noch da. Ah, guck mal. Daraus kann ich was machen, ne? Und den Key haben wir... Den Key haben wir aber noch. Okay, gut. Das heißt, ich kann jetzt so machen. Munition eher, ne? Ja! Zehn Stück. Okay. Big. Geil, wusste ich doch. Hab ich alles gewusst. Chat noch geprüft. Wollt noch gucken, ob ihr überhaupt noch wach seid. Ja, seid ihr? Gut. Hier ist zu. Okay. Hab ich nachgeladen? Nee, natürlich nicht. Augenleider Test für euch. Okay, warte mal. Hier kommt einer aus dem Scheiß raus, ne? Aus dem Upside Down. Gelöt. Wenn der Gelöt kolben entferne, wenn ich gelötze, muss ich's entfernen. Kleine Drawback nur für dich. Äh, Oliver. Warte mal, was war denn hier? War hier noch Loot? Hier kommen Dudes raus jetzt gleich, ne? Ich glaube, hier reingehen wir an Fehler. Nee! Ich bin wieder am Anfang. Okay, ich vergesse jedes Mal, dass es hier die Abkürzung ist. Okay, also nochmal gucken. Okay, jetzt ganz ruhig, Leute. Ich weiß es nicht, ob ich das machen muss. Und ich guck extra nicht in den Chat und ich will auch keine Hinweise haben. Ich muss da jetzt alleine durch. Aber ich glaube schon seit geraumer Zeit, dass ich in diesen Raum muss, den ich so halb vermeide die ganze Zeit, aber halb auch immer wieder reingehe und sterbe. Weil ich muss ja im Keller. Unser Ziel ist der Zerlegungsraum. An diesen komischen Generatorraum. Da ist irgendwas. Ich baue ein Kraut. Was habe ich denn jetzt? Grün. Grün reicht da, oder? Aber ich bin immer noch blutig oben links. Warum bin ich immer noch blutig? Okay, ich muss den machen jetzt, oder? Mann! Okay, jetzt noch einen. Nice, okay. Aber zwei Kugeln verschenkt. Nice, okay. Der hat gesessen. Gutes Aim. Zwei Kugeln verschenkt. Egal, kann man leben. Der ist weg. Jetzt hole ich mir das Kraut. Biggie, 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 bounce. Give me the, give me the, give me the Kraut. Und jetzt geht's hier runter. Das ist doch der Raum. Ich muss jetzt hier irgendwie da durch. Da ist irgendwas drin. Oh, verkackt. Shit. Lass mich rennen. Ich sehe nichts. Scheiße, er kommt von hinten. Okay. Ja, ja. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Ja. Ja. Okay. Äh, fünf Schuss. Könnte was werden. Nein. Nein. Mein Aim ist auch so schlecht. Was ist das für ein Aim? Ich hab ab. Ich bin Yolo. Yolo. Hau ab. Weiter. Was ist denn hier drin? Hier muss doch irgendwas sein. Hier muss irgendwas. Oh nein, da kommt noch einer. Da ist die Tür. Fuck. Jetzt war ich so in Panik. Ist das eine Dietrich-Tür? Nein, sagt's mir nicht. Ich versuch's nochmal. Das ist die Tür, wo ich durch muss. Aber ich hab nicht drauf geachtet. Ist das eine Dietrich-Tür? Oh, warte mal. Ist Dietrich nur für so Boxen? Oder geht das auch für Türen, ist die Frage. Guck extra nicht auf den Chat. Oh, ist schwierig. Ich stagnier gerade, ne? Ich bin ein bisschen in so einer Sackgasse gerade hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, nochmal so eine Chatfrage. Also eine allgemeine, die nicht so krass, nicht so krass super Brexit-Gaming ist. Ist ja meine Entscheidung. Ist ja mein Spiel. Ich kann das ja, muss ich mich gar nicht rechtfertigen. Also eine Frage, eine direkte Frage in den Chat. Folgendermaßen. Ihr wisst genau eins oder zwei. Bitte eine eins in den Chat, wenn ihr sagt, ich bin in der Richtung, wo ich gerade jetzt auch war. Also wo diese Tür und so, da muss ich auch hin. Das ist richtig. Zwei für nein. Ich hab das Gefühl, da kommen viele Zweien. Ich hab das Gefühl, ich bin da. Ich muss wieder hoch in den Originalraum. Okay. Das sind alles Einsen. Na, okay, nice. Letzter Chip des Abends, Leute, wirklich. Wollt ihr noch mal, wollt ihr den Klaus sehen, den letzten Chip des Abends? Boah, der sieht auch, der sieht gut aus. Den muss ich selber sehen hier. Guckt euch das mal an, das ist Vollendung. Das ist ein vollendet veredelter, wunderbarer Chip. Ich glaube, in der anderen Kamera ist es besser, weil der nicht so ganz gerangesoomt ist. Guckt euch das mal an. Bitte, hier, Schärfe. Das ist ein guter Chip. Komm mal, das ist ein guter Chip. Howdy. Ich mach mal andersrum, falschrum. Ja, so ist besser. Egal. Also, komm, noch ein bisschen. Macht so Spaß heute. Aber ja, ich hab einfach... Ich check gerade nicht, wo es lang geht. Also, noch mal runter. Wie viel hab ich denn jetzt? Wenn ich überlege, wie viel fucking Munition ich verschwendet hab bis hierhin, ne? Ich hab so hart viel verschwendet. Okay, also noch mal runter hier. Und ich muss ja die Dudes killen. Sonst hab ich da keine Ruhe. In dem, ich nenn's wie immer, einfach... Weißt du was? Ich guck mal, wie heißt denn der Raum? Ich nenn den die ganze Zeit immer... Ähm... Wie heißt das hier? Generatorraum oder so. Aber warte mal, den Dude kann ich nochmal holen, ne? Wie jedes Mal. So, okay. Das müsste eigentlich immer mein Routinegang sein. Okay. Da war nix, ne? Ne. Okay. Das ist der Boiler Room, genau. Genau. Das heißt... Das ist dann hier lang. Da brauch ich gar nicht... Ne, aber es hier ist zu, ne? Mhm. Ja, hab ich schon... Check ich jedes Mal. I know, I know. Aber warte mal, wenn der Badewan ist doch noch dann Loot. Das hol ich mir auch schon mal schnell. Dann wird aber der andere Dude activated hier, ne? Da ist aber Kraut. Kannst du ihn irgendwie klug machen, dass ich einfach teilweise die Gegner so ein bisschen lockere und dann einfach gar nicht gegen die Kämpfe und mir das Kraut und so hol? Das ist nicht schlauer? Ich komm mich nicht durch. Ja, geil. Bin tot. Trifft er mich? Ne. Ich will den gar nicht. Warte mal, weißt du was? Ich zieh den einfach jetzt mal hier raus. Ich bin jetzt mal richtig so schwabenmäßig. Spare die Munition. Ich hol den... Weißt du was? Ich hol den hier rein und mach die Tür zu. Ich bin fucking crazy. Ich mach... Ich bin schlau. Ich hol den hier rein und mach die fucking Tür zu. Ich bin fucking... Ich bin fucking... Ich bin fucking intelligent. Ey. Streams mit mir. Zwischen Genie und fucking... Oh, warte mal. Der ist aber gerade wieder da in den Boden verschwunden. Das heißt, der taucht dann... Oh, ich ahne. Der taucht jetzt wieder... Okay, pass auf. Ich glaub, der taucht jetzt hier wieder auf. Das Spiel ist so gemacht, ne? Der ist jetzt hier wieder... Ne, aber der taucht woanders wieder auf. Oh, beide. Okay, shit, shit. Jetzt hab ich aber ganz viele im Nacken. Scheiße, das war nicht gut. Oh, ne. Fehler, hier reinzugehen. Warte mal. Okay, YOLO. YOLO-Modus. Dietrich. Dietrich. Okay, nein, ich bin tot. Muss hier weg werden. Das sind zu viele. Okay, die muss ich jetzt... Ich darf nicht gesandwiched werden. Nicht... Just don't sandwich me, please. Lass mich einfach an euch vorbeilaufen. Ja, geil. Okay, alles gut? Nice. So gut war es noch nie bis jetzt. Obwohl es scheiße läuft. Sagt viel über mein Leben aus. Kraut, bitte. Ja, nutzen halt. Oh mein Gott, wieso funktioniert das nicht auf dem fucking... Auf dem rechts? Wieso macht der das nicht, wenn ich nach rechts drück? Ich hab's doch auf quick. Quick, fick. Versteh das nicht. Wieso funktioniert das nicht? Wieso geht das nicht auf rechts? Nicht aus. Ich spiel das nicht. Äh, ich versteh das nicht, warum ich das... Mein Kraut nicht benutzen kann auf dem... Das versteh ich nicht. Ich hab's doch auf dem... Auf... Das gelegt. Aber ich kann's nicht benutzen mit... Mit... Dings-Taste... Äh... Ich kann's nur so benutzen. Das dauert viel länger. Okay, aber ich glaub, ich hab die abgeschüttelt tatsächlich jetzt gerade. Progress, Leute. Aber jetzt hab ich mich verirrt. Wo ist nochmal... Ich hab mich verirrt. Cam, rip. Okay. Ja, sorry. Cam macht irgendwie nicht länger als... Ich kann an, warum die jetzt rip ist. Sorry. Ich kann mich jetzt gerade nicht drum kümmern, aber... Ich... Ich cam mich gerade nicht drum kümmern. Leute, ich komm nicht klar, warum das hier nicht funktioniert mit... Guck mal, da, das Menü. Da steht noch eine 2. Ich hab das hier gelegt auf... Rechtes Analog-Ding. Ich kann da nicht draufdrücken. Und er... Also er nimmt das Kraut nicht, wenn ich da draufdrück. Wenn ich so mach, dann nimmt er die Waffe. Wenn ich so mach, nimmt er das Schwert. Warum nimmt er das Kraut nicht? Kann mir das irgendjemand erklären? Das verstehe ich nicht. Ist auch egal. Vielleicht hänge ich mich da gerade zu viel drauf auf. Vielleicht kann man Kraut nicht shortcutten. Vielleicht geht das nur mit anderen Sachen oder sowas, was weiß ich. Aber das finde ich gerade nervig. Oh nein. Überall Wichser. Wieder Sandwich. Ja, geil. Oh mein Gott. Das ist nervig. Dann mach ich es ja wieder so. Umständlich ohne Ende. Warum ist überhaupt die Kamera ripped? Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Ist die zu heiß? Ich fühl mal gerade an. Eigentlich müsste es gehen. Wir haben schon länger gestreamt als vier Stunden. Oder fünf Stunden. Egal. Ihr hört mich ja noch. Ich kümmere mich gleich um die Camp. Oder dann ist vielleicht auch bald Feierabend. Ist auch mal okay. Aber... Nee, hier. Okay, hier ging es lang. Genau. Nee, auch nicht. Ich muss doch in diesen fucking Boiler... Leute, ich... Ich check das nicht, was ich machen soll. Ich komm nicht vorbei an denen. Das sind zu viele. Ich hab fünf Schuss. Das schaff ich nicht. Jeder von denen... Braucht. Okay, jetzt hab ich noch zehn Schuss mehr. Aber hab ich noch... Kann ich noch mehr craften? Ich check nicht genau, warum... Ich nehm nicht check, wie viel man craften kann. Aber guck mal. Warum ist das... Kein... Nee. Okay. Ja gut. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... So viel hab ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt hab ich 15 Kugeln. Reicht auch nicht. Das ist halt doch... Wenn ich jeden treff... Ja. Okay, soll ich's versuchen? Das sind vier Dudes, ne? Vier mal drei sind... Was sind drei mal vier? Zwölf, ne? Warte, wie viel? Zwölf, ja. Doch. Das müsste eigentlich reichen. Mit 15 Schuss. Okay, warte mal. Hör auf, Phil. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich mach die jetzt platt einfach. Also, ich glaub, wenn ich die nicht kille, entstehen die immer wieder, ne? Jetzt hab ich's verstanden jetzt. Ich muss jedes einzelne Ding treffen jetzt im Kopf. Hab drei Fehler. Da hab ich... Kann ich mir leisten. War nicht im Kopf. Ja, geil. Schon versagt. Mit einem. Ja, auch daneben. Das ist so schwierig, Mann. Ich schwör's euch. Das ist nicht so einfach zu treffen. Da war im Kopf. Gut. So, einen im Kopf. Der war doch im Kopf. Ey, ich hab... Ich kann nochmal. Ich verreck hier grad so. Ach, lass mich kommen. Nochmal. Einmal noch. Dann ist gut für heute. Ich... Es reg mich so auf gerade. Ja, Kraut kombinieren. Krautschen kombinieren. Hör auf mit eurem Kraut kombinieren. Mir geht's um die Munition. Oh, nicht um das Kraut. Ich brauch mehr Munition, nicht Health. Oh, dann machen wir's doch mal. Kraut kombinieren. Ja, aber was soll ich denn hier kombinieren hier? Mit was? Ach so, mit einem und einem von denen oder was? Ja, das war's. Ja, und jetzt hab ich's gemacht. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt hab ich alles kombiniert, was ich kombinieren kann oder was? Also, ich check das hier nicht so ganz. Oh Gott, ich trigger jetzt schon. Die Leute, die kennen mich. Tony und craften ist ein langes Thema. Aber warum die Kamera ausging, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Aber gut. Ist wieder an jetzt. Geht wahrscheinlich jetzt gleich wieder aus. Ich weiß nicht, woran's liegt. Eigentlich ist die voll aufgefüllt. Ich check's nicht, aber egal. Egal, wir kommen eh bald zum Ende. Leute, ganz kurz. Craften. Ich check. Was ich hier nicht check ist, manchmal ist hier zum Beispiel... Okay, ich mach eine kleine Erklärung für Leute. Die ist nicht checken, warum ich das nicht check. Jetzt passt mal auf. Oben seht ihr doch meine Hand da, ne? Oben seht ihr dieses Handding. Jetzt geh ich zum Beispiel hier auf Kugeln. Da steht eine rote Null. So, jetzt passt mal auf. Meine Logik ist, jetzt check ich's auch erst, dass man nicht auf die rote Null gucken sollte, weil die soll wohl suggerieren, ich hab grad Null. Sondern unten ist was möglich zu craften. Meine Logik ist aber super oft, ich seh die rote Null und denk mir, ich kann da nix craften. Das ist quasi grad nicht freischaltbar, nicht möglich. Check dir ein bisschen, was ich mein, nur als quasi Mini-Erklärung. Deswegen hab ich halt super oft Probleme mit dem Craften hier in dem Spiel, weil ich nicht checke, wo ich genau hingucken muss, um zu sehen, was brauch ich, was hab ich, um etwas zu machen. Versteht ihr, was ich mein? Das ist, find ich, nicht cool gemacht hier, weil ich immer nach unten gucken muss. Und es heißt, beide müssen hell sein, damit's geht, ne? Ja, lesen hilft, sane age, direkt mal, kannst du dir mal abhauen. Ich hasse die Art-Kommentare, lesen hilft, ey. Das sind die allerschlimmsten Schlaumeier. Schlaubi Schlaumeier, ey. Hab dich lieb, mein Freund, ey. Lesen hilft, ja gut. Bumsen hilft auch. Dann wär ich auch weniger unglücklich, ja. Ja, aber macht man auch nicht immer, ne? Sag ich mal, Kollege. So, und jetzt hau ab. Schlaumi Schlaumeier-Sohn, Alter. Lesen hilft, sind immer die Allergeilsten, so. Naja, hättest du mal gelesen, würde man ja auch wissen, ne? Ja. Das findest du hier an dem Kanal aber nicht. Ich will dich hier, ich mein's immer noch aus Spaß, ne? Ich will dich hier nicht, äh, durch den Kakao ziehen, öffentlich. Leute, ich geb mir einmal noch Mühe, bitte. Nee, nicht den wegbannen, das ist doch alles cool, Mann. Der hat das doch nicht, äh, der hat das doch nicht böse gemeint. Alles cool. Nee, ich mach jetzt einmal noch mit Mühe. Oh, ne Witz. Das geht mir sonst auf den Sack. Ich muss es hier schaffen. Kann ich jetzt aber noch Kugeln craften? Nein. Dafür brauch ich was. Kann man das irgendwie rauskriegen? Ähm, Schießpulver. Ja, die sind doch in dem einen Raum. Komm mal, Leute. Einmal konzentriert nochmal. Ich krieg das hin. Dann haben wir einen schönen Abschluss für die, für die erste Folge. Wer ist denn, Evil 7? Das fährt wahrscheinlich eh nur 3, äh, 2 oder 3, ne? Das ist ja nicht so ein super langes Spiel, ne? Ja, okay, abgesehen, ja, okay. Jetzt könnte man argumentieren, das hab ich, hab ich jetzt hierfür schon so lang gebraucht, dass es dann doch länger geht, aber gut. Also. Kurz. Ich check die Gegner. Ich check, was passiert. Die tauchen immer wieder auf aus diesem komischen Gedöns, wenn man sie nicht killt. Wenn man sie killt, kommen sie nicht wieder. Das heißt, wenn ich in diesen Raum gehe, werde ich immer gesandwiched von Leuten, die immer wieder kommen. Und das will ich jetzt, deswegen muss ich die einfach einzeln killen. Hier ist nochmal so ein Ding, damit kann ich wieder craften, ne? Weil Kugeln brauch ich jetzt. Das kann ich jetzt machen, kombinieren, guck mal. Ich hab's doch jetzt drauf. Jetzt hab ich die Kugeln, die ich hab. Mehr hab ich nicht, das muss ich jetzt damit schaffen. Einen nach dem anderen. So, mit, mit, mit Geduld. Mit ein bisschen weggehen. Wie geht das nochmal mit dem Drehen? Okay, jetzt versuch ich mich. Ne, reicht mir noch nicht. Kann man hin, kann man hinkriegen. Drei, Kopfschüsse. Zwei. Warum? Das waren doch, Leute, das waren doch. Schon wieder, ich kann schon wieder aufgeben. Ja, weil ich, Leute, da steht, ne, ganz ehrlich, ein bisschen auch, äh, genervt vom Spielgrad, da steht R2 Angriff, ja, das macht man automatisch, wenn man so gehalten wird. Natürlich verschieße ich da meine ganzen Kugeln. Ne, sorry, also, äh, das ist auch fies gemacht vom Spiel, da steht R2 Angriff, das kennt man von jedem Game, das, das heißt sozusagen, strugglen, weißt du, so, einen wegdrücken. Und dann drück ich immer so einfach so, du, 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 R2, und dann hab ich die ganzen Kugeln wieder weggeschossen. So, letzter Chip für heute, und dann geht's ab. Let's, wirklich, jetzt, letzter Try. Ja, aber, jetzt, ne, geht mir auf den Sack gerade. Aber haben viele andere Leute für diese Stelle auch viel gebraucht, oder bin ich da gerade einfach komplett dahinter? Ja, Messer hab ich auch, stimmt, aber ich check das Messer nicht, ich fühl mich damit nicht wohl. Ich mag dieses Ding eigentlich, dass man mit drei Schüssen, gezielten Schüssen, in den Kopf die Leute, ähm, killen kann. Ich glaube, viele Leute haben, äh, an der Stelle genauso Probleme gehabt wie ich, die aber genauso wie ich Leute sind, die schlecht davor gehaushaltet haben mit ihren Ressourcen. Muss man auch mal klar sagen. Hätte ich jetzt hier nicht so oft irgendwie hier unnötigen Gegner gemacht mit der, mit der Knarre, hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwie 50 Schuss, und dann wäre das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wenn man on top quasi dann auch nur noch auf den Kopf zielt und so. Aber haben wir nicht, und deswegen, okay. Okay, also jetzt haben wir, können wir ein Ding craften hier, das machen wir jetzt direkt, ähm, was ist denn besser, das oder das? Schneller, starke Arznei, schnelle Arznei, schieß Wunden und fährt das Ding auch so, ein starkes Heilmittel, stell die Gesundheit her, au, vollständig wieder her. Das ist die Frage, was, ja, das ist ja super, die beiden sollte ich auf jeden Fall machen, okay, nice, okay, okay. Jetzt mache ich mir das, pass auf, jetzt versuche ich das mal auf, äh, Dings zu machen. Jetzt geht das hier so, ne, warte, so. Ne, jetzt will ich das ändern, wie geht das denn jetzt? Das will ich, ähm, ja gut, wie ändere ich jetzt das? Bewegen. Okay, so. Jetzt versuche ich das mal auf die zu machen. I'm getting into it, guys, I'm getting into it, okay. Spät, aber immerhin. Und jetzt muss ich noch, glaube ich, aus der Badewanne das holen, dann kann ich wieder, ähm, Munition machen, ne? Ja. Und jetzt abhauen direkt. Und in Ruhe kurz craften, Munition. Okay, nice. Nachladen. Und jetzt in Ruhe machen. Okay, pass auf, jetzt muss alles stimmen, ich kriege das hin. Machen keinen Kopfschuss, glaube ich. Scheiße, nervt. Super schwer zu treffen, mit dem Controller. Ja, es ist einfach super schwer, mit dem fucking Controller, das zu... Das gibt's einfach nicht, das gibt's einfach nicht. Das ist null Auto-Aim, du musst wirklich seine Bewegung antizipieren und dann bewegt er sich auch noch. So, kurz geht. Ja, nee, aber... Achso, wenn er die Hand vor den Kopf hält, ist da wirklich auch Schutz? Wie viele Schüsse denn noch? Ich versteh's nicht. Warum braucht er so viel? Warum? Das ist doch einer von den Doods, die drei... Ich versteh's nicht, Leute. Ich krieg grad die Krise. Warum braucht er so viel Schüsse? Ich hab dem zweimal mindestens den Kopf und der Rest war auch getroffen. Ich versteh's nicht. Mein Aim ist einfach schlecht, jetzt tatsächlich. Gut, muss ich mit leben, aber ich meinte, ich war auf dem... Okay, ein letztes Mal. Oder nicht? Weiß ich nicht. Wir sind jetzt aber auch motzig gerade am Ende jetzt. Hört mal auf, Leute. Ich seh da ein paar Leute, der nickt, äh, hier, nickt 13, Leute. Jetzt hört mal auf, sei doch mal nicht so fucking unfair. Ja? Ich geb mein Bestes so. So, äh, ich find, ich aim mir eigentlich okay, aber er macht ja teilweise so, das ist dann auf dem Kopf und so. Ich muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich find's... Ich find's schwierig mit dem Controller so zu sehen. Und ob... Maus hilft! Ich spiel auf der fucking PlayStation, Mann! Warum reg ich mich überhaupt so auf? Ist doch eigentlich ein schöner Stream. Es hat auf, so rumzupiesacken, ey. Das nervt. Lass mich's doch machen. Ich find's gar nicht so einfach. So. Gut. Und Punkt. Ich hab keine Shotgun! Jetzt kommen Leute rein, die sagen Shotgun. Ich hab keine Shotgun! Oh mein Gott. Ja, Cam ist wieder aus. Ja, nee, ähm, dann lassen wir uns doch einfach heute... Nee, auf der Note will ich gar nicht aufhören. Ich mach das jetzt einfach. Extra um die Leute zu nerven. Ähm, ja, Cam ist ripped. Sorry, ich kann nix machen. Weiß auch nicht. Muss ich mal angucken jetzt. Aber ich kann jetzt nicht live im Stream mich drum kümmern. Wirklich keine Ahnung. Manchmal setzt sie irgendwie aus, äh... Nervt mich auch selber, ehrlich gesagt. Sehr. Weil wir hatten schon Streams, gegen sechs, sieben... Nee. Oder? Warte mal, die geht immer nach vier, fünf Stunden aus, ne? So. Leute. Ganz cool. Alles cool bleiben. Wir machen jetzt einmal noch. Ich hab Bock. Ich will das hinkriegen. Und das Ding ist, wenn meine Logik auch falsch ist, ist mir scheißegal. Ich mag das so. Ich spiel das gern so. Und es ist machbar. Ähm, ich muss nur richtig treffen. Aber ich find's schwierig. Also, es haben... Kein einziges Mühe... Auto-Aim mit Controller, find ich... Find ich zumindest schwierig. Und vor allem, weil die sich halt so bewegen, weißt du? Die bewegen sich so, so, ähm... Irrational ist das falsche Wort. So... Erratic. Nennt man das? Im Englischen so? So, so... Schwer, ähm... Finde ich... Um die Ecken. Aim geht auf jeden Fall. So, jetzt haben wir... Können wir hier mal kurz craften. Das wieder. Und das wieder. Und dann... Ja, mittlerweile ist ja Routine. Ich verleg' gerade, gibt's vielleicht noch andere Sachen, die ich aufsammeln kann? Ähm... Bevor ich mich... Ja, eigentlich ist es doch ganz einfach. Guck mal, das ist doch eigentlich ein einfacher Gegner. Lass mal den einfach machen, kurz. So, der war im Kopf, glaub ich. Man checkt's aber nicht so ganz. Seht ihr mal, wie der sich bewegt? Das kann mir doch keiner erzählen, dass es einfach ist. Der wirkt sich so erratic. Augenkopf. Jetzt hat er die Hand wieder... Was willst du denn machen, ey? Das kann mir keiner erzählen, dass es einfach ist. Das ist so schwer. Meine Güte, ey. Ich komm hier nicht klar mit den Gegnern, ey. Ich find das echt schwierig. Da hab ich schon wieder zwei Kugeln verschwendet. Ja, das ging, aber ich mein... Es ist halt schon krass, wie die da irgendwie dann... Ja, es kommt wie rumbotzen rüber. Jammern, mein' ich gerade. Eigentlich ist gar nicht so gemeint. Alles cool. So, jetzt kommt der Dude. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Der kommt von hinten jetzt, damit der nicht in den Raum mit reingeht. So, den machen wir jetzt. In dem vorbei irgendwie dachte ich, komm ich da, komm ich nicht. Aber okay, alles klar. Okay, Sackgasse. Scheiße. Drei, drei. Dude, das waren drei im Kopf. Kannst du mir nix erzählen. Das waren drei im Kopf. Das kannst du mir nicht fucking erzählen. Leute, das kannst du mir nicht erzählen. Das waren doch drei im Kopf. Hier. Jetzt hab ich einen Schuss wieder. Ich werd' das nie im Leben schaffen. Ich werd' das nie schaffen. Klappt übrigens immer noch nicht. Ich kann das auch hier nicht benutzen. Also gerne die Profis. Mir gerne Bescheid sagen. Ich hab' jetzt auch die Medizin auf das Ding gemacht. Ich kann das nicht als Quick-Dings benutzen. Weiß nicht warum. Ich check's nicht. Also einfach nur jetzt keine Beschwerde. Keine so ne zynische Beschwerde. Ich check's wirklich nicht, warum ich das jetzt nicht machen kann. Hier auf den R1 geht das. Okay. Aber warum kann ich das nicht hier auf den D-Pad machen? Weil ich das ja hingelegt hab. Warum geht das nicht? Das versteh ich irgendwie nicht so richtig. Okay. Aber ja. Alles gut. Okay. Ja gut, aber da sind jetzt zwei von den Dudes jetzt drin, ne? Da sind zwei. Der hier. Und den muss ich killen. Ich hab' aber einen Schuss noch. Den kann ich craften. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch so schwer zu manövrieren, ohne halt... Ja, Messer, ich versuch's. Ich kann's versuchen, aber... Das dauert doch hunderttausend Schläge. Nein! Nein, ich hab R1 gedrückt, wegen Dark Souls. Ja! Ich hab R1 gedrückt. Wegen Dark Souls hab ich R1 gedrückt. Für Attacke. Scheiße! Nein! Und er ist zum Beispiel wieder weg. Und er taucht jetzt wieder auf. Oh, Leute, ich weiß, es kommt grad so rüber, als wäre ich so unfähig und jammerig. Aber es ist wirklich eine nervige Stelle. Vertraut mir. Es ist wirklich... Hier kommt so viel zusammen. Ich versteh's nicht. Er ist direkt hier. Man kann nicht zur Tür rein. Er wird gesandwiched. Ich hab' nur noch ein Messer. Ey, ich find's mega schwer. Was geht? Man ist sofort tot. Kann ich überhaupt in den Kopf messern? Jetzt bin ich auf dem Boden wieder. Ich versteh's nicht. Es ist so schwierig. Jetzt kommen drei. Da sind drei. Ich find's für ziemlich verarschen. Das schafft man nicht. Was soll ich denn machen? Ich renne jetzt an dem vorbei. Okay, fickt euch. Lass mich zur Tür. Okay. Oh, oh. Oh, ja. Meine Chance. Bitte. Bitte. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Einfach auf, Dietrich, bitte. Nein! Nein! Das ist der Schlüssel. Scheiße, stimmt. Ja, mach auf. Mach. Ja, 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 ja. Fick dich. Lass mich laufen. Lass mich laufen. Nein! Nein! Hey, Leute, meine Nachbarn kriegen eine Krise. Wir müssen aufhören. Wir machen bald weiter. Sorry. Kameras irgendwie haben. Für die Upmod mach ich's nur noch an. Sorry. Ja, aber ich hab's jetzt gecheckt. Okay. Ich hab's gecheckt. Ich hab ja den Schlüssel, der ist doch für. Super Stream, Leute. So, nee. Wir machen einfach, äh, das zu. Jetzt ist zwölf. Das ist für meine Nachbarn nicht gut. Bei dem Spiel bin ich zu laut. Ähm. War das ein super Stream. Danke für euch. Hab ich grad wirklich Daumen hoch gemacht? War ein super Stream. Danke für euch. Ähm. Äh, nee. Ist gut für heute, weil ich bin dann echt zu laut. Und geh den Leuten hier auf den Sack. Aber ich hab's jetzt gecheckt. Ich kann die echt raus, äh, locken, die Dudes. Und dann einfach durchrennen und dann halt gezielt den Schlüssel benutzen und dann erstmal weiterkommen, weil ich, ich geb mir die nicht nochmal. Und sorry fürs etwas Jammerige am Ende so, aber, äh, ja. Ich denke nach fünf Stunden Streamen und zwei Stunden eine Stelle spielen und genervt davon sein kann man schon mal auch mal ein bisschen, darf man auch mal ein bisschen genervt sein, ja. Ähm. Ich fand's super. Zeit fürs Hoch, äh, Zeit für was? Jetzt ging ich so schnell weg. Äh, ja. Ich mach gerne ein Raid noch auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich würd, ähm, einmal jetzt ganz kurz nochmal pinkeln gehen. Ich hasse das immer so, so direkt aus dem, äh, also erstmal ciao YouTube. Das war das Video-Deal auf jeden Fall. Damit ich wieder richtig, äh, Output bekomme, äh, mach ich den her. Tschüss YouTube. Danke fürs Gucken. Daumen hoch und Abo dalassen. Ciao.